So, der Livestream wird vorbereitet. Und da sind wir. Gut. Also, um den kümmern wir uns jetzt aber nicht. Gut. Christian? Christian? Ja, also zunächst einmal herzlich willkommen im Namen des Literaturforums im Brechthaus Pop-Fantastik-Politik. Das ist der Titel unseres ursprünglich ja schon für April geplanten Symposiums anlässlich von Dietmar Darts 50. Geburtstag. Wir mussten eine pandemiekompatible Alternative finden. Und das gilt auch für den heutigen sozusagen Bestandteil dieses Symposiums, unsere Tagung in Werben denken. Klar, jetzt sind wir halt leider nicht live und präsent vor Ort in Berlin, sondern eben nur über Zoom. Aber es war uns dann doch wichtig, dass wir das Symposium nicht ein weiteres Mal verschieben, sondern einfach auch mit Ergebnissen voranschreiten können. Es ist der erste Versuch, verschiedene Perspektiven auf Dietmar Darts Schaffen, schwerpunktmäßig ja sein literarische Schatten zusammenzutragen. Das lohnt sich, wie ich finde, ungemein. Dietmar Darts zählt zu den produktivsten Schriftstellern, aber eben sicherlich auch zu den inspirierendsten Schriftstellern. Seine Lektüre ist immer eine große Bereicherung. Und es kommt ja was Gutes hinzu. Der Lesestoff geht ja schier nicht aus. Einen großen Dank möchte ich vorab formulieren, vor allen Dingen an Philipp Theysson, der wichtiger Mitstreiter war in diesem ganzen Zusammenhang, in seiner Person auch an die Universität Zürich für die Begleitung dieser Tagung. Philipp Theysson wird ja gleich auch die Moderation und das Gespräch übernehmen. Also echt wunderbar, immer wieder gerne, freut mich sehr. Nennen möchte ich aber auch und mich bedanken bei Hans-Christian von Herrmann. Auch die TU Berlin hat dieses Symposiumsprojekt von Anfang an begleitet und mit vorangetrieben. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass wir schöne Stunden miteinander verbringen, tolle Vorträge haben und uns austauschen können und sozusagen der Dietmar-Dart-Forschung einen wichtigen Schub nach vorne leisten können. Also ich freue mich. Ja, danke Christian. Ich darf als Veranstalter dieses Symposiums im Namen der Universität Zürich euch alle willkommen heißen, auch diejenigen, die auf YouTube jetzt zuschauen, was wir in den nächsten fünf Stunden machen wollen. Zum Programm ganz kurz. Es gibt ein paar Umstellungen. Wir werden insgesamt fünf Vorträge haben. Wir werden um 17 Uhr fertig sein. Es wird eine kleine Unterbrechung geben. Das Livestream ist nämlich von zwei Uhr bis Viertel nach drei und da wird es zwei weitere Vorträge geben. Ich werde das Programm noch auf jeden Fall aufschalten. Auf Facebook und auf der Seite des Literaturforums im Brechthaus kann man die genauen Anfangszeiten der einzelnen Vorträge nachlesen. Soweit das Technische. Nun zum Inhaltlichen. Was wollen wir heute machen? In Werbendenken, also der Titel dieses Symposiums geht eigentlich zurück auf eine Konversation, die ich, das muss so 2015 gewesen sein, mit Dietmar Dart in Zürich anlässlich des Erscheinens von Venus Siegt geführt habe. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr genau, worum unser Gespräch damals konkret kreiste. Ich kann die Szene nur anhand meiner Notizenwaage rekonstruieren. Mit einiger Wahrscheinlichkeit sprachen wir über die Schwierigkeit, Morphismen stringent zu denken und vor allem Morphismen sprachlich adäquat abzubilden. Was ein Wagnis ist, weil Morphismen ja selbst wieder Abbildungen produzieren oder beziehungsweise Abbildungsfunktionen sind. Venus Siegt erläutert die formative Bedeutung des Morphismus im Anhang 1. Eine Rede von Leona Christensen, der ersten Delegierten des Bundes von Menschen, Robotern und künstlichen Intelligenzen auf der Venus. Wir dürfen wissen, sofern wir es nicht erinnern, dass Christensens Erklärung der Morphismen sich der Kategorientheorie verdankt, die Saunders-McLean und Samuel Eilenberg in den 1940er Jahren ersonnen beziehungsweise aus Rudolf Karnabs Sprachphysik heraus entwickelt haben. Und detaillierter, das kann ich hier vorweg schicken, lässt sich das alles in Dietmar Dazzo eben erschienener Poetikvorlesung Stehsatz nachlesen. Was die Morphismen nicht nur für diesen Text, sondern für Dazts Schreiben überhaupt so bedeutsam werden lässt, ist der Umstand, dass es sich dabei zum Ersten um Regeln, Praktiken handelt, mit denen sich die Beziehung zwischen Objekten eine Kategorie formalisieren, beschreiben und steuern lässt. Wir können diese Kategorie etwa als die Menge geometrischer Objekte, als eine Menge algebraischer Größen, also Zahlen und Variablen, als die Menge der Wörter, auch als die Menge dessen bestimmen, was sie vielleicht, ungeachtet ihres Realitätswertes, Bewusstseinsinhalte nennen können. Impliziert wird hierdurch nicht zuletzt, sondern vor allem, der prekäre Status von Identität. Das, was ich bin, was ich ist, ist letzten Endes durchzogen von Elementen anderer Charaktere, die sich so oder auch anders in Verbindung bringen ließen. Ich ist Figuration. Ich zitiere aus dem oben erwähnten Stehsatz. Die Wahrheit ist, dass die meisten Menschen, die wähnen, sie hätten Macht über irgendwen oder irgendetwas, in Wahrheit nicht einmal Macht über sich selbst haben, weil sie als Menschen nie nur sie selbst, sondern stets aus Spuren anderer Menschen zusammengesetzt sind, gesellschaftliche Erzeugnisse. Was als Abstraktum uns wohlfeil geworden ist, bleibt uns dabei in Bezug auf die Selbsterfahrung unheimlich, dass nämlich die Abbildung von mir auf mich das Resultat einer Wahl ist, die wiederum bestimmten Gesetzmäßigkeiten, eben Morphismen unterliegt, die mich unweigerlich mit der Gesamtkategorie meiner Spezies verbinden. Wenn wir von Darts Romanpersonal sprechen, dann werden wir rasch bemerken, dass man es immer wieder mit Erscheinungen zu tun hat, die nicht nur sich im Grunde wechselseitig kodieren und umkodieren, sondern etwa im Falle von René Chemura in Pulsarnacht auch zersplittern, um sich wieder nach einer lang andauernden Suche durch den Erzählkosmos neu zusammensetzen zu lassen. Der Schnitt durch die Sonne legt die morphomatischen Beziehungen zwischen den einzelnen Charakteren sogar ganz an die Oberfläche. Also, ihr habt das sicher noch vor Augen, das sieht dann so aus. Die Frage ist, wie überführt man das hier oder sowas in das hier, dass das drunter steht. Also, es hat durchaus einen Sinn, dass Abbildung und Text hier so nebeneinander stehen und wer sich fragen muss, inwiefern kann das eine oder das andere zum Abbilden übersetzen. Also, diese morphomatische Beziehung wird sichtbar in Druck, aber wird auch an den Tag gelegt, in der Frage, wie Einzelcharaktere eigentlich wandern zwischen Fiktion oder zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit, zwischen Erde und Sonne. Dort wird nämlich die Kategorienlehre, also in diesem Schnitt durch die Sonne, wird die Kategorienlehre ganz extensiv verhandelt und lässt die Planeten zu morphischen Kraftfeldern werden, die direkt auf die inneren Verhältnisse der Kategorien wirken. Ich zitiere nochmal aus dem Schnitt durch die Sonne. Da sage ich dann eben, dass ich hier Tine bin und auf der Sonne Theresias und dass Theresias wiederum Paar ist. Das erkläre ich mir einerseits mit der Mathematik, mit der mich die Maschine vollgepumpt hat, mit Abbildungen und dergleichen und andererseits eben damit, dass Mato in meiner Lieblingsanimeserie nicht nur Mato ist, sondern auch Blackrock Shooter und Yomi Takanashi ist nicht nur Yomi, sondern auch Deadmaster. Yomi, das ist das andere Mädchen da vorne. Und Yomis Freundin Kagari, die haben Sie wahrscheinlich gerade abgebildet gesehen, als Chariot. Es sei darauf hingewiesen, dass Sie bereits auf dieser Ebene beobachten können, wie sich in Darts Schreiben sukzessive an die Stelle von Subjekten die Praxis setzt. Figuren, besser gesagt Wesen, dienen dem Aufweis morphischer Effekte, lassen die Beziehungen, Bewegungen und Handlungen zwischen den Wesenheiten sichtbar werden und verweisen wiederum auf höher gelegene, von den Subjekten zumeist unerkannte oder gar verstellte Prozesse, die es zu verstehen, wo nicht zum Wohle aller abzuändern gilt. Man sollte sie allerdings nicht wiederum substantialisieren. Dazu sage ich gleich noch was. Verwandlung, das heißt hier nicht, dass der eine sein und oder ein anderer sein, sondern Verwandlung bedeutet hier eben ein Hin- und Herwogen der Schrift, bedeutet Morphing, bedeutet Verb sein. Zum Zweiten, das ist für Darts Poetik das eigentlich Entscheidende, gibt es jedoch die Zwischendenkkategorien vermittelnden Morphismen, die man grob als Modi der Übersetzung begreifen könnte, also als Abbildungsverfahren. In der Mathematik, in der diese Funktoren etabliert sind, lassen sich damit geometrische Probleme in algebraische Probleme überführen und lösen und umgekehrt. In Darts Galaxis wirken die Morphismen hingegen auch zwischen den Bewohnern scheinbar ontologisch abgegrenzter Welten, zwischen den Spezies, zwischen Planeten, zwischen den Spezies, also zwischen den Planeten und den Spezies, zwischen Menschen und Maschinen. Morphismen, und das ist etwas, was das Ethos dieser Texte betrifft, essentiell ist, Dynamen, also Morphismen dynamisieren die Kategorien in ihrer Bewegung aufeinander zu. Sie vermögen nicht nur die Artengrenzen zu überwinden, sondern, um zu Leonard Christensen zurückzukehren, koordinieren auch die Überblendungen zwischen diskreten, biotischen und kontinuierlichen Intelligenzen. Es sind die Morphismen, die so etwas wie Cyborgs, wie Mensch-Maschine-Interaktion, wie Posthumanismus überhaupt erst denkbar werden lassen, weil sie es sind, die Technik, Gerätschaft als eine Kategorie denken lassen, die über eine eigene Sprache verfügt, über Funktionen, die sich wiederum mit denen der Menschen verschalten, morphisieren lassen. Es kommt dabei aber eben genau auf eines an, nämlich darauf, ob die Verschaltung wirklich von den Morphismen oder von einem Subjekt einer Klasse, Spezies ausgedacht wird, die ihre eigene Verfasstheit nicht zu durchschauen vermag. Das ist genau der Ansatzpunkt, wo man sagen kann, da beginnt auf allen Ebenen in Datenschriften die Systemkritik. Kapitalismus entziffert sich nämlich in diesem Horizont als ein substantivisches Denken oder zumindest als die Versuchung, als die Versuchung des substantivischen Denkens. Alle Prozesse, die uns im Kapitalismus begegnen, technische, sprachliche, wissenschaftliche, libidinöse und politische Prozesse, dienen nur der Konstitution eines Subjekts und seiner Behängungen. Hinweggetäuscht wird darüber, dass es diesen Fixpunkt, dass es die erratische, unhinterfragbare Manifestierung des Selbst nicht nur nicht gibt, sondern dass sie ununterbrochene Arbeit ist, dass überhaupt die Dinge für oder gegen, die wir uns entscheiden, Arbeit sind. Es ist hier nicht der Ort, um abermals über den Fetischismus der Waren zu sprechen, aber Dietmar Darts Poetik der Morphismen hat es gerade darauf abgesehen, die Verhüllung der Verfahren, aus denen sich Objekte und Objekte generieren und mit denen sie sich aufeinander beziehen, rückgängig zu machen. Zitat, Existenz gibt es nicht einfach, Existenz muss man machen. So kann man das lesen in Darts Debüt Cordula Kiltig, das bereits 1995 genervt Heideggers Bemühungen abkürzt, wiederum Zitat, das Wesen partout daran zu erinnern, dass es auch ein Verb sein kann. Konsequenterweise führt Darts Denkspur dann auch zu Figuren wie dem Verstand des Architekten Richard Buckminster Fuller, dessen Sentence God, to me, it seems is a verb, not a noun, proper or improper, bereits von Dart in einem Essay von 2003 für die FAZ aufnimmt, um sie dann zwei Jahre später in für immer in Honig erneut aufzubringen. Darts Rückbezug auf Fuller ist durchaus sprechend, denn er verortet Dart tatsächlich in einer Denktradiktion, die nicht nur die Geschichtsschreibung der Science-Fiction gern allzu leicht übersieht. Fullers Passion für das Redesign der Sprache in eine Welt ohne Nomen, eine Welt eben aus Verben, ist direkt zurückzuführen auf seine Beeinflussung durch Alfred Koczybskys Generous Semantics in New York. Und von Koczybski und dessen Institut führen dann wiederum zwei weitere Pfade an Fuller vorbei zu Isaac Asimov einerseits und vor allem zu Robert Heinlein andererseits, in dessen Werk Darts nicht von ungefähr eine Kunst der Inferenz erkennt, einen Funktorenrechner, der irgendwann dann in Flammen aufgeht. Wie genau Dart Heinlein studiert hat, merkt man an seiner Heinlein-Kritik, die nicht zuletzt eben dann auch eine Verbkritik ist. Wenn Heinlein in Strange in a Strange Land unzählige von irdischen Abstraktnominar und Adverber, nämlich Fear, Love, Hate, identically equal, all of this in das Verb to grog überführt, dann erkennt er hierin die Kuvertage, nämlich die Applikation des richtigen Verfahrens mit einem falschen Motiv. Heinlein nutzt, freilich erst hier, das Denken in Verben, um letzten Endes Prozesse zu essentialisieren. Gnosis nennt da das und diagnostiziert damit, dass in der Überladung des Verbums, dessen aufklärerische Funktion sich gerade in ihr Gegenteil verkehrt. Ich selbst halte diese Verkehrung, dieses Umschlagen in die Gnosis in manchen Momenten für eine sehr begrüßenswerte Notwendigkeit, aber das ist eine Diskussion, die an dieser Stelle ihren Platz nicht hat. In Verben denken, das heißt im Übrigen immer auch davon auszugehen, dass das Denken unmittelbare oder unmittelbare Transitionen in das Wirkliche hat, dass das Denken eben tätig ist, ja, dass es leibhaft zu werden versteht, dass es eine technisch organische, lebendige Denkapparatur werden kann, wie sie uns in der Pulsarnacht eben in der Gestalt des Klarloks gegenüber tritt. In diesem Sinn wollen wir heute das doch umfangreiche Werk, das hier vor uns liegt, auch seine Mechanismen und Morphismen hindurch leuchten. Die Brüche sehen, die Genres und Schreibsysteme, durch die es sich bewegt, zueinander in Beziehung setzen, die Regeln, ihre Verknüpfung, ihre Morphismen kennenlernen. Den Anfang wird dabei heute Franziska Bomsky machen. Ich darf sie kurz vorstellen. Franziska Bomsky hat, wenn ich es richtig sehe, in Freiburg studiert und zwar natürlich jetzt sehr geeignet und sehr anschlussfähig, eine seltene Kombination Neurodeutsch, Literatur, Geschichte und Mathematik, ja, hat in Gießen promoviert auch oder im Projekt in Gießen, also hat in Freiburg promoviert, aber in Gießen war, glaube ich, das Stipendium. und zwar, es trifft sich eben alles wunderbar, mit einer Arbeit über die Mathematik im Denken und Dichten von Novalis zum Verhältnis von Literatur und Wissen um 1800. War, ist dann nach Aufenthalten, Forschungsaufenthalten in St. Louis und Frankfurt am Main, nicht wo sie auch gelehrt hat, nun mittlerweile wissenschaftliche Mitarbeiterin am Einstein-Forum in Potsdam, wenn ich es richtig sehe, auch eingebunden in ein Projekt über die NS-Wissenschaft, nicht, ein DFG-Projekt, wenn ich das richtig sehe und heute wird sie uns etwas erzählen über, ja, The Fun of It, was natürlich, so muss man anfangen an einem Samstagmorgen, The Fun of It, zur Ästhetik der fantastischen Kunst in Dietmar Darts sämtlichen Gedichten. Ja, Franziska, ich freue mich sehr auf deinen Vortrag und wir sind gespannt. Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf und würde gern zu Anfang auch nochmal den eigentlichen Anlass nochmal erwähnen und zumindest nochmal virtuell in persona meine Glückwünsche an Dietmar Darts übermitteln, denn es ist ja auch ein Geburtstagskollorium. Ich beginne zu den zahlreichen Büchern und Texten, die Dietmar Darts bislang geschrieben hat, gehören neben Romanen, Gedichten und Arbeiten für das Feuilleton auch Werke, die sich in theoretisch analytischer, vor allem aber programmatischer Hinsicht bestimmten Genres der Populärkultur und deren spezifische Ästhetik zuwenden. Dies sind vor allem der Großessay Sie ist wach über ein Mädchen, das hilft, schützt und rettet, der sich exemplarisch mit Joss Wiedens erfolgreicher Fernsehserie Buffy the Vampire Slayer beschäftigt, der auf eine Nobilitierung von Splatter, Horror und Pornografie zählende Briefroman Die Salzweißen Augen, 14 Prüfe über Drastik und Deutlichkeit, sowie die jüngst erschienene annähernd 1000 Seiten starke Abhandlung Niegeschichte, Science Fiction als Kunst- und Denkmaschine. Dietmar Darts verfolgt in allen drei Arbeiten eine kontinuierliche, sich ausdifferenzierende, mit unter sich revidierende Argumentationslinie. Zudem lassen sich ähnliche Formen der Darstellung beobachten, wie Uta Degner an die salzweißen Augen exemplarisch herausgearbeitet hat. Es handelt sich demnach erstens um einen Hybridcharakter zwischen literarischer Fiktion, journalistischem Essay und biografischer Sozioanalyse. Als autofiktionale Versuche einer Selbstobjektivierung des Autors Dietmar Darts binden die Texte die jeweils präsentierten Überlegungen explizit an die subjektiven Lebens-, Lese- und Seherfahrungen des jeweiligen Erzählers. Zweitens sticht der Aufwand an Akademisierung ins Auge. Dart verleiht seinen Überlegungen neben den Beharren auf deren subjektiv individueller Faktur einen allgemeineren Gültigkeitsanspruch, indem er strukturell sowohl auf traditionelle als auch auf jüngere geisteswissenschaftliche Begründungsstrategien zurückgreift. Niegeschichte, so verspricht der Autor, entfaltet seine Befunde am ästhetischen Material. Dies wird durch eine Fülle an besprochenen Filmen und Texten mehr als umfassend eingelöst. Theoretisch-philosophisch untermauert werden die Befunde durch Referenzen auf Geistesgrößen von Hegel über Marx und Lukacs bis Adorno und immer wieder Peter Hacks. Sein Modell einer funktionellen Betrachtung der Fantastik, wir haben es eben schon gehört, entwickelt Dart in loser Anlehnung unter anderem an die Metaphern-Theorie des Philosophen Donald Davidson und die mathematische Kategorien-Theorie. Zusammen mit den digressiven Schilderungen des ästhetischen Materials bricht dieses interdisziplinär und methodisch bunte Panoptikum an Referenzen die strukturelle Imitation wissenschaftlichen Schreibens inhaltlich und formal immer wieder auf. Ein ähnliches Spannungsfeld eröffnet schließlich drittens die Anlage der Texte als Kampfschriften gegen, ich zitiere, die führenden Köpfe akademischer und kryptoakademischer Tribes der Literatur, Exegese und Gesellschaftstheorie. Denn in seiner herzhaft polemisch gestalteten Auseinandersetzung mit Forschungsbefunden zu den behandelten Themenfeldern weicht Dark vom Ideal einer sachlich distanzierten wissenschaftlichen Auseinandersetzung bewusst ab. Die Beschäftigung mit den Kundschafterinnen und Boten der professoralen Gelehrsamkeit im unwirklichen Kunstwelt und ihren Diätkeksen der Deuterei trägt mit ihren pointiert saloppen Formulierungen dem gleichzeitig rumpelstilzchenhaften wie selbstironischen Gestus sehr zum Lesebegnügen bei. Der destruktive Gestus hat aber einen konstruktiven Gegenpart. Denn Dart versucht sich seinerseits an einer angemessenen Theorie bestimmter populärer Genres. Seine Niegeschichte löst ein Anliegen ein, das er bereits in Sie ist wach formuliert. Nämlich, ich zitiere, den Wunsch, so etwas wie eine konzentrierte über ihre Begriffsmittel und Gegenstände möglichst gut unterrichtete Theorie des Unwirklichen in den wichtigsten populären Künsten aufzuschreiben. Einige Ansätze dieser Ästhetik möchte ich Ihnen im Folgenden vorstellen und fragen, in die weite Saat gelingt, ein brauchbares Analyseinstrumentarium für die fantastische Kunst zu entwickeln. Als eine Art Prüfstein werde ich den 2009 erschienenen Roman sämtliche Gedichte heranziehen und punktuell interpretieren. Diese Beschränkung hat ihre Gründe. Ein zentrales Merkmal der fantastischen Kunst, auf die Dard sich positiv rückbezieht, ist ihr Anspielungsreichtum. So stehen auch in den sämtlichen Gedichten Antike neben Romantik Zitaten, biblische Bezüge neben Anleihen bei naturwissenschaftlichen und philosophischen Theorien, der Text ist gespickt mit intertextuellen und intermedialen Bezügen aller Art von Ezra Pound bis Midlarv, die Figuren haben sowohl reale als auch fiktive Vorbilder der unterschiedlichsten Art. Als Leserin, zumal als Literaturwissenschaftlerin, ist man von der Vielfalt der Zitate überwältigt und läuft Gefahr, sich im Netz der äußerst dichten und vielfältigen Bezüge zu verlieren beziehungsweise dieses schlicht zu reproduzieren. Daher werde ich statt auf umfassende Entschlüsselung auf die Selektion einzelner Bezüge setzen, um die Funktionsweise von dargerischen Texten exemplarisch sichtbar zu machen. Als der Roman sämtliche Gedichte 2009 bei Surkamp erschienen, urteilte der, wenigstens innerhalb der Provinz Akademia nicht ganz unbekannte Bielefelder Literaturwissenschaftler Friedmer Apel in der FAZ, so humorvoll und zugleich melancholisch war der Universal Romancier noch nie und wie es damit leise auf die romantische Traditionslinie einer progressiven Universalpoese hin, auf die der Roman explizit rekurriert und an die Darts Charakterisierung der Science Fiction maßgeblich anschließt. Man kann Science Fiction einerseits als Kunst genießen und man kann mit ihr zweitens Dinge und Verhältnisse denken, die ohne sie ungedacht bleiben müssten. Das genussvolle Denken des Ungedachten in und mit der Science Fiction steht bei Darts anders als die, wie es bei Novalis heißt, romantische Darstellung des Undarstellbaren mittels Poesie nicht im Zeichen einer transzendental philosophischen Erkenntnis des Absoluten. Darts geht es stattdessen um ein kausal konsistentes Ausloten von sozialen Zitat Problemen des Wissens, des Erkennens, des technischen Könnens, des logischen Schließens. Zitat Ende. Die Science Fiction verfolgt damit gewissermaßen das inverse Anliegen zur Romantisierung der Wirklichkeit. Den Wissenschaftsfiktionalisierern gehe es, sodat, um die Verwältlichung auch noch der letzten Residuen des Zaubers, notfalls mittels transzendenten Hokus-Pokus in Gleichungen eingewickelt. Dieser Definition gemäß verfolgt im Roman der ominöse Geldgeber Colin Kreuzer gemeinsam mit dem dubiosen Ideengeber und Unterteufel Dart, offensichtliches alter Ego des Autors, ein evolutionsbiologisches Projekt, das ungeachtet aller wissenschaftshistorischen Spitzfindigkeiten von Lamarck bis Wurzen reicht. Kreuzer will stark vereinfacht gesagt umfassende genetische und geistige Manipulationen vornehmen, um den Fortschritt der Menschheit voranzutreiben. Man engagiert den Lyriker Adam Sladek, der das Projekt geistig befördernde Gedichte schreiben soll. Denn Übrig, so erneutert der Roman Dart, enthalte gemäß den Theorien von Claude Shannon und dem großen Kybernetik Norbert, gemeint des Norbert Wiener, ich zitiere, auf jeden Fall mehr Information als eine Meinungskolumne in der Zeitung und sei daher eine Keimkapsel, aus der neue Bedeutung entstehe und zwar, Zitat, Bedeutung im emphatischen Sinne, also nicht Referenz, sondern Wichtigkeit. Adam Sladek spricht wohl den meisten LeserInnen aus dem Herzen, wenn er dieses Projekt als haarsträubendes Trulala bezeichnet, dem eine ganz irrige Vorstellung vom Schreiben zugrunde liege. Statt einer quasi interdisziplinären Verbindung zwischen Humangenetik und Lyrik konstatiert er, in Anlehnung an den US-amerikanischen Autor Tom Bisch eine innerliterarische Ähnlichkeit zwischen Lyrik und Science Fiction. Was haben Science Fiction und Lyrik gemeinsam? Bei allen beiden sind Metaphern und Tropen nicht eine Option auf dem Menü von Kunstmitteln, sondern das Menü selbst. Und dann gibt es noch die Affinität zum Mythos, die in der Dichtung das Reaktionäre ist. Es sei denn, man erfindet einen fortschrittlichen Mythos, einen von der Zukunft eben. Da der Roman selbst Science Fiction und Lyrik verbindet, die Gedichte, die Sladek im Auftrag Kreuzers verfasst, sind wiederum an das romantische Konzept des Gesamtkunstwerks anschließend als Binnentexte abgedruckt, liegt es nahe, diese Bedeutung als selbstreflexiven Kommentar zu lesen. Metapher und fortschrittlicher Mythos wären demnach zentrale Konzepte für das Verständnis Die Auszeichnung der Metapher als zentrales Kunstmittel der Science Fiction hat Dart bereits in Sie ist wach formuliert. Eine rationale Theorie der Metapher, so heißt es dort im Anschluss an Donald Davidsons Aufsatz, was Metaphern bedeuten, sei wesentlicher Bestandteil einer Ästhetik der fantastischen Künste. Nach Davidson ist seine Metapher eine eklatant falsche Aussage, die von ihrem Schöpfer aber gerade nicht in der Absicht gebraucht werde, zu lügen, sondern um die durch die buchstäbliche, nicht etwa durch die übertragene Bedeutung, überraschende Ähnlichkeiten und Analogien zu erzeugen. Der legitime Umgang der InterpretInnen mit einer Metapher besteht demnach nicht in der Paraphrisierung und Explikation einer vermeintlich hinter der buchstäblich verborgenen Bedeutung, sondern vielmehr im Versuch zu evozieren, was uns die Metapher innerhalb eines bestimmten Gebrauchskontexts produktiv zu Bewusstsein bringt. Dart überträgt diese These auf die fantastische Kunst der Gegenwart. Er wehrt sich gegen die in den Cultural oder Pop Studies oftmals vorgenommene reduktionistische Verkürzung von fantastischen Kunstereignissen auf Faiso Tio, also etwa, ich zitiere, gegen die Deutung, dass der Außerirdische auf dem Schrottplatz in Star Wars Episode One einfach den Juden Mind oder die Gestrandeten in Alien Nation mexikanische Einwanderer. Diese Figuren oder Wesen seien zwar Metaphern, gerade daher sei aber im Sinne Davidsons ihre Bedeutung eine buchstäbliche, das heißt, sie stehen für sich selbst. Deutlich werde dies dadurch, dass jedenfalls in der ranghöheren unwirklichen Kunst Metaphern und die explizite Verhandlung sozialer Fakten kontrastiv nebeneinander gestellt werden. Das Verhältnis der unwirklichen Kunst zum sozial Wirklichen, so resümiert Dart, ist somit keines der Ersetzung, Abbildung oder Repräsentation, sondern eines der Gegenüberstellung von realistisch behandelter und metaphorisch entfremdeter Welt in ein und demselben Kunstwerk. In der Forschung ist wiederholt darauf hingewiesen worden, dass Dart sein Beharren auf der Buchstäblichkeit des künstlerisch Dargestellten immer wieder selbst unterläuft, wenn er etwas das Zombie-Totleben als Allegorie des Lohnarbeiterschicksals interpretiert oder eine kulturkritische Aufladung von Horrorfilmen und Pornografie zu Symbolen eines gesellschaftlichen Scheiterns unternimmt. Und in der Tat, mit einer reinen Oberflächenästhetik, wie sie unter anderem Thomas Hecken als eine der wesentlichen Dimensionen der Pop-Theorie herausgestellt hat, kollidiert der Anspruch, den Dart an die Science-Fiction formuliert. Ich zitiere, dieses Genre tut, was Martin Heidegger der Wissenschaft abspricht, es denkt. Dies tut aber wiederum auch der Theoretiker Dietmar Dart, der seine Ansichten zur ästhetischen Funktion der Metapher in Niegeschichte präzisiert und revigiert und das geforderte wörtlich Nehmen des Dargestellten um das Potenzial der Vieldeutigkeit und Veränderbarkeit ergänzt. Moment. Damit eine Metapher sich dazu eignet, ein ganzes Äußerungs- und Verständnisprotokoll zu regieren, muss sie robust genug sein, dass man sie zwar wörtlich nehmen, aber andererseits auf mehr als eine Art auslegen kann. Das heißt, an ihr von der Erfahrungs- wie von der Abstraktionsseite her rütteln, mit ihr schöpferisch arbeiten, in sie hineinkriechen, sie umrunden. Dieses Beharren auf dem Eigenwert des Ästhetischen, das sich nicht abschließend und eindeutig diskursivieren lässt, schließt wiederum an romantische Konzepte des Poetischen an. Manch eine würde vielleicht sogar behaupten, die Polysemie uneigentlicher Rede sei seit jeher das Proprium der Literatur überhaupt. Das Bestehen allein auf der Wirklichkeit des Textes ist damals jedenfalls faktisch dementiert. Buchstäblichkeit und Auslegung der Metapher gehen Hand in Hand. In den sämtlichen Gedichten allerdings ist die Aufforderung, das geschilderte wörtlich und als Kunstwelt mit eigenen Regeln ernst zu nehmen, noch explizit formuliert. Die Leserin wird frühzeitig darauf hingewiesen, alles geschieht tatsächlich, nichts ist ein Gleichnis. Gewissermaßen als Erfolg der von Kreuzer initiierten poetischen Potenzsteigerung sieht Adam Sladek schließlich, ich zitiere, Wörter lebendig herumlaufen, ist das nicht reizend? Stapfi-Stapfi-Stapfi quer durch den Gemüsegarten. Gleichzeitig ist der Roman durchzogen von polyvalenten Ideenkeimen, die Dart in Nie-Geschichte als Berührpunkte zwischen Kunstwerk und Umwelt beschreibt, zwischen dem, was einerseits das Publikum von sich, der Kunst und der Welt weiß und dem, was andererseits die Kunst gestaltet. Diese Berührpunkte mit der sozialen Wirklichkeit des Publikums liegen, so meine These, innerhalb bestimmter Gedichte und in der anspielungsreichen Konzeption verschiedener Figuren. Das Gelingen dieser Erzählstrategie hängt dabei in hohem Maße davon ab, dass die Rezipientinnen deutend tätig werden, sich also temporär von der Wörtlichkeit des Dargestellten abwenden und den Symbolketten in einige ihrer intertextuellen und außertextuellen Kontexte folgen. Exemplarisch vorführen lässt sich dies für sämtliche Gedichte an der Amelia-Figur, die auch den modernen Mythos des Romans, das zweite Schlüsselkonzept neben der Metapher also verkroppert. Amelia ist eine der Angestellten Colin Kreuzers. Als Pilotin besteht ihre Aufgabe zum einen darin, Sladek in ihrem Autogiro zu ihrem gemeinsamen Auftraggeber zu eskortieren, zum anderen soll sie den Dichter als eine Art Muße inspirieren. Sie taucht das erste Mal auf, als sie im Fundbüro einer Kneipe der besonderen Art auf Adam Sladek wartet. In ihrer Beschreibung wird deutlich, was Sladek später im Gedicht Amelia in die Worte fassen wird, Menschen sind aus anderen Menschen zusammengesetzt. In der Amelia-Figur amalgamiert Dart mindestens vier Komponenten, die sich als Mythen unterschiedlichster Art verstehen lassen. Eine Frau in teils ahornbraunen, teils hirschroten Ledersachen mit einem roten Tuch um den schlanken Hals und einer kunstvoll unregelmäßig geschnittenen Knabenfrisur sitzt auf dem Barhocker und ist, ohne dass jemand in Ohnmacht viele, so schön, dass eigentlich jemand in Ohnmacht fallen müsste. Die Frau ist entweder Anfang 20 oder Anfang 30 je nach Lichtwinkel. Ihre Gesichtszüge sind nicht weich, aber von anmutigstem Ebenmaß. Das Licht wechselt, jetzt ist die 14. Ihr Lebensalter, kann man daran erkennen, hängt davon ab, wie ihr innerer Glanz und die Strahler miteinander einig werden. Wahrscheinlich hält man sie bei Sonnenschein für eine frühreife Neunjährige. Man merkt, dass sie weiß, wie man jagt und tötet. Sie hieße, wenn man von ihr spräche, wohl nur die Jägerin. Die Bezeichnung die Jägerin verweist zusammen mit den armen braunen und hirschroten Ledersachen erstens auf Artemis, die Göttin der Jagd, die gesamte äußere Erscheinung und ihr Autogiro, zweitens auf die Aviatrix Amelia Earhart, die vor allem in den USA als Ikone der Emanzipation gilt, die Verbindung von Kindlichkeit und Frühreife auf eine Lolita. Auf alle drei werde ich zurückkommen. Viertens liegt es nahe, hier auch an Wuffy the Vampire Slayer zu denken, die in der deutschen Fassung eben jenen Titel der Jägerin trägt. Diese Übersetzung verfehlt allerdings nach Darts Meinung, den, ich zitiere, reichen, tiefen und schweren traditional bis mythischen Zusammenhang, der in der ehrwürdigen Vokabel Slayer für jemanden, der etwas tot schlägt, zum Ausdruck kommen. Also dachten sich die deutschen Übersetzer, was tut dieses Mädchen? Es jagt Vampire und Dämonen. Übersetzen wir dem nach Slayer mit dem Wort Jägerin. Falsch. Buffy ist keine Wildtöterin und untersteht keinem Forstamt. Im Roman Sämtliche Gedichte wird nun aber eben diese Bezeichnung Jägerin für Amelia eingeführt, allerdings gemäß der oben erläuterten Metaphern-Theorie im buchstäblichen Sinne. Amelia ist eine Wildtöterin und untersteht Colin Kreuzer, dem Besitzer ihres Jagdgebiets. Für ihn arbeitet sie, um im Wald im Umkreis seiner drei Villen auf die Pirsch gehen zu gönnen. Die Jägerin lebte seit Monaten für Gelegenheiten, durch diesen Wald zu laufen. Nur hier, beim Geschmack, beim Geruch, bei den Erden und Winden ist sie bei sich, in den Räumen des reichen Mannes nie. Da spielt sie Spiele, in die man sich hineinsetzt, wie eine Schachfigur. Hier aber kann sie nachdenken. Amelia's Vorbild Buffy ist von Joss Whedon überzeugend als Gegenentwurf zur Denzel in Distress konzipiert worden und passt insofern in die Reihe der um Selbstbestimmung kämpfenden Frauenfiguren, aus denen Amelia in den selbstigen Gedichten zusammengesetzt ist. Buffy ist aber auch und nicht zuletzt ein Teenager und fügt sich damit einen weiteren Motiv Zusammenhang des Romans, nämlich den der Mädchenfrau mit stark erotischer Ausstrahlung. Als kulturdiagnostische Frage nach dem Zusammenhang von Kunst, Lust und Kommerz umkreist der Roman dieses Spannungsfeld und setzt Amelia mitten hinein. Amelias Verwandtschaft mit einer Kunstfigur des Pop wird durch das Cover des Buchs deutlich, welches im Text mehrfach thematisiert wird. Es zeigt Amelia die Rätselhafte mit Pfeilen, Rätseln und Zeichen. Gestaltet hat es Joshua Middleton, ein renommierter US-amerikanischer Comiczeichner, dessen Fan auch die Romanfigur da ist. Sein Schlafzimmer in Kreuzers Villa wird von drei großen Hochformaten dominiert, auf denen Joshua Middleton ausgerechnet Supergirl ins Bild gesetzt hat. Der Besitzer schwärmt, ist das nicht wunderschön, Unschuld der klaren Linien, aber dabei Hintergedanken vom Digitalsten. Das Ganze ist von einer schwer zu greifenden Ironie hinterlegt, die aber das Dargestellte nie entwertet, sondern mit einer weiteren Sinnebene versieht. Das ist die Wiederkehr der Nazarener ohne den ideologischen Krampf. Entsprechend ist die weitere Sinnebene, die der fiktive Dat in den Zeichnungen finden will, nicht religiös grundiert, sondern besteht in der vermeintlich gelungenen Synthese zwischen einer Ikonografie der Freiheit und dem Universalismus der Kulturwahrenwirklichkeit. Der Erzähler legt diese Deutungen einer Figur in den Mund, die gleichzeitig als zwielichtig und als Autorinstanz markiert ist. Ihre Aussagen bieten der Literaturwissenschaftlerin verlockend mundgerechte Diätkekse der Deuterei. Als aufmerksame Leserin weiß sie jedoch, dass sie dem Unterteufel Dart nicht trauen darf. Lässt man sich stattdessen auf die präsentierten Bilder ein, wird auch eine in Darts Begrifflichkeit drastische Facette des polyvalenten Ideenkeims deutlich. Mitteltens Supergirl-Zeichnungen setzen ein Mädchen in den Lüften ins Bild, das in seiner vorgebeugten Körperhaltung und leicht bekleideten Darstellung als verfügbare Lolita erscheint. Vorbild ist nach Aussage des Zeichners, die man auf seiner Hunkelsch finden kann, eine nicht minder sexualisierte Anime-Figurine. Eine Tradition, die in der bereits erwähnten Eingangspassage aufgenommen wird. Adam Sladek betritt hier erstmals das Fundbüro, einem als Kunstwerk angelegten Club, der allerdings hinter allem Kulturelement letztlich ein Bordell ist, wenn auch durchaus im Sinne einer verfeinerten, aber eben doch heterosexuellen Männerfantasie. Das Wanddekor besteht aus erotischer Kunst, verschiedenst das Spaten, verbunden durch das gemeinsame Motiv des jungen Mädchens in provokant aufreizender Pose. Genannt werden unter anderem, ich zitiere, ein mit der Feder von Yoshi Fukuyama auf Karton gekritzeltes Schulmädchen mit hochgeschobenen Uniformröckchen, ein Erwachen, das der unanständige alte Bonbononkel Baltus gemalt hat, sowie eine Fotografie aus Irina Ioneskos Serie Eva Eloges de Mafia. Ob Bilder wie die des Malers Balthasar Glossowski oder der Fotografin als Kunstwerke gelten, vermarktet und öffentlich gezeigt werden sollten oder dürfen, ist nicht erst seit der METOO-Debatte umstritten, und zwar nicht nur aufgrund des Dargestellten, sondern auch aufgrund des jeweiligen Missbräuchchen Umgangs mit den realen minderjährigen Modellen. Amelia ist mehrfach mit dem Motiv der Mädchenfrau verbunden, etwa über ein gleichnamiges Gedicht und ihre bereits erwähnte kindlich-mädchenhafte Erscheinung, die in Adam Sladek beim ersten Treffen lüsterne Fantasien weckt. Nun täte man dem Roman wohl Unrecht, wenn man hier ausschließlich voyeuristische Fantasien affirmativ aufgerufen sehen wollte, denn auch diese Deutung greift eine der Romanfiguren ironisierend auf und markiert sie als zu einfach. Zudem wird die Rezeption des Pornografischen gerade nicht als vitalistischer Kick dargestellt, sondern wenigstens andeutungsweise auch als reflektierter Genuss des Tabuisierten, der allerdings vollkommen offen nach dem Verhältnis von Kunst, Pornografie und Ethik fragt. Geredet wird hier einiges. Über die Kunst zum Beispiel, die da zwischen den Büchern lockt, wird laut nachgedacht. Gehört das nicht verboten? Der rosa-weiße von Federchen und Vogelmustertüchern und Schmeicheldepot auf dem Silkscreen direkt gegenüber der Bar ist fester, unverschämter, fröhlicher und jünger als erlaubt sein sollte. Der Roman ruft hier die Ästhetik der Drastik und Deutlichkeit auf, die in den salzweißen Augen entworfen wird. Gefordert wird dort sogenannte Niederreformen der sogenannten Unterhaltungskultur wie Splatter, Horror und Pornografie als Kunsterzeugnisse mit eigenen genrespezifischen Regeln und Traditionen ästhetisch ernst zu nehmen und ihnen entsprechend damit mit einer Rezeptionshaltung zu begegnen, die nicht in Schock oder Überwältigungsmoment aufgeht. Drastikkonsum resümiert Dirk Link erscheint hier als ein Mittel der Selbstbefreiung aus kultureller Zurichtung, als Medium der Reaktivierung verschütteter und potenziell emanzipatorischer Vermögen. Ob dies beim Betrachten der Lolitas gelingt, muss wohl jede Rezipientin und jeder Rezipient für sich entscheiden. Die Comicfigur auf dem Cover ist nicht nur eine Art Supergirl, sie hat auch ein recht eindeutiges historisches Vorbild. Eine der zahlreichen Fotografien Emilia Erhards. Emilia Erhard ist aus zwei sehr unterschiedlichen Gründen eine Berühmtheit. Zum einen, weil sie maßgeblich dazu beitrug, die Männerdomäne des Fliegens für Frauen zu öffnen und sich massiv für die Förderung der Frauen in der Luftfahrt einsetzte. Doch zum anderen gilt sie auch als eine der ersten Celebrities, die ihren Ruhm durch Werbekampagnen, eigenes Produktdesign und geschickt inszenierte Fotografien gezielt zu vermarkten wusste und aus ihrem Image Kapital schlug, um ihrer kostspieligen Passion dem Fliegen nachgehen zu können. Wie aus der bereits erwähnten Pirschszene deutlich wird, nimmt Dart diese Konstellation im Roman auf. Auch Emilia muss für ihre Jagdleidenschaft einer Arbeit nachgehen, die ja ebenso lästig ist, wie es der echten Emilia Erhardt die öffentliche Selbstvermarktung gewesen zu sein scheint. Auffällig ist dabei, dass Dart, gut marxistisch, den frühen Medienstar zu einer Art Lohnarbeiterin macht und damit den zweiten Grund für die Berühmtheit Emilia Erhards in den Hintergrund rückt. Zwar greifen die Beschreibung Emilias und das Cover mit der Ledermontur, dem Halszug und dem kunstvoll unregelmäßigen Knabenhaarschnitt fast schon topisch gewordene Elemente der äußeren Erscheinung Miss Erhards auf, ansonsten jedoch bleibt ihre Rolle als Modeikone im öffentlichen Raum ausgespart. Emilia denkt und agiert im Roman vornehmlich allein im Wald oder im Privaten. Dart greift vor allem auf den Teil des Images von Emilia Erhardt zurück, der sie zu einer populären Leitfigur der US-amerikanischen Frauenbewegung werden ließ. Deutlich wird dies im bereits erwähnten Gedicht Emilia, das als Aichon gekennzeichnet ist, also dem antiken Genre der Ursprungserzählung hier für den modernen Mythos Emilia Erhardt angehört. Ich greife drei Textstellen heraus. Erwähnt wird dort erstens die Heirat Emilia Erhards mit ihrem Manager George Putnam, obwohl sie die Institution der Ehe ablehnte. Ein entsprechender Brief an ihren zukünftigen Gatten wird im Emilia Aichon wörtlich zitiert. Über Motive und Verlauf dieser Ehe gibt es viele Spekulationen. Die Emilia Erhardt des Gedichts willicht vor allem deshalb in die Ehe ein, weil sie, ich zitiere, einsah, dass sie dieselbe Frage hören würde, bis er sterben müsste. Ähnlich empfindet Emilia die Jägerin den Heiratsantrag ihres Geliebten vor allem als Besitzanspruch, hinter den sie ihr Bedürfnis nach Freiheit zurückstellen soll. Ich zitiere, Heirat heiraten, 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 sagt sein Gesicht, wenn er sagt, dass er mich liebt. Was lieb denn ich? Wer fragt danach? Ein Geschenk, das sie will, ihr den Raum zu gewähren, den sie so gut wie jedes andere Tier braucht, um sie selbst zu sein. Zitat Ende. Die zweite Passage des Gedichts, die ich herausgreifen möchte, beginnt mit den Worten Lady Lindy Missverständnis. Lady Lindy oder auch A Lady Lindbergh war einer der Titel, mit dem die Medien Emilia Erhard versahen. Charles Lindbergh war sicher eine Art Vorbild oder besser eine Motivation für Emilia Erhard, die mit dem Spitznamen aber sozusagen nur eine weibliche Ausgabe Lindberghs war. Das Missverständnis dieser Gleichsetzung besteht, so heißt es im Icon darin, dass Lindberghs und Erhards Flüge über den Atlantik Fortschrittshoffnungen ganz unterschiedlicher Art symbolisieren. Die Liebe der Leute zu Lindbergh rührte von einem Traum her, der ein bisschen Betrug war, nämlich der Hoffnung darauf, dass der technische Fortschritt dazu beitragen könne, sich vom Naturzusammenhang zu emanzipieren und eine fortschrittlichere, freiere Gesellschaft zu begründen. Stattdessen habe sich aber bereits zu Lindberghs Zeiten abgezeichnet, dass die Menschen als Anhängsel der Apparate in das neue Abhängigkeitsverhältnis der Lohnarbeit und des Kommerz geraten würden. Die, Zitat, Liebe der Massen zur Schönsten dagegen, gründete darauf, dass schon der bloße Zugang zur Maschine, das Recht, sie zu benutzen, zu besitzen, ein Emanzipationsschritt war, der seine Notwendigkeit bis heute nicht verloren habe. Ich zitiere, Lindbergh stand für eine Freiheit, die schon fadenscheinig wurde, Amelia für eine, die bis heute nicht erobert ist. Der dritte Beleg, den ich anführen möchte, ist Amelia Erhards Ende im Gedicht. Ihr ungeklärtes Verschwinden im Jahr 1937 beim Versuch, die Erde längst des Äquators zu umfliegen, das Flugzeug wurde bis heute nicht geborgen, provozierte diverse Verschwörungstheorien, die im Gedicht auch erwähnt werden. Etwa, die Fliegerin habe heimlich für die USA spioniert und sei von den Japanern abgeschossen worden oder ihr Absturz sei nur vorgetäuscht gewesen, sie lebe heute friedlich in New Jersey. Das Aiton präsentiert seine eigene Version vom Schicksal der Pilotin. Die Schönste ist nie gestorben, nie gefallen. Hört, woher wollt ihr wissen, dass sie sterblich war, wenn ich euch sage, dass sie lebt und gar nicht sterblich ist? Es gab ja keine Zeugen oben draußen. Die Schönste ist nie abgestürzt, denn sie gefiel der Göttin. Die hat sie erhoben, gerettet, geborgen, geküsst. Die Titelheldin, so legen die Ferse nahe, ist nicht ums Leben gekommen, vielmehr hat die Göttin Artemis Dyktina von den Jagdnetzen sie gerettet. Iphigenie erscheint damit als weitere Verwandte Amelias. Die Rettung vollzieht sich dabei in Form eines Antrags, den Artemis anders als Putnam nicht sechsmal wiederholen muss. Denn die Göttin spricht zwar die gleichen Worte willst du meine Frau werden, verwendet sie aber nicht, um Amelia in einen goldenen Käfig zu fangen, sondern um ihr Freiheit von sozialen Zwängen zu geben. Ein ebensolches Verschwinden in ihrem Element sieht der Roman für die Jägerin Amelia vor. Bei der Rettungsaktion für Adam Sladek stürzt sie mit ihrem Autogiro über dem Wald ab, stirbt dabei jedoch nicht, sondern löst das finale Duell zwischen Sladek und der Romanfigur, in dem sie letzteren mit einem Pfeil erschießt. Das ist sozusagen ein Liebesbeweis der besonderen Art. Sie befreit sich damit selbst von der Verpflichtung, in seinen Machenschaften und Büchern endgeltlich eine Rolle spielen zu müssen und kann verschwinden. Amelia bleibt im Wald, wo sie sich auskennt. Doch kehren wir noch einmal zum Amelia-Ition zurück. Bei genauerem Hinsehen wird dort nicht nur suggeriert, Artemis habe Amelia gerettet, beide Gestalten werden, um im Bilde zu bleiben, tatsächlich miteinander vermählt. Denn Amelia selbst wird bereits in den ersten Versen des Gedichts als gar nicht sterblich charakterisiert und im gesamten Ition immer wieder als die Schönste bezeichnet. Die Schönste, griechisch Kaliste, ist eine Nymphe, die man mit Artemis identifiziert hatte. Damit klingt abermals das Lolita-Motiv an. Zudem wird Amelia's Schönheit, wir erinnern uns, auch bei ihrer ersten Beschreibung durch den Erzähler als auffallend herausgestellt. Ebenso teilt sie, wie bereits erwähnt, ihren Beinamen der Jägerin nicht nur mit der deutschen Buffy, sondern auch mit Artemis, die bekanntlich auch als Göttin der Jagd gilt. Daneben rückt Dart eine weitere von Artemis zahlreichen Varianten in den Vordergrund, nämlich Artemis als Geburtsgöttin. Auf die Frage ihres Vaters Zeus, wer soll dich verehren, antwortet sie im Gedicht Zwischen Kissenbergen, hat meine Mutter Leto nicht ganz ohne Schmerzen mich auf die Welt gebracht? Drum, wo im Joch der biologischen Zusammenhänge Frauenherzen bang ans Gebären denken, sollen sie mich nennen. In merkwürdigen Gegensatz zu Artemis als Schutzgöttin der Gebärenden steht zunächst, dass sie sich im selben Gedicht gegen Niobe stellt, die sich, weil sie 14 Kinder hat, der Herrschaft der Götter nicht unterwerfen wollte. Artemis spricht, also, wer Nein sagt, muss doch Gründe haben, was waren ihre? Dass sie Kinder hatte, dass es viele waren. siehst du, das Recht der stumpf sich bloß reproduzierenden Natur. Nein, Respekt verlangt nackte Biologie zu Unrecht, wo es höhere Belange gilt, wie Mythos, Dichtung, Gesetz, Ordnung. Darts beziehungsweise Sladex Artemis stellt sich somit gegen biologistische Argumente in Fragen der sozialen Ordnung. Im Gedicht beschützt sie werdende Mütter nicht, weil das Gebären an sich ein Wert ist, sondern lindert deren Schmerzen in Zeichen ihrer Opposition gegen eine Dominanz des Biologischen. Das Gedicht Reproductive Rights schließt an diese Thematik an, verhandelt sie jedoch nicht in mythischer Form, sondern transportiert sie in die Gegenwart. Zum großen Teil stellt es eine Collage aus Zeitungstexten, zum Teil auch von Darts selbst, zum Thema der Geburtenkontrolle dar. Verhandelt wird die Frage, inwieweit diese ein Instrument totalitärer, rechter Herrschaft sei oder aber der hier linken Position Artemis folgend, ein Zusammenhang zwischen gedrosselten Walten, reproduktiven Triebs und Wohlstand der Menschen auf Erden bestehe. Es ist hier nicht der Ort, die politische Argumentation des Gedichts on Detail nachzuverfolgen, das sicherlich einer ausführlichen und zum Teil auch kritischen Kommentierung bedürfte. Es mündet in die ebenfalls einem Zeitungsartikel entnommene Antwort einer authentischen Linken auf den imperialistischen Zugriff auf weibliche Körper. Ich zitiere, Population quality lies not in contraception alone, but in education, healthcare and empowering women, um diesen die Freiheit der Entscheidung zu geben, wie sie ihr Leben führen wollen. Für eine solche gesellschaftlich gewährleistete Freiheit von biologischen Zwängen steht Artemis im Roman vor allem und ist über diese Idee inhaltlich mit Emilia verbunden. An dieser Stelle verlasse ich das weitverzweigte Universum der sämtlichen Gedichte und komme zu einem kurzen Fazit. Die Poetik einer reinen Buchstäblichkeit, die der Erzähler der sämtlichen Gedichte formuliert, ist in ihrer Ausschließlichkeit nicht durch die literarische Praxis gedeckt, die sich am Roman beobachten lässt. Geschärfter und passender erscheint das in Niegeschichte erweiterte Konzept der Metapher als ästhetisch wirksam und konsistent ausgestalteten, gleichzeitig aber polyvalenten Ideen keinen. Denn die kunstspezifischen sozialen Wahrheiten, welche die Science Fiction nach Dart hervorbringen soll, erschließen sich, mit Adorno gesprochen, gerade in der Dialektik zwischen autonomem Formgesetz und ihren Rudimenten der Bedeutung von draußen. Diese Dialektik zielt bei Dart in eine auf jeweils bestimmte Aspekte der sozialen Wirklichkeit gerichtete imaginativ- intellektuelle Öffnung, eine Art mentale Neukonfiguration der LeserInnen, wie Kreuzer sie bei Adams Ladeck anstrebt, um ihn zur Produktion wahrer Poesie zu ermächtigen. Erreicht werden soll diese, indem die LeserInnen den Ideen keimen, auf der von der Romanhandlung vorgegebenen Bahn, ihrer wörtlichen Bedeutung also, folgen und dabei gleichzeitig permanent deren Vieldeutigkeit und Vielverzweigtheit aktualisieren. Dies ist zum einen eine dezidierte Rezeptionsästhetik, das heißt, ohne aktive LeserInnen läuft das Kunstwerk ins Leere. Darts rhetorische Frage, wer würde Kunst deuten wollen, die keine Wirkung hat, die er in Niegeschichte zur Verteidigung der Buchstätigkeit stellt, ließe sich komplementär ergänzen durch die Frage, wie sollte fantastische Kunst wirken, wenn man sie nicht deutet. Und vielleicht konnte ich zeigen, dass die Literaturwissenschaft dabei nicht nur Diätkekse backen kann, sondern durchaus auch ein opulentes Menü zustande bringt, von dem ich hier aus Zeitgründen nur die Vorspeise servieren konnte. Zum anderen steht die Ästhetik, auch das ist deutlich geworden, in der Tradition der Frühromantik und handelt sich mit der programmatisch überbordenden Binnenverweis für die Metaphernkeime auch deren Problematik einer mitunter Beliebigkeit der Bedeutungen ein, die da als Anspruch der Science-Fiction als innovative Denkmaschine mitunter unterläuft. Etwa, wenn die libertinär überkommene Provokation durch den Lolita-Toppos hineingerät in den faszinierenden Facettenreichtum der in der Amelia-Figur aufscheinenden emanzipativen Denk- und Handlungsmöglichkeiten. Dass dabei Vergnügen und gesellschaftliches Anliegen Hand in Hand gehen können, wusste auch schon die historische Amelia Erhard. It was clear in my mind that was undertaking the flight merely for the fun of it. I chose to fly the Atlantic because I wanted to. It was in a measure a self-justification a proving to me and anyone else interested that a woman with adequate experience could do it. Vielen Dank. Ja, Franziska, ganz herzlichen Dank für interessant, Martina Gerhardt hat ein wunderbares Icon hier. Ganz herzlichen Dank für den Vortrag, der tatsächlich dieses Werk erstmal schon in, man könnte sagen, in zwei Richtungen aufgebrochen hat, aus meiner Sicht, nämlich einmal in der Verortung nach hinten, nämlich im Aufbrechen der Frage, was ist eigentlich ästhetische Erfahrung und wie könnte man sagen, beschützt oder verblendet uns ästhetische Erfahrungen mit in Bezug auf das, was eigentlich ist, auf den Körper, nicht, auf die, auf Wirklichkeitserfahrung hin und zum anderen in der Richtung nach vorne, nämlich, was würde eigentlich bedeuten, den Mythos als Zukunftsmythen wirklich zu denken, nicht Zukunftsmythen zu produzieren, was steckt eigentlich hinter dem Wunsch oder dem Anspruch, zukunftsmythisch zu denken, nicht, du hast mit dem Titel The Fun of It eigentlich eine gute Antwort gegeben, nämlich, dass Fun etwas hier ist, nicht, den wir auf der Spur sein müssen und Fun suchen wir natürlich, glaube ich, bei da tatsächlich auch vor allem im Populären, über Drastik müssen wir dann auch noch sprechen, jedenfalls ein breiter Sujet-Teppich, ich glaube, wir können damit was anfangen und eröffne hier mit die Diskussion, die so zehn Minuten gehen darf. Wer möchte? hat jemand eine Frage oder eine Anregung? Naja. Ich glaube, Stefan Hüppner meldet sich. Stefan Hüppner, okay. Stefan, du hast das Wort. Du musst nur deine Stimme schalten. Ja, ich glaube, jetzt sollte man mich hören? Okay. Mir ist bei sämtlichen Gedichten eben auch aufgefallen, dass es eben diesen sehr, sehr starken Bezug zur Frühromantik gibt und das ist etwas, was eigentlich erstaunlich ist, weil die Mandat jemand ist, der sich normalerweise sehr stark auf die Aufklärung beruft und eigentlich die Romantik stark ablehnen müsste aufgrund ihrer konservativen und sehr stark nationalen Tendenzen. Aber gut, die progressive Frühromantik der Jena-Phase, die frühen Sachen von Friedrich Schlegel und die Sachen von Novalis, das ist natürlich teilweise was anderes. Mich würde jetzt interessieren, du hast dir jetzt sämtliche Gedichte angeschaut, ob du ähnliche positive Bezüge auch an anderen Stellen, auf die Romantik auch an anderen Stellen von Darts Werk entdecken kannst, die sich vielleicht mit den sämtlichen Gedichten in Beziehung setzen lassen. Ja, vielen Dank, Stefan, für die Frage. Also zunächst mal muss ich natürlich erst mal Veto einlegen, wenn man Romantik und vor allem Frühromantik und Aufklärung so sehr in Opposition setzt, weil das zum Beispiel gerade bei Novalis nicht der Fall ist. Also Novalis, wo ich sagen würde, das ist ein großes, vielleicht auch implizites Vorbild, schließt modifizierend an die Aufklärung an. Und das tut auch Darts. Ich würde sagen, ich habe mir jetzt im Zuge der Vorbereitung vor allem auch die Nie-Geschichte nochmal ein bisschen angeschaut. Und da würde ich ganz klar sagen, dass tatsächlich auch ganz starke Ideen sind, die an die Romantik anschließen. Gerade auch diese Idee einer, also das Arbeiten mit Formalen, an Mathematik angelehnte Modelle, was übertragen wird als wir können uns in Science Fiction Dinge entlang bestimmter Gesetzmäßigkeiten einfach mal entlang dieser Gesetzmäßigkeiten denken und kriegen neue Denkmöglichkeiten, die uns so vielleicht gar nicht erschlossen worden wären. Das ist ganz, ganz ähnlich zu dem, was Novales auch mit seiner Erfindungskunst anstrebt. Und ich gebe offen zu, dass ich nicht, ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, alle Bücher von Dietmar Dalt gelesen habe, aber sehr viele. Ich würde tatsächlich aber sagen, dass natürlich die Idee, was im Mythos natürlich immer auch anklingt, ist die neue Mythologie, die ja auch Novales und auch andere Mitstreiter versucht haben, auf die Naturwissenschaften, auf die Naturforschung der Zeit hin zu erweitern, dass das natürlich was ist, was bei Dalt ganz, ganz prominent da ist, diese Verbindung auch von Wissenschaft, Technik, was ja bei Ihnen auch anklingt, mit imaginativen, spekulativen Potenzialen und auch mit Ästhetik, würde ich sagen, ist eine ganz klare Linie, die ich bei ihm sehen würde. Ja, danke. Ja, weitere Fragen? Nils? Ja, auch von meiner Seite aus, vielen Dank für den Vortrag und ich habe, ich weiß nicht, ob Sie darauf zu sprechen gekommen sind und ob ich es überhört habe, aber diese Spannung, die fand ich jetzt eigentlich sehr schön, also andererseits, dass Sie diesen Aspekt des Zukünftigen ja sehr stark gemacht haben und überhaupt so, also dieses quasi Denken nach vorne, also diesen neuen Mythos, auch sehr vielen eher pessimistischen Zukunftsphilosophien entgegenzusetzen, also dass das etwas ist, was bei Dietmar da ja doch irgendwie ein sehr starker Strang eigentlich so durch das Gesamtwerk ist, aber auf der anderen Seite haben wir eine solche, ja wie auch immer, definitive Vergangenheits Ausrichtung über den Paratext des Titels, also ich werde später auch noch kurz über den Paratext sprechen, ne, sämtliche Gedichte, also da haben wir ja auch erstmal eine Spannung von einerseits Text und dann ja dem ganzen Erzählten, was Sie uns ja eben auch referiert haben, also der Paratext, sämtliche Gedichte stellt ja gewissermaßen einen Abschluss, eine rückblickende Versammlung von einem fertig vorliegenden Material dar, könnten Sie das vielleicht noch ins Verhältnis setzen, also welche Funktion hat der Paratext und vor allem diese, ja, also dieses rückbezügliche Feststellende, was sich in diesem Terminus der sämtlichen Gedichte festmachen lässt, ja, in Anbetracht genau dieser ganzen Zukunftsausrichtung und dieser neuen Mythen, also kann man das irgendwie zusammenbringen, also diese, ja, Vor- und Rückblick Ebenen des Textes. Also ich versuche es mal, also zunächst mal, ich weiß nicht, wie präsent alle den Text haben, dieser Titel und natürlich auch die Spannung zwischen Text und Titel, also zwischen Roman und dem Titel wird natürlich im Roman selber auch erwähnt und zwar der, also das fiktive, der fiktive Dat im Text sagt eben, wir nennen das Buch sämtliche Gedichte, was die sämtlichen Gedichte von Adek Sladek enthalten soll und zwar in Anlehnung an erwähnt wird da Wieland, da haben wir auch wieder eine aufklärerische Tradition und natürlich auch als Spielerei, wir schreiben es mit Doppel M, damit die Eingeweihten, die Bildungsbürger irgendwie erkennen, das ist ein, das ist so ein Bezug und tatsächlich ist es auch so und da würde ich auch sagen, sind wir wieder in diesem ganzen reflexiv-poetologischen Romantikbezug drin, wird dieses Buch genauso, wie wir es dann vorliegen haben, im Roman ja auch angekündigt, also da sagt Sladek, du, wenn das hier alles klappt, dann machen wir ein Band und so sieht das Cover aus und da drücken wir deine ganzen Sachen ab und ich schreibe danach nichts mehr und nun hat man tatsächlich genau die Spannung, die Romanhandlung läuft ja dahin, dass Sladek sich zusammen mit anderen in einem ja Actionfilm geladenen Ende von der Bestimmung durch Kreuzer und Dart befreit, also das Ganze sozusagen wenn man so will sich aus dieser selbstentfremdlichen Stimmung durch andere löst und trotzdem aber natürlich sein Buch mit den Gedichten und diesem Prozess als Poesie, als Deutung erscheint, nicht als Deutung, Entschuldigung, als poetischer Text erscheint und ich glaube genau da liegt die Spannung, dass eben gesagt wird, ich rufe hier Mythen und sie hat unterschiedlichste Art mit Artemis, mit Emilia Erhard, mit Buffy aus allen Sparten der Gesellschaft zusammen, bringen die irgendwie zusammen und mache was Neues draus, was auch in dieser Wechselwirkung und da bin ich wieder bei der Rezeptionsästhetik die Leserinnen und Leser zum Weiterdenken und zum Weitergehen auch ermutigen soll, dass man eben sagt, das ist nicht nur und das sagt der Roman ja auch immer wieder, Kladeck kommt ja auch aus einer gewissen Vergangenheit, wie auch Johanna Rauch, die eine Rolle spielt, der eben sagt, ich brauche jetzt keine Kunst mehr, ich brauche Menschen und im Grunde soll der Roman, ist glaube ich schon auch so gedacht, dass der aus diesem Kunstzusammenhängen schon auch in die Wirklichkeit führen soll und da muss es dann irgendwie weitergehen. Das wäre ein Versuch, eine Antwort, die man sicherlich weiter ausführen und differenzieren müsste. Ja, noch jemand? Anmerkungen? Fragen? Falls nicht, würde ich auch gerne kurz nochmal das Wort ergreifen, das zusammenziehen, was ihr eben behandelt habt, nämlich mir erscheint das tatsächlich sehr plausibel, dieser Rückgriff auf die Romantik, man muss nicht nur, das einfachste wäre, einfach von der neuen Mythologie zu sprechen, nicht vom Interest-System-Programm und diesem Ding, das liegt ja auf der Hand. Ich glaube aber, das erschließt sich tatsächlich sehr gut, wenn man da genau hinschaut und überlegt, was da eigentlich gemacht wird und was eigentlich das Novum ist. Und das ist ein Novum, denke ich, in der Frühromantik, an das sich Darts-Poetik sehr gut anschließen lässt, nämlich, wenn man von der neuen Mythologie spricht, dann geht es ja eben nicht darum, so zu tun, als ob man den Anspruch des Mythos vergisst. Der Mythos ist ja, wie wir das wissen, eigentlich eine Rückprojektion, das heißt, wir nehmen Dinge als mythisch wahr, die uns einen Absolutismus der Wirklichkeit als durchbrochen erklären. Also, in der Rückschau glauben wir, bestimmte Mythen erklären uns eine bestimmte Realität, nicht? Wir treten im Grunde hinter unsere Realität und sagen, damals, nicht, als der Mensch keine Sprache hatte, war das das Erste, das unsere Wirklichkeit im Grunde handhabbar gemacht hat, erklärbar hat werden lassen und die wussten es damals nicht. Man könnte sagen, es ist ein Erzähl an der Grenze zum Logos, so wäre das eigentlich, an der Grenze zur Ordnung, also eine, die Ordnung möglich macht, aber noch nicht Ordnung ist. Und da ist natürlich in den sämtlichen Gedichten, finde ich, diese Passage wichtig, die du auch gezeigt hast, wo es nämlich heißt, wo es höhere Belange gilt wie Mythos, Dichtung, Gesetz Strich Ordnung, ja. Also Mythos wird tatsächlich hier nicht, eigentlich nicht distinktiv zur Ordnung gedacht, sondern, oder als etwas, das unermöglicht, sondern auch als eine Ermöglichung, als Nomos selber, ja. Und ich glaube, was wir bei die Mandat finden, ist, es geht darum, diese neue Mythologie oder die Remytisierung, ja, möglich zu machen und zwar nicht, und das wäre, das wäre, reaktionär wäre ja so zu tun, als zu sagen, wir kürzen hier das Denken ab, nicht, wir kürzen das Denken ab, wir verschließen uns letztendlich dem Logos und der Aufklärung, sondern wir flüchten dann, wir kippen dann im Grunde wieder in so, ja, man könnte, wie er sagen würde, gnostische Momente, sondern es geht ja darum, wir, wie in der Frühromantik, wir wissen, was da ist, wir wissen, die Technik ist da, wir wissen, das Skelett der Moderne ist da, nicht, wir wissen, Spätkapitalismus ist da, alles ist hier, und das Problem ist aber nicht, dass es da ist, das Problem ist nicht die Materie oder wie es funktioniert, das Problem sind die Erklärungsmodelle, die uns dafür zur Verfügung stehen, und es geht darum, letztendlich, das, was da ist, anders zu erzählen, wirksam zu erzählen, neu zu erzählen, also das, das heißt natürlich, wir müssen es rezipieren, um diese Mythen wirksam werden zu lassen, aber das heißt eben, wir müssen gleichzeitig das Wissen bewahren, dass wir mythisieren, und das wir erzählen, also wir lassen letztendlich diese Erzählung als eine Gegenordnung bestehen, und wir halten diese Spannung aus zwischen dem, wie es ist und wie erzählt wird, nicht, das ist übrigens durchaus sehr marxistisch auch, und ich glaube, es geht hier darum, Literatur und Kunst als, also eine bestimmte Literatur, eine bestimmte Kunst, als Apologetin dieses Gegenentwurfs mythischen Erzählens, ja, stehen zu lassen, also wir wissen, das ist ein Erzählen, es ist nicht im Grunde unsere Welterklärung, sondern es ist eine Welterklärung, die wir aber, zu der wir die Freiheit besitzen, und ich finde, das Datsche Werk kann man so durchgehen, dass man zeigt, okay, er zeigt uns auch, wie funktioniert das, wir wissen immer, das sind Möglichkeiten, nicht, das, was da ist, anders zu vitalisieren, anders in Verbindung zu bringen, aber weil es Möglichkeiten sind und wir in diesen Prozess eingelassen sind, geht es schon in die Wirklichkeit hinein, also das ist der revolutionäre Anspruch, und ich glaube, man findet das zum einen in der Romantik, in der Frühromantik, tatsächlich dieses Denken, und der Clou, und ich finde, das hast du wunderbar gemacht, Franziska, mit dem Fanovit, ist, dass bei Dietmar Dard eigentlich gezeigt wird, wo wir das noch finden, also wo wir einen quasi ganz offenen Umgang mit Mythisierung finden, wir immer wissen, das ist gemacht, nicht, das ist tatsächlich etwas, was Faktur ist, das ist in der Populärkultur, in der Drastik, im Trash, wo wir im Grunde diese Storys schon sehen, nicht, und sagen, okay, da geht es drüber hinaus, aber genau dort sind wir eigentlich dieser Spannung ausgesetzt und akzeptieren sie, ja, und in den salzweißen Augen natürlich ganz ostentativ, und ich glaube, da ist, da stoßen wir zu etwas Neuem vor in diesem Werk. Vielleicht, wenn ich ganz kurz noch etwas dazu sagen darf, ich glaube, also das hast du im Grunde schon gesagt, aber die Idee ist wirklich auch, also dieser fortschrittliche Mythos, dass es eben nicht ein Mythos ist, der etwas feststellt, sondern das Interessante ist ja, dass er wirklich ganz verschiedene, ob man das nur Mythen nennt oder wie auch immer, Vorstellungen, Bilder nennt, sagt, irgendwie scheint da etwas durch, was wir irgendwie in Beziehungen zueinander setzen können, also dieses, ob wir das nun Morphismus nennen oder Vieldeutlichkeit, aber es wird ja ganz viel auf eine ganz originelle Art und Weise miteinander verbunden und dadurch kommt diese, was ich Neukonfiguration genannt habe, zustande, also wo auch, also wo man ja auch wirklich Vergnügen hat, diese Verbindungen irgendwie herzustellen und wo auch irgendwie Erkenntnisprozesse, das will ja da auch, sagt er in der Geschichte, auch irgendwie aufspringen oder man sich selber dabei auch beobachtet. Also ich glaube auch wichtig ist, dass es eben nicht nur ein Mythos ist, sondern viele Mythen, die irgendwie auf eine spielerische Art und Weise miteinander in Beziehung gesetzt werden, eben gerade nicht festgestellt werden und trotzdem das Ordnung, das ist ja das, was ihm auch ganz wichtig ist, dieses innere Kohärenzprinzip muss trotzdem irgendwie gewahrt sein, also dass es trotzdem irgendwie eine poetische Faktur gibt, die irgendwie konsistent gemacht ist. Wunderbar. Wenn es keine Meldungen mehr hierzu gibt, würde ich vorschlagen, da wir schon fast die Pause ausgekostet haben. Nein, 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 wir waren ja insgesamt immer länger und das ist bei allen Tagungen ja so. Ich würde sagen, wir machen fünf Minuten Pause. Zwölf Uhr zwanzig geht es weiter mit Stefan Höppner. Stefan, bist du bereit? Ja, ich bin soweit. Also, ja, dann hast du noch acht Minuten, sieben Minuten Zeit. Zwölf Uhr zwanzig geht es weiter mit deinem Vortrag. Dann kann man sich jetzt noch einen Kaffee machen, kurz die Augen lüften oder so und dann sind wir um zwölf Uhr zwanzig wieder hier mit Everybody Knows This Is Nowhere, das utopische Moment in DeepmerDance Science Fiction. Bis gleich. Okay, bis gleich. Dann sarah wir uns zusammen mit dem zuwickeln. � Crash Vielen Dank. 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 So, da sind wir fast schon alle wieder. Okay. So, eine Minute, dann machen wir weiter. Und das ist ein bisschen, was wir vielleicht in der Welt so weit rumgekommen ist, wie keiner von uns hier. Außerplanmäßige Professur in Freiburg, aber schon länger und auch bekannt und natürlich vor allem dadurch. Er ist bei der Klassik-Stiftung Weimar tätig und dort auch wissenschaftlicher Projektleiter des Projekts Goethe Digital. Heute, mal gucken, wie goetisch es wird, bin sehr gespannt. Heute mit einem Beitrag zu dem utopischen Moment in Deep My Dark Science Fiction. Everybody knows this is nowhere. Stefan, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, vielen Dank. Ich glaube, viel mit Goethe wird das nicht zu tun haben, wozu ich heute rede. Es ist, glaube ich, der Goethe-fernste Vortrag, den ich seit einiger Zeit gehalten habe. Aber ich fange einfach mal an. CyrusGolden.de ist immer noch online. Auf der Website zu die Abschaffung der Arten erklärte Deep My Dark vor zwölf Jahren nicht nur seinen Roman, sondern auch Grundzüge seiner Poetik. Vielleicht, weil ihm bewusst war, dass er mit seinem Spitzentitel bei Surkamp ein anderes und größeres Publikum vor sich hatte, als mit den Büchern, die er vorher platziert hatte. Vielleicht, weil dieses größere Publikum sonst nicht unbedingt die Arten von Literatur las, zu denen die meisten seiner Fiktionen gehören. In einer der Fragen auf der Website CyrusGolden.de heißt es, ist die Abschaffung der Arten ein utopischer Roman oder ein dystopischer, wie 1984 von George Orwell und Brave New World von Aldous Huxley? Sinngemäß antwortet Dart, das sei die falsche Frage. Zitat, das Wort Utopie liegt mir nicht. Es heißt ja so viel wie nirgends. Was nirgends passiert, ist uninteressant. Jedenfalls uninteressanter als alles, was in Osttexas, Anatolien oder Sachsen passiert. Mit den Dystopien sei es noch schlimmer, denn, Zitat, die damit gemeinte Schreitmanier, schreit mir auch die Blödeste unter allen Spekulativen zu sein. Die Utopisten geben ihre Naivität wenigstens zu. Sie führen uns ins Häschenland und sagen, ist es nicht schön hier? Die Warner und Abschrecker dagegen wollen zwar partout so faul sein, sich die künftige Welt als eine eindeutige, nicht mehr widersprüchliche vorstellen zu dürfen. Genau wie die Utopisten, bei denen alles alte Sonnenschein ist. Aber die Dystopiker möchten bei ihrer infantilen Beschäftigung auch noch für mordsmäßig intelligent gelten. Ihnen interessiere ein anderes Genre, sagt Dart, für uns alle nicht überraschend. Ich mag ein Science Fiction, auch an derjenigen, die sich utopisch nennt oder als utopisch missversteht, unter anderem, dass sie sagt, dass dies ist nicht nirgends, dies ist übermorgen. Übermorgen, da bin ich als Mensch, der über die Konsequenzen des Gegebenen nachdenken kann, direkt zur Zustimmung oder zur Ablehnung aufgefordert. Stimmt das wirklich? Gibt es die Keime für das, was da angeblich kommen soll? Oder steckt vielleicht eine ganz falsche Analyse der Gegenwart dahinter? Was er unter Science Fiction versteht, hat Dart ausführlich erklärt. Auf Buchlänge zuerst im, schon von Franziska erwähnten, Sie ist wach. Dort entwickelte er anhand der Serie Buffy the Vampire Slayer eine Theorie der sogenannten unwirklichen Künste. Eine Theorie, die er in den Hauptpunkten noch einmal gedrängt in der Implex zusammenfasste, das er gemeinsam mit Barbara Kirchner schrieb. Und inzwischen gibt es natürlich die groß angelegte Nie-Geschichte. Auch dort kommt die Utopie nicht besonders gut weg. Der Vorwurf geht hier aber eher an die Sekundärliteratur, die Science Fiction, ab hier SF, nicht gerecht werde, wenn sie Texte, Zitat, immer nur auf einer Strecke zwischen Warnen und Hoffen, Verhindern und Herbeischreiben, also zwischen den beiden Endpunkten Utopie und Dystopie eintragen will. Das Design SF-Welt darauf zu reduzieren, dass das Ergebnis einem gemeinschaftskundlichen Erziehungszweck entspricht, ignoriert nichts Geringeres als die komplette ästhetische Substanz des Genres, nämlich der SF. Alles in allem grenzt darzig vehement von der Utopie ab. Nicht, weil er die Existenz einer solchen Gattung ablehnt, wie könnte man auch das Sonett, das Vers-Epos oder den historischen Roman ablehnen, sondern weil er nicht angehören möchte, weil sie, das impliziert er wenigstens, durch einseitig positive und negative Weltentwürfe denken er verhindere als ermutige. Schon den Titel Nie-Geschichte kann man gut als Gegenentwurf zum Nicht-Ort Utopia lesen. Was ich im Folgenden behaupte, unterläuft aber diese Abgrenzung. Meine Ausgangshypothese, in vielen Texten der Dartschen SF gibt es ein utopisches Moment, etwas, das sie mit der literarischen Utopie teilen. Damit meine ich nicht, dass ich ihre Differenz zur Utopie leugnen oder behaupten will, sie hätten mehr mit Thomas Morbus, Platon oder Huxley zu schaffen, als mit den Texten von Mary Shelley, H.G. Wells oder Jules Verne, mit denen Darts die Geschichte der SF beginnen lässt. Ich behaupte nicht, Utopien seien eine Unterart der Science Fiction oder Science Fiction eine Unterart der Utopie, Definitionen, die man immer noch in der sekundären Literatur finden kann. Es geht mir stattdessen um ein spezielles Verständnis der Utopie als einer medienübergreifenden Gattung, die eben das vermag, was Darts seinen Texten abverlangt, nämlich als Kunst- und Denkmaschine zu wirken. Und wie es im Untertitel zur Nie-Geschichte heißt, um das zu zeigen, teilt sich mein Vortrag in drei Teile. Zuerst werde ich meinen Begriff der Utopie vorstellen. Dann werde ich ihn mit Darts Auffassung der SF vergleichen, mit Betonung auf Vergleichen, da beide ja nicht identisch sind. Ganz ohne Verkürzung und am Ende werde ich drei kurze Argumente bringen, warum ich glaube, dass Dart die Klassifizierung seiner Texte als Utopie ablehnt. Ganz ohne Verkürzung werde ich dabei leider nicht auskommen. Ich hoffe aber, dass ich nicht mehr vergröbere, als die begrenzte Zeit fordert. Den Titel meines Vortrags haben Sie vermutlich erkannt. Everybody Knows This Is Nowhere, eine steinalte Songzeile von Neil Young, immerhin aus einer Epoche, die auch die Mondlandung, die Ur-Star-Trek-Serie und 2001 hervorgebracht hat. Everybody Knows This Is Nowhere. Das meint zugleich die Utopie, wörtlich Nowhere eben, und die Schauplätze von Darts SF. Es ist klar, dass die dort beschriebenen Welten so nur in der Fiktion existieren. Trotzdem halten wir sie vergleichend neben unsere und fragen uns, was das Kunstwerk sagt, was beeinflusst, was gut ist und was wir verbessern können. Was also meine ich mit Utopie? Das Wort hat eine lange und komplizierte Begriffsgeschichte, die man gut bei Lukian Hölscher in den geschichtlichen Grundbegriffen nachlesen kann und für deren Details hier leider die Zeit fehlt. Nur so viel. Anders ist in der Alltagssprache ist Utopie für mich kein Begriff für eine beliebige positive Zukunftsvision oder als deren Kehrseite eines wolkigen Traums, der sich nicht verwirklichen lässt. Ich meine mit Utopie eine künstlerische, mit Fiktionen operierende Gattung, die zuerst in Textform existierte, aber seit dem 20. Jahrhundert auch in anderen Medien namentlich im Film präsent ist. Ihr zeitlicher Ursprung ist umstritten, aber meist lässt man ihre Geschichte mit dem 1516 erschienenen Traktat Utopia von Thomas Morus beginnen, nachdem die Gattung auch benannt ist. Eine Utopie ist für mich die fiktionale Beschreibung einer alternativen Gesellschaft, die aus der realen Gesellschaft ihrer Zeit abgeleitet ist und auf bestimmte Probleme dieser Gesellschaft antwortet. Die kanadische Autorin Margaret Atwood hat für diesen Bezug der Gattung den einprägsamen Begriff Astopia erfunden, weil sie eben uns angeht. Dabei unterscheide ich, anders als Dietmar Dart in meinem Eingangszitat, auch nicht grundsätzlich zwischen Utopie und Dystopie. Häschenland und Schreckensvision haben das als gemeinsame Wurzel, dass die Züge der jeweiligen realen Gesellschaft aufgreifen, verfremden und dabei entweder Lösungen für deren Probleme oder die aus Sicht der UrheberInnen katastrophalen Konsequenzen dieser Probleme aufzeigen. Dabei dominieren bis etwa 1900 die positiven Utopien nach dem Ersten Weltkrieg und erst recht in der Gegenwart die Dystopien. In einigen Fällen, wie etwa Juli Cs Corpus Delicti, landen sie sogar auf den Schullehrplänen oder sie werden wie The Handmaid's Tale der erwähnten Margaret Atwood oder The Man in the High Castle von Philip K. Dick zur Basis erfolgreicher Fernsehadaptionen oder Streamingadaptionen zumindest, was für ihre gesellschaftliche Resonanz spricht. Die Utopie in diesem Sinn hat für mich keinen prognostischen Charakter. So oder so wird man eines Tages leben, sondern einen diagnostischen. Das Publikum soll sich in erster Linie nicht wohlig gruseln oder in Passivität verharren, sondern das Kunstwerk soll sie zur Reflexion anregen über das, was ist und was man daran ändern könnte, ja müsste. Um in ihren Entwürfen glaubwürdig zu sein, muss die Utopie die Balance zwischen Authentizitäts- und Fiktionalitätssignalen halten. Sie muss gleichzeitig als möglich unfiktiv gezeigt werden. Wie das funktioniert, möchte ich am Beispiel von Morus erläutern. Schon der Rahmen für Utopia ist symptomatisch. Ein Ich-Erzähler namens Thomas Morus schreibt an seinen Briefpartner den real existierenden Peter Egidius und berichtet ihm von einer Begegnung in Brügge, wo er, Morus, in diplomatischer Mission unterwegs war. Dort habe ihm derselbe Egidius einen alten Reisenden vorgestellt. Dieser Reisende wiederum berichtete von ihm vom Land Utopia, das er angeblich mit eigenen Augen gesehen hatte und diesen Bericht gibt Morus nun wieder. Aber schon der Name des Reisenden macht misstrauisch. Während sein Vorname Raphael auf Hebräisch Gottesmedizin bedeutet, lässt sich sein griechischer Nachname Hyklodeus als Lehrschwätzer übersetzen. Einerseits stellt ihn Peter Egidius als Mitreisenden bei Amerigo Vespucci vierter und letzter Reise in die neue Welt vor. Auf der anderen Seite heißt es, er segle als Ulysses oder gar Plato. Innerhalb weniger Sätze wird der Berichterstatter einmal als Teilnehmer an einer wirklichen Reise ausgewiesen, einmal mit einer fiktionalen Figur und dem Erfinder eines Gedankenexperiments über den idealen Staat in Verbindung gebracht. Das eine dient der Anbindung der Erzählung an ein wirkliches Geschehen, nämlich die Entdeckung eines riesigen neuen Kontinents, der im Weltbild des Mitte-Elters nicht vorgesehen war. Der neue Kontinent, den der Kartograf Martin Weizelmüller 1507 zum ersten Mal Amerika nannte, war nicht nur ein realer Raum, den man erobern und ausbeuten konnte. Er war auch eine völlig unbekannte Welt mit ebenso unbekannten Phänomenen, die die Autorität der Überlieferung aus Bibel und klassischer Antike damit letztlich auch die europäische Gesellschaftsordnung infrage stellte. Er war zugleich ein Imaginationsraum, in dem man sich radikal andere Gesellschaften vorstellen konnte, selbst wenn sie so imaginär blieben wie die von Moros Entworfener. In diesem Sinn hat der mexikanische Schriftsteller Edmundo O'Gorman von einer regelrechten Erfindung Amerikas gesprochen. Ihre Ausführungen auf Europa waren nicht weniger radikal als die der Reformation und der Einführung des Buchdrucks. Liest man Utopia zum ersten Mal, fällt auf, dass die Beschreibung der eigentlichen Insel nur die zweite Hälfte des Buches ausmacht. Vorher sprechen Moros und Lodeos lange über die sozialen Probleme Europas und insbesondere Englands. Zum Beispiel über die profitabwerfende Schafzucht, die dazu führt, dass arme Pächter von ihrem Land vertrieben werden, keine Arbeit mehr finden und zu Dieben oder Bettlern werden, dass die Lebensmittel teurer werden, weil weniger Fläche für den Ackerbau bleibt. Das aber gehört gerade zum Thema. Weil die Gattung Utopie so neu ist, muss Moros erst einmal die Probleme skizzieren, auf die die utopische Gesellschaft antworten soll. So sind Armut und Hunger, wie sie in England grassieren, in Utopia kein Problem, weil das Privateigentum abgeschafft ist. Statt eines auf Lebenszeit eingesetzten Königs wählen die Bewohner ihre eigenen Vertreter und einen Fürsten mit begrenzter Amtszeit. Statt der enge und der bestialischen hygienischen Verhältnisse englischer Fachwerkstädte gibt es großzügige Steinhäuser mit Gärten und so weiter. Und um den Bezug überdeutlich zu machen, hat Utopia ungefähr die Ausmaße der britischen Hauptinsel mit ungefähr derselben Anzahl größerer Orte und einer Hauptstadt, deren Lage innerhalb der Insel, der von London im britischen Königreich entspricht. Im ersten dialogischen Teil fällt der ständige Widerspruch des Erzählers Morus gegenüber Hydlodeus auf, sodass sich die Sekundärliteratur bis heute uneins ist, ob der Autor Morus eigentlich Utopia für eine gute Idee hielt und sich nur zum Schein distanzierte oder ob er gerade zeigen wollte, wie unpraktikabel und verfehlt eine solche Gesellschaft wäre. In jedem Fall war Distanzierung ratsam, wenn es sich der Diplomaten Morus nicht mit seinem König verderben wollte. Bekanntlich wurde der zum Lord Kanzler aufgestiegene Morus auf Befehl Heinrich VIII enthauptet, weil er sich weigerte, einen Eid auf den König abzulegen, als dieser sich zum Haupt seiner eigenen Kirche erklärte. Was im Text Utopia ablief, war ein durchsichtiges Spiel für die winzige Leserschaft, die zu dieser Zeit überhaupt Morus lateinischen Traktat lesen konnte und bei der man wohl voraussetzen darf, dass sie die Anspielungen verstand. Everybody knows this is nowhere. Jedenfalls ist nicht bekannt, dass jemand versucht hätte, sich tatsächlich nach Utopia einzuschiffen, ebenso wenig wie später zum von Tommaso Campanella entworfenen Sonnenstaat oder nach Francis Bacon's Nova Atlantis, zu dem sich auch Dart noch zumindest lobend äußert. Andererseits ist die erzählte, die dargestellte Welt der Utopie nicht immer sehr weit weg von der Realität. So sagt Margaret Atwood über den patriarchalischen Gottesstaat in The Handmaid's Tale. I would not put anything into this book that humankind had not already done somewhere, sometime, for which it did not already have the tools. Die meisten Unterrückungsmaßnahmen in dieser Utopie sind oder waren historische Realität heute vielleicht noch mehr als vor 30 Jahren. Schon 2010 konstatierte Atwood American society has moved much closer to the conditions necessary for a take over of its own power structures by an anti-democratic and repressive government. Now we see a United States weakened by two draining wars and a financial meltdown and America seems to be losing faith in the basic premises of liberal democracy. Was seitdem passiert ist, muss ich hier nicht ausführen. The Handmaid's Tale und Utopia sind jedenfalls für mich deutliche Gegenbeispiele zu Darts Aussage. Das ist kein Schein-Eskapismus, das hängt nicht im luftleeren Raum, sondern ist an die jeweils aktuellen Probleme einer Gesellschaft gekoppelt. Utopien verhandeln in der Regel ebenfalls, was in Ost-Texas, Anatolien oder Sachsen passiert, aber in verfremdeter, dabei für das Zielpublikum durchschaubarer Form, durch und durch geplant, was sowohl für die Darstellung selbst wie auch für die dargestellten Gesellschaften gilt. Anders als oft behauptet, zielen Utopien in der Regel nicht darauf, deren Würfe auch praktisch umzusetzen, wie der Jurist Arthur von Kirchenheim am Ende des 19. Jahrhunderts unterstellte, als er Morris Buch direkt für die Exzesse der Wiedertäufer in Münster verantwortlich machte, oder wie Karl Popper, wenn er die Umsätze von Utopien kategorisch im Terrorregime enden sah. Das ist aus meiner Sicht eine Verwechslung von Text, Textzweck und Wirklichkeit. Nun stellt sich die Frage, was genau versteht Dart unter Science Fiction, wozu ist sie gut und wie verhält sie sich zu dem, was ich eben als Utopie charakterisiert habe. Ich kann hier natürlich nicht die fast 900 Seiten der Nie-Geschichte zusammenfassen, möchte aber einige Punkte hinausgreifen. Dart charakterisiert die Science Fiction als Hände Jadioin, als eine Zitat Redefigur, die einen Gedanken erst verdoppelt und dann die beiden Teilbegriffe zu einem neuen synthetischen Begriff koppelt. Traditionell könnte man die beiden Bestandteile Science und Fiction ja als Oxymoron auffassen, wie schwarzer Schimmel oder weniger ist mehr, aber das ist hier nicht gemeint, sondern ich zitiere Fiction ist eine besondere Sorte Science, Wobei Science und Fiktion hier das gemeinsam haben, dass sie eine besondere Art von Erkenntnis ermöglichen. SF ist für Dart eben nicht eine Anhäufung genretypischer Merkmale wie Zeitreisen, Roboter oder außerirdische Lebensformen, sondern ein bestimmter Modus des Erzählens. Dart beruft sich auf den englischen Romantiker Samuel Taylor Coleridge, der die Fiktion als Willing Suspense of Disbelief, also die absichtliche Auffordigung des Unglaubens, an das in der Fiktion Dargestellte definiert. Das geht erst einmal für jede Fiktion, auch für die Formen, die wir mimetisch oder realistisch nennen und die eine Abbildung unserer vertrauten Alltagswelt suggerieren. Die SF geht weiter, weil sie Schwächen vermeidet, die Dart einer realistischen Literatur zuschreibt. Die literarische Kernkonvention der Fantastik, so nennt es Dart, ist etwas, was er den Aufhebungsfunktur nennt. In diesem Begriff verschwinst er Coleridge's Aufhebung mit einem Begriff aus der mathematischen Kategorie in Theorie, den schon Philip Tyson vorhin näher erläutert hat. Der Aufhebungsfunktur suspendiert die Regeln unserer alltäglichen vertrauten Welt. Zitat Die Naturgesetzerwartungen des aufgeklärten Publikums werden vergessen und können deshalb durch etwas anderes ersetzt werden, das neue Erwartungen generiert und das Chaos der reinen Ereignismenge reduziert, indem es die Eigenkomplexität des Kunstwerks strukturiert. Dies geschieht mit Hilfe der negativen Induktion oder Neg-Induktion, die dazu definiert. Man leitet aus Gesetzen, die man nahezu beliebig wählen kann, dann aber befolgen muss, Ereignisketten ab, die sich erzählen lassen. Also, man arrangiert eine Verkettung von Schlüssen zum Zweck von Gewinnung von innerhalb des postulierten Gesetzrahmens zulässigen Ursache-Wirkung-Narrativen. Ihre gesetzesförmigen SF-Premissen sollten dabei nicht der unvermittelten Erfahrung Idealiter nicht einmal einer induktiv erarbeiteten und oder deduktiv abgesicherten Seite der Wirklichkeit entstammen. Diese Differenz zu unserer Erfahrungswelt ist das Kernmoment der SF, das sie von der realistisch genannten Literatur unterscheidet. Andere Welten werden so beschreibbar, die eigenen Regenfolgen oder in denen Dinge geschehen, die es in unserer Realität eben nicht gab oder gibt, etwa die deutsch-chinesische Raumfahrtmission zum Neptun wie in Neptunation oder Neptunation oder die posthumane Zivilisation der Gente in die Abschaffung der Arten, denen ein Krieg gegen halb unbelebte Keramikwesen aus dem südamerikanischen Regenwald aufgezogen wird. Anders als in realistischer Fiktion gehe es um das Ausloten einer möglichen Zukunft, um eine Art von Wahrscheinlichkeitsdenken im Falle der Abschaffung der Arten etwa um die Frage, wie sich eine bewusste Handhabung der Evolution durch Menschen beziehungsweise posthumane Wesen auswirken könnte. Es geht darum, warum den Menschen passiert ist, was ihnen passiert ist. Diese Kunstgattung, nämlich die SF, könne wie wenige andere Menschen Beschäftigungen der Verbindung zwischen unseren Anbauungs-, Erkenntnis- und Wahrnehmungsweisen einerseits und unserer Subjektkonstitution unserem Selbstempfinden als Einzelne wie als Gattungswesen andererseits, also einer ganz speziellen Vermittlung des Subjektiven mit dem Objektiven in Bereiche nachspüren, die andere Erzähl- oder Darstellungskünste nicht interessieren und die ihnen deshalb auch verschlossen bleiben. Der Trick sei, so Stefan Willer in einem Aufsatz, Science und Fiction so miteinander ins Verhältnis zu setzen, dass Fiktionen mit gleichsamen wissenschaftlichem Anspruch durchgespielt werden. Das ist Kontemplation um ihrer Selbstwillen oder als Lehrprogramm. Es geht, um es mit einem Zitat aus Der Schnitt durch die Sonne zu sagen, nicht um Wissensvermittlung, es geht um bestimmte Haltungen zum Wissen, die da erprobt werden und das in Form einer spekulativen Fiktion. Die Reflexion ist bei Darth natürlich auf eine emanzipatorische Theorie und Praxis bezogen. Umfassender kann kein ästhetischer Erkenntnisanspruch sein, heißt es im Nachwort zu Peter Hacks ästhetischen Schriften und weiter, wir wollen nicht der Kunst einen Platz in irgendeinem Weltschema zuweisen, sondern wir wollen die ganze wirkliche Welt erobern, vermittelt durch die Kunst. In seinem Selbstverständnis wäre die emanzipatorische Theorie und Praxis natürlich der Marxismus, was aber gerade nicht heißt, dass seine Texte schon vorgeprägte Botschaften vermitteln. Vielmehr wird die erzählte Welt zur Versuchsanordnung. Ein Patentrezept zur Herbeiführung einer anderen Gesellschaft, etwa das Kommunismus, sieht jedenfalls deutlich anders aus als Dietmar Darts Romane. Sie merken schon, das klingt, als wäre es gar nicht so weit weg von dem, was ich anhand von Moros für die Utopie beschrieben habe. Sowohl Utopie als auch SF arbeiten mit Aufhebungsfunkte und Neginstruktionen. Sie schildern eine Welt, die verschieden von jener unserer Erfahrung ist und machen sie so plausibel, dass wir zur Aufhebung des Unglaubens à la Coleridge bereit sind. In beiden Fällen dient die Fiktion nicht der reinen Unterhaltung, sondern der Reflexion über unsere Erfahrungswelt, eventuell auch über Konsequenzen, die sich für ihr Publikum, also uns, daraus ableiten, aber sicher nicht in Form einer buchstäblichen Umsetzung des Dargestellten. Es geht um eine Haltung von AutorInnen und LeserInnen zur dargestellten Welt. Das mag ein Tektat von 1516 anders handhaben als ein Roman oder Film von 2020, aber das sind eher graduelle als substanzielle Unterschiede. Fragt sich, worin Utopie und SF sich dann überhaupt unterscheiden? Vielleicht im Schauplatz? Insofern das eine gern auf entlegenen Inseln das andere in der Zukunft spielt? Sicher nicht, denn Utopien können seit Ende des 18. Jahrhunderts in der Zukunft spielen und SF auf Inseln. Die Utopien der frühen Neuzeit kennen außerdem schon Reisen zum Mond oder zu anderen Planeten. Ist die Betonung des Technischen der neuen Erfindung dann ein Monopol der SF? Ebenfalls negativ. Francis Bacons frühe Utopie Nova Atlantis von 1627 spielt nicht nur auf einer fiktiven pazifischen Insel namens Ben Salem, sie handelt auch von Salamons Haus, einer Art Forschungsinstitut, wo Technologien entwickelt werden, deren reale Umsetzung für das 17. Jahrhundert nicht denkbar war und teils für unsere Zeit noch nicht ist. Dass Utopien immer eine vorgefertigte Botschaft vermitteln wollen, eine rein negative oder rein positive Alternativwelt, auch das steht bestimmt bei näherer Betrachtung nicht. Ein Unterschied liegt sicher in der größeren Variationsbreite und Radikalität der Negennotionen in der SF. Dort sind Figuren, Gesellschaften und Reisen denkbar, die die Genregrenzen der Utopie zumindest des 16. bis 19. Jahrhunderts bei weitem sprengen. Doch die Gente und die Keramikwesen in der Abschaffung der Arten mögen sich von herkömmlichen Menschen oder den Bewohnern der Utopias und der Ben Salems unterscheiden. Aber der Mensch des frühen 21. Jahrhunderts bleibt ihre ausdrückliche teils verdeckte Bezugsgröße nicht anders als die Utopia, auf das England des Jahres 1516 bezogen sind. Trotz ihrer Familienähnlichkeit sind beide Gattungen natürlich nicht aufeinander reduzierbar. Nicht nur wegen der unterschiedlichen Genealogie der beiden Gattungen, sondern auch, weil sie unterschiedliche Akzente setzen. Die Utopie legt ihren Schwerpunkt auf eine Gesellschaftsbeschreibung, einer Gesellschaft, die an einem anderen Ort und oder in der Zukunft existiert. Die ESF mag den Rückbezug auf eine solche Gesellschaft zwar teilen, aber ihr Formen- und Figurenrepertoire ist wahrscheinlich reicher als das der Utopie. Gerade Dietmar-Darts-Welten sind ein gutes Beispiel dafür. Hier spielen Naturwissenschaften und Mathematik eine zentrale Rolle, Künste- und Gesellschaftstheorien werden expliziter Gegenstand der Gespräche zwischen Romanfiguren. Die Texte gewinnen so stark selbstreflexivige Züge. Doch trotz dieser Unterschiede sollte die große Schnittmenge zwischen Utopie und SF anerkannt werden. Wenn Utopie und der SF aber so nahe Verwandte sind, woher Vorbehalte vorbehaltene. Zum einen sicher, weil er die dort geentworfenen Gesellschaften oft als zu thesenartig, zu einseitig positiv oder negativ geschildert wahrnimmt. Aber es gibt durchaus ambivalente Utopien. Sicher will niemand in der Welt von 1984 oder Corpus Delicti leben, aber schon bei Brave New World ist das nicht mehr so klar, wenn man an die Stelle in Michel Elementarteilchen denkt, auch das ein Roman mit Zügen der Utopie, an der einer der beiden Protagonisten behauptet, Huxley habe seinen Zukunftsentwurf positiv gemeint. Sicher ist aber, dass viele Utopien eine statische Gesellschaft schildern, in der sich nichts entwickelt und noch keine Entwicklung möglich ist. Man denke wieder an Huxley und Orwell, wo die Rebellen gegen das System scheitern, sich töten oder gebrochen werden. In den frühneuzeitlichen Texten ist das statt der anderen Welt ohnehin kein Problem, weil sie vorgeblich nichts mit Europa zu tun hat. Eine statische Welt heißt aber aus Darts Sicht, der Text streitet uns bereits vor, welche Haltungen wir gegenüber der beschriebenen Welt einzunehmen haben. Ein solcher Text verstieße aber gegen wichtige Maximen Darts. Mit solchen Lehrbüchern verglichen, zu denen er wohl echtliche Utopien zählen würde, gehen Darts Texte eben anderes vor. Die beschriebenen Textwelten bleiben nicht statisch, sondern verändern sich, Gesellschaften entwickeln sich anders als von ihren UrheberInnen intendiert. Um ein letztes Mal CyrusGolden.de zu zitieren, ich vermute, es wird alles immer besser und immer schlechter, je nachdem. Dieser dynamische Charakter trifft auf die meisten SF-Bände Darts zu. Nur das kurze Hörstück im erwachten Garten fällt mir spontan als Ausnahme ein. Ein anderes mögliches Argument wären Parallelen zwischen den Defiziten der Utopie als Gattung und dem, was Marx und Engels dem utopischen Sozialismus vorwerfen, dass die Gesellschaftsentwürfe nicht wissenschaftlich fundiert sind, nicht in den ökonomischen Gegebenheiten ihrer Epoche verwurzelt, unfähig, ich zitiere aus dem Kommunistischen Manifest, die geschichtliche Selbsttätigkeit, die eigentümliche politische Bewegung des industriellen Proletariats zu erkennen. Utopia als Vorwegnahme einer nicht entfremdeten Menschenexistenz wäre demnach ohne ökonomische Grundlage gewesen, ohne Fundament, weil Moritz noch im Übergang zwischen Feudalismus und bürgerlicher Emanzipation befangen, die ökonomischen Grundlagen der Verwirklichung der Gesellschaft der Utopia 1516 noch nicht gegeben waren und der Autor einfach nicht in der Lage, diese Situation richtig zu analysieren. Lässt diese Utopie, diese gesellschaftliche oder lässt die Utopie überhaupt ihre gesellschaftlich- ökonomische Basis außer Acht, deutet sie zwar auf eine Haltung zur Welt und zum Status Quo, der man zustimmen und die man ablehnen kann. Zur Analyse der Gesellschaft, in der sie entstanden ist, ist sie so gesehen aber vielleicht nicht geeignet. Schließlich noch ein drittes pragmatisches Argument. Da geht es in seinen poetologischen Texten darum, ein möglichst klares Modell der SF zu liefern und sie von anderen Kunstgattungen abzugrenzen. Zwar gibt er Überschneidungen zu, aber sie sind es nicht, die ihn interessieren. Daher muss er die Differenz zu anderen Gattungen betonen, auch zur Utopie. Ein ganz kurzer Epilog. Als ich meinen Themenvorschlag für diese Tage einreichte, sprach ich vom utopischen Moment in Darts-SF-Texten. Jetzt glaube ich, das war wohl nicht ganz präzise. Er ging es um eine Schnittmenge zwischen Utopie und SF. Sie ist natürlich nicht nur bei Dietmar da zu finden, aber sie ist für mich einer der vielen guten Gründe, seine Bücher zu lesen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Stefan, für deine Ausführungen. Fragen hierzu? Beiträge? Anmerkungen? Warten wir kurz? Totoro sagt auch nicht. Franziska, bist du? Wolltest du? Okay. Ja, ich habe eine Frage. Also erst mal vielen Dank für den Vortrag, lieber Stefan. Ich habe eine, also was ich sehr spannend fand, war die Abgrenzung, Utopie, Darts-Texte. Also ein Aspekt, den du genannt hast, war ja auch das, dass du gesagt hast, im Grunde geht es nicht um ein Feststellen, nicht um eine eindeutige Botschaft. Und ich habe im Vorfall zu meinem Vortrag auch lange darüber nachgedacht, man liest ja in der Forschung auch immer mal wieder, Darts würde engagierte Literatur schreiben. Und ich habe mich da mit dem, also ich glaube, dass er das nur macht, wenn man das im Sinne Adornos einer offenen Dialektik sieht. Aber vielleicht könntest du dazu, also wie würdest du das einschätzen? Also weil das ja auch was bei dir, bei der Anklang in der Abgrenzung zur Utopie. Naja, ich würde schon sagen, dass er natürlich seine Leserinnen dazu bringen will, über die Gesellschaft nachzudenken und diese Anregung überhaupt zu liefern, also nicht in einer Gattung, die man oft einfach als etwas sieht, was reine Unterhaltung ist und eine reine Unterhaltung dient. Diese, es deutlich zu machen, dass diese Gattung nicht nur reine Unterhaltung ist, sondern man tatsächlich zum Nachdenken anregen soll, da in dem Sinne ist das schon engagierte Literatur und man könnte vermutlich an einigen Stellen sagen, dass er mit gezinkten Karten spielt, weil er, denke ich, schon möchte, dass wir uns sozusagen in unsere Gedanken sich in die Richtung entwickeln, die er emanzipatorisch nennen würde, nämlich in eine marxistische. Das sicher schon, aber es sind sicher keine Thesenromane in dem Sinne zu sagen, Kommunismus ist gut, Kapitalismus ist schlecht, denn dann würde er sich seine Texte ja nicht von dem unterscheiden, was er der Utopie vorwirft. Er wirft ja Leuten wie Orwell gerade vor, dass die These von Anfang an feststeht und dass sich da eigentlich auch nichts mehr ändert in den 200 oder 300 Seiten, die 1984 umfasst. Es geht ja nicht nur um Überwachungsstaat, es geht also, es geht ja eigentlich auch um eine Durchsetzung des Stalinismus, den er abnimmt. Es heißt ja nicht umsonst Englisch Socialism, was da herrscht. Vielen Dank. Sonst noch? Christian? Ja, also erst mal auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Stefan, für den Vortrag. Auch Franziska noch mal rückblickend. Eine Gemeinsamkeit gab es ja, dass ihr beides mal, was ich auch interessant fand, nie Geschichte gesehen habt, eben auch als einen Versuch einer poetologischen Selbsterklärung. Und ein anderer Aspekt, auf den ich aber hinaus möchte, nämlich der Begriff der Haltung, der ja wirklich häufig vorkommt bei Dart und da würde ich eigentlich gerne noch mehr zu erfahren. Also es ist ein Begriff, den er glaube ich auch von Hacks insbesondere rezipiert hat. Es ist ein Begriff, der auch bei anderen Autoren auftaucht, auch Brecht spricht von Haltung an verschiedenen Stellen in Texten der 30er Jahre. Und wo lässt sich das eigentlich festmachen? Also es werden Haltungen vorgeführt von Figuren, ja, sagen wir mal, oftmals emanzipatorische Figuren ja auch, die voranschreiten wollen, die sich mit dem Gegebenen nicht zufrieden geben wollen, die weiter streben. Das wäre ja sozusagen einmal so ein Versuch, das an einer Figur festzumachen. Wenn man jetzt halt die salzweißen Augen nimmt, dann wäre sozusagen da eine Grundhaltung des Rezipienten eingefordert, nämlich sozusagen zu einer eben versachlichten, aufklärerischen Lektürehaltung, sich auch durchzuringen mit Bezug auf die Genres, die dort verhandelt werden. Da ist natürlich Haltung nochmal woanders angesiedelt. Und dann jetzt aber nochmal allgemeiner die Frage, wie lässt sich das überhaupt weiter literaturwissenschaftlich, wie lässt sich damit umgehen mit so einem Begriff der Haltung? Woher rührt der eigentlich? Und wo ist vielleicht auch die Problemgeschichte? Es ist meines Wissens nach auch sozusagen ein latent im Zusammenhang von, sagen wir mal, NS-Denken oder so, aufgebauter Begriff und stark nachgebrachter Begriff von Haltung. Also wo sind vielleicht auch die Probleme dieses Begriffs Haltung? Wo ist es sozusagen auf der anderen Seite ein Schlüssel? Und wo liegt sozusagen da ein poetologischer Ansatz, aber auch wirklich in die Texte zu kommen? Und wo muss man anschließen? Sind es die Figuren? Sind es eben andere Formen des Zugriffs? Also das finde ich sehr spannend, diesen Begriff der Haltung, weil er eben sehr weit ist, aber eben offenbar auch da einiges anschließt. Ja, vielen Dank, Christian. Das ist schon mal, das ist eine sehr komplexe Frage. Also ich glaube, wo kann man die Haltung verorten? Wo kann man Haltungen verorten? Das ist noch, das ist das Einfachste. Das sehe ich auf drei Ebenen. Es gibt tatsächlich, das hast du ja angesprochen, es gibt tatsächlich eine intradiegetische Haltung, eine Haltung von Figuren, die ja auch aus meiner Sicht oft als Identifikationsfiguren angelegt sind. Für mich war das in sämtliche Gedichte, um den Roman zu nehmen, den uns Franziska nochmal nahegebracht hat. Für mich ist Adam Sladek eben auch eine Identifikationsfigur gewesen, die wir sympathisch finden sollen und mit der wir uns durch dieses Buch bewegen sollen. Vielleicht sehe ich das falsch, aber jedenfalls glaube ich, es gibt solche Figuren in den Romanen, die mit denen wir uns, mit deren Haltung zur Welt wir uns identifizieren sollen. Zweitens sehe ich tatsächlich, auch das hast du angesprochen, gibt es die Stimulation oder die Forderung nach einer Haltung bei den Rezipientinnen und Rezipienten. Das heißt, diese Texte fordern, auch gerade weil sie oft sehr anspruchsvoll sind, fordern sozusagen eine gewisse Offenheit bei den Lesern, sich und natürlich sich auch auf diese erzählten Welten einzulassen. Und der dritte Punkt liegt für mich eben beim, es gibt auch eine Haltung des Erzählers, also dieser Erzählinstanz zur Welt, die aus meiner Sicht eben eine ist, diese Welt einfach als Möglichkeitsraum zu öffnen und sehr viel innerhalb dieser Welten einfach zu zeigen. Und zwar auch mit einer gewissen Offenheit gegenüber verschiedenen Positionen, die in dieser Welt da sind. Ich sehe da oft einfach, also in vielen Romanen, wie in Neptunation oder für immer in Honig, sehe ich einfach auch eine Haltung im Erzähler, nicht nur einen komplexen Kosmos aufzumachen, sondern auch völlig unterschiedliche Figuren innerhalb eines solchen Kosmos zu zeigen. Dann ist da dann, die schwierige Frage ist schon, wie macht man das Literatur wissenschaftlich fruchtbar? Man kann es natürlich, wie du das auch gemacht hast, man kann es sozusagen in eine Tradition des Haltungsbegriffs bei Hacks oder bei Brecht stellen. Ich muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass ich mich damit jetzt im Vorfeld nicht genauer beschäftigt habe, aber wenn ich das nochmal schriftlich überarbeite, ist das sicher was, was ich mir dann nochmal genauer angucken werde? Und die letzte Frage, ja, ist etwas problematisch am Begriff der Haltung? Ich würde vermuten, dort würde sagen, naja, also dass zumindest Autoren und Autoren eine gewisse Haltung gegenüber ihrem Text haben und gegenüber dem, was in den Texten drin ist, ist unumgänglich. Die Frage ist, ob sie das reflektieren oder nicht reflektieren. Ich muss selber sagen, dass ich jetzt, gibt es Haltung sozusagen als problematischer Begriff einfach, es mit parteiisch zu übersetzen, sozusagen eine bestimmte parteiische Haltung ist einfach die Voraussetzung dafür, überhaupt wertvolle Literatur zu schreiben. So würde ich das zumindest im Nationalsozialismus übersetzen, dass, ich glaube, das ist hier nicht gemeint. Wenn ich mich kurz einschalten darf, weil Stefan schon darauf hingewiesen hat, er möchte da noch gerne mal nachschauen, wenn es um das Schriftliche geht. In der Poetikvorlesung, die jetzt gerade erschienen ist, gibt es eine ausführliche Passage zum Haltungsbegriff. Und fast genau im Grunde die Fragen, die jetzt gerade behandelt wurden, fast ganz ausführlich, als ob er es geahnt hätte. Kann ich kurz sagen, weil es tatsächlich auch mit der, für mich noch mit einer Frage zusammenhängt, genau, bei der es eben um Autopide zusammenhängt, da liegt sie. Genau, wunderbar. Aber ich habe es nicht mehr berücksichtigen können. Das ist ja auch fies, dass ein Buch irgendwie sechs Tage vor dem Vortrag rauskommt. Okay, das, genau. Aber da kannst du es gleich finden. Im Stilz, wenn ich, worum es sehr geht, ist, dass er sagt, Haltung ist nicht Meinung. Also Haltung ist nicht Meinung. Haltung ist nicht Meinung. Haltung gestaltet sich als eine, als ein Verhältnis zur Wirklichkeit, also muss Wirkliches mitgestalten wollen. Also die Beziehung ist wirklicher, nicht? Und die Frage, was wirklich ist, nämlich zu unserer Wirklichkeit gehört natürlich auch im Grunde das Fantastische, nicht? Weil unser Erlebnis und unsere Wirklichkeit besteht auch aus fantastischen Anteilen. Aber unsere Haltung ist immer, kennzeichnet natürlich ein Wirklichkeitsbezug. Und wenn man es literarisch gestalten will, das war ja die Frage, also wie kann ein literarisches Kunstwerk Haltung zeigen? Dann heißt das, also die Antwort von ihm wäre, Haltung zeigt sich im literarischen Kunstwerk dadurch, dass ich drei Größen in ein Verhältnis bringe, nämlich Thema, Stoff und Form. Er macht das dann so in bestimmten Beispielen, Lemmes 1 zum Beispiel. Und das Entscheidende, ich glaube, da sind wir jetzt bei eben der Frage, was eigentlich Utopie und wo Science Fiction ist und warum die Probleme mit dem Begriff auch da auftreten, ist, dass es, wie man da glaube ich, sehr stark darum geht, Haltung ist etwas, was sowohl den Produzenten als auch den Rezipierten einschließt. Und das ist etwas, was im Grunde, und es geht tatsächlich darum, dieses Verhältnis von Thema Stoff und Form so zu gestalten, dass ich letztendlich auch verschiedene Haltungen daraus entwickeln kann. Und der Produzent muss im Grunde das so formulieren oder muss im Grunde das Ganze so gestalten, dass ich als Rezipient eintreten kann und in diese Wirklichkeit eintreten kann und alles Mögliche damit machen kann. Und auch im Grunde den Text gegen eine scheinbar offensichtliche Haltung lesen könnte. Und da sind wir zum Beispiel, wenn wir bei Orwell sind, ist natürlich schon das ein Problem, dass man gestaltet, das ist das Problematische, dass man sagen kann, naja, das ist, wie die meisten, also das Schwierige ist ja, man kann eigentlich gar keine richtigen Utopien schreiben in dem Sinne von einer Utopie, sondern eigentlich sind alle Utopien, die wir heute sehen, sind eigentlich Dystopien. Es gibt im Grunde, also von Huxley ab, alles, was quasi, oder alle Dystopien, nee, nicht alle Dystopien sind Utopien, aber umgekehrt, alle Utopien sind auf jeden Fall Dystopien, weil natürlich alles, was schön ist, gar keinen Spannungsfaktor mehr ergibt, sondern man muss da was, was Untergründiges sein. Da würde ich gerne noch ganz kurz was zu sagen. Es gibt sozusagen einen Teil, den ich aus dem Begriff rausgeschmissen, aus dem Vortrag rausgeschmissen habe, ein Verständnis von Utopie, der aber was anderes ist als eine künstlerische Gattung, nämlich, dass es in den Büchern immer wieder Durchgangsmomente gibt, die man eigentlich auch als Idoen bezeichnen kann, wo also perfekte Momente der Harmonie durchaus drin sind. Also mir fällt als einzelner Text wieder im erwachten Garten ein, ich weiß nicht, wie viele das kennen, als dieses Hörstück, das man mit einem Kammerkollektiv gemacht hat, wo eben tatsächlich eine vollständig, aus meiner Sicht vollständig harmonische Welt dargestellt wird. Es ist die Welt der Gente, die dann in der Abschaffung der Arten zerstört wird, aber sozusagen nur in einem kurzen, in einer kurzen, ausgekoppelten Durchgangshaltung. Und es gibt natürlich immer wieder Liebesverhältnisse, die, in denen es etwas, etwas gibt, wo was man eben in der Alltagssprache als Utopie bezeichnen kann. Aber die sind sozusagen immer nur ein Teil der Welt und in vielen Fällen auch nur in den Texten nur ein Durchgangsstadium. Aber sozusagen, das war mir jetzt zu kompliziert, deswegen habe ich diesen Teil dann einfach rausgestrichen. Ich halte den Hinweis für super. Für mich ist die Grundfrage, also ich glaube, was man nicht verwechseln darf, ich glaube, wenn wir von Utopie, Dystopie, Science Fiction reden, ist es, man muss glaube ich trennen, also ganz schwierig ist, wenn man da mit Utopien oder Dystopien sowas wie die ontische Verfassung von Textwelten meint. Weil ich sage, wie gut ist es zu uns? Ja klar, darum geht es nicht. Und ich glaube, die Aversion, es gibt diesen Beitrag im Standard von Dietmar Dard, wo die Zurückweisung dieser Begriffe stattfindet, weil er sagt, naja, das klingt so, als ob es letztendlich den Erschaffern dieser Welt erst mal darum ging, unsere Fragen zu beantworten, nicht? Das ist eigentlich ein Statement, auch wie gesagt, Ostopie. Ich glaube, es ist die Schwierigkeiten, das ist ja eine ererbte Schwierigkeit, weil man hat die bei Darko Subin schon ganz genauso und bei Lem auch, dass gesagt wird, naja, das Problem ist, wenn wir Utopie und Dystopie sagen, dann legen wir quasi der Welt, die sich da vor uns ausbreitet, schon im Grunde ein Bedeutungskonzept auf, sofern wir davon ausgehen, dass die Fragen, die die Bewohner dieser Welt haben, die gleichen Fragen sind, die uns interessieren. Und dass sie im Grunde sich nur einen Bezug auf uns eben erklären lassen. Und jemandem wie Subin, der ganz Marxistisch ist, da kommt dann die Überlegung, im Grunde ist das Technokratie, das ist Extrapolation. Das heißt, wir als Leser, wenn wir irgendwo Utopie sehen oder Dystopie sehen, wir als Leser schreiben quasi diesen Text neu von uns her, aber er soll gar nicht von uns her geschrieben sein, sondern er soll tatsächlich, wie ich das vorhin bei, in Bezug auf sämtliche Gedichte gesagt hätte, Gesetz sein. Also etwas, was einfach gesetzt wird erst mal. Dass wir uns einleben müssen und neue und im Grunde selbst wieder Möglichkeiten erkunden wollen. Jetzt ist Franziska dran, ich bin sofort ruhig. Ich würde gerne, also im Reflex auf das, was du gerade gesagt hast und auch auf die Frage, die Christian Hippe gestellt hat, wo liegt denn vielleicht auch was Problematisches dieser Haltung? Ich habe das ein bisschen versucht, mit dem Lolita-Motiv anzudeuten. Also tatsächlich, wenn man nur auf diese Eigengesetzlichkeit geht und auch nur auf diese Autonomie, man kommt neben der Beliebigkeit tatsächlich oder zumindest ich dann doch auch in Bereiche, wo man doch eine Haltung hat. Und auch, wo es vielleicht auch mit Identifikationsfiguren, ich finde es irgendwie lustig, dass für dich die Adam Sladek ist, also vielleicht gibt es da doch genderspezifische Unterschiede. Also ich frage mich tatsächlich ein bisschen mit dieser Haltung, also ist es ein, man müsste ja auch nochmal differenzieren, ist es eine Haltung im politischen Sinne oder ist es ein Ethos. Das sind erstmal nicht unbedingt ganz geschiedene Begriffe, aber doch Begriffe, die man irgendwie erstmal analytisch auseinander halten sollte. Und tatsächlich ist eben für mich auch das Spannende dieses, dieses Spiel zwischen, oder nicht Spiel, das ist, das ist zu wenig, aber dieses Offenhalten, Offenhalten verschiedener Möglichkeiten ist aber eben immer auch eine Balance, zu dem will man wirklich alle Möglichkeiten offen halten und gibt es Dinge, die man wirklich sozusagen rein im Ästhetischen betrachten kann. Das wäre auch eine Frage, die man sicherlich nochmal in den salzweißen Augen stellen kann. Lass die Dinge wirklich rein ästhetisch betrachten und ist das wirklich das, was die RezipientInnen damit machen? Ja, eine wichtige Anregung. Okay, also das sind, klar, das sind, wären Dinge, die Aspekte, die ich tatsächlich berücksichtigen müsste. Ich meine, für mich sind, zeigen die salzweißen Augen, wenn wir jetzt auf diesen, über diesen, über diesen konkreten Text sprechen, sehe ich eigentlich auch eine eine Diskrepanz zwischen, zwischen der Argumentationsweise dieser Figur David Dalek, die diese Briefe schreibt und damit tatsächlich so eine Art ästhetisches Erziehungsprogramm ja auch durchziehen will. Das ist ja das ist ja kein, mich erinnert es sehr an Schiller und seine ästhetischen Briefe und der Art und Weise, wie eben diese Figur David Dalek wirklich handelt. Ich meine, diese Fantasien, die er gegenüber der Figur Sonja hegt, die sind ja zutiefst problematisch und und richtig schlimm und aber ich habe das Ganze eben auch dadurch eingeklammert gesehen, als dass das eben im Unterschied zu anderen Texten eben kein, auch kein Text war, wo Dietmar Dath spricht, sondern wo eine Figur spricht, die sicher autobiografische Züge hat, aber selbst schon wieder eine literarische Figur ist und insofern diese Literarisierung der Figur, die das, die das Ganze vorbringt, hilft aber auch dabei für uns als Rezipientinnen und Rezipienten das Problematische dieses Textes wieder abzufedern, indem wir sagen können ach, es ist ja nur eine Figur, die sowas vorbringt und ich glaube, das hat genau mit der damit zu tun, was du zu Recht als problematisch an diesem Text beschreibst. Gut, dazu noch jemand? Wortmeldung noch? Gut, dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Stefan. Ja, ich habe zu danken. Vielen Dank. Und wir machen fünf Minuten Pause und dann hören wir Nils Penkel über Darts Archive. Bis dahin. Wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank. 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 Zitat Ende. Vielen Dank. wandert, wird jemals wieder hervorgeholt. Der Aspekt der Aufmerksamkeitskonkurrenz, des Interesses ist stets präsent. Moritz Basel hat die literarischen Verfahren der Archivierung am deutschen Poproman der 1990er Jahre untersucht. Erstaunlicherweise taucht Dietmar Dard darin nicht auf. Dabei hätte er nur allzu gut mit hineingepasst, vielleicht sogar unbedingt hineingehört. Denn wenn ich Dietmar Dard richtig verstanden habe, bezeichnet sein Popbegriff alles, was unter kapitalistischen Bedingungen entsteht und sich reflexiv dazu verhält. Damit wären viele von seinen Texten Pop, aber auch im Sinne Baselers, Diederichsens, Thomas Hecken wurde schon genannt. Denn der reflexive Bezug nicht nur auf einen unter kapitalistischen Bedingungen entstehenden Allgemeines, sondern auf ein spezifischeres Populäres, also Populäres verstanden als ein Sammelbegriff für alle Phänomene, die Beachtung gefunden haben und demnach bereits das Produkt eines doppelten Vergleichs beziehungsweise einer doppelten Selektion sind. Ja, in der Produktion der paradigmatischen Achse des Textes einerseits, in der Rezeption durch ein zunächst nur virtuelles, dann mit der Veröffentlichung real werdendes Publikum andererseits. Kultur als ein allgemeines Archiv umfasst alles, was im Modus des Vergleichs irgendwo erscheint. Spezifische Archive, ja, Baslers Popbeispiele oder eben Dietmar Darts Texte, wiederum schaffen spezifische Vergleiche und Unterscheidungen. Sie sind somit konstitutiv für die Verfahren der Popliteratur, die sich von anderen literarischen Verfahren dadurch unterscheidet, dass sie auf bestimmte Themen und Motive zugreift, ihre paradigmatische Achse mit bestimmten ausgewählten Elementen besetzt, diese also archiviert und andere hingegen unberücksichtigt lässt. Jeder Text ist damit das Resultat von einer großen Reihe von Selektionen. Ja, also diesen Möglichkeitssinn, der eben im Vortrag von Stefan Höppner schon angeklungen ist, den kann man hier natürlich auch wieder ansetzen. Also auch die Ausstellung der radikalen Möglichkeiten einer literarischen Textkonstitution, denke ich, sind bei Dietmar Darts, gerade in so einem Text wie die Ehre des Rudels, nahezu mit Händen zu greifen. Ja, was wird gewählt? Basler sieht in Pop vor allem dann die Markennamen, also Produkte des Konsums, konstitutiv an, aber eben auch der Bezug auf populäre Musik, auf entsprechende Geschmacksfragen, Distinktionen, auf Listen, auf die Soundtracks verschiedener Leben, ikonische zeitgeschichtliche Ereignisse. Auch bei Dietmar Darts gibt es das alles. Aber, und darüber möchte ich heute sprechen, über die allgemeinen wie idiosynkratischen Archivbestände, ihre kulturpoetischen Leistungen, über ihre Drastik, ihre Ästhetik im Zeichen der Drastik. Ja, immerhin steht mit dem Horror bereits eine affektpoetische Markierung im Paratext und ihren kulturdiagnostischen Gehalt. Scheinbar geht es hier, wie es in den salzweichen, äh, salzweichen, salzweißen Augen heißt, um die, Zitat, schlecht ausgeleuchteten, peinlichen und fiesen Winkel, die Gegend, wo schlechter Geschmack, schäbige Produktionsbedingungen, extreme Oberflächlichkeit, rein auf Effekt reduziertes, in jeder Hinsicht rudimentäres und krudes Kunsthandwerk unter der Formation des drastischen Zusammenkommens. Also auch das Cover trägt da einiges dazu bei. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Also hier so ein wolfsartiger Hund mit weit aufgesperrtem Maul zu sehen. Es erinnert an so eine gewisse trashige Horror-Kultur der 80er und frühen 90er Jahre, wie man es von Videokassetten und entsprechenden Romanen vielleicht noch kennt. Drastik und ästhetische Negativität, die Intensität von Darstellungsverfahren, die sich nicht scheuen, sondern zeigen, was und wie etwas passiert. Also es wurde ja vorhin auch schon angesprochen, also die Drastik als ein Mittel der Aufklärung. Ja, also das, DART formuliert es auch, dass die Datendichte der drastischen Darstellung einem höher vorkommt, weil Daten dabei sind, die man normalerweise unterschlagen würden. Ja, also der Splatterfilm oder der Porno, der einfach Dinge offen sichtbar macht, die in anderen Darstellungsverfahren eher in der Latenz verbleiben und nicht genannt und nicht gezeigt werden. Und auch da bedient sich eben dieser Drastik, mit der Körper verletzt, zerteilt und getötet werden, als eben ein solches Verfahren der Aufklärung. Ja, der ästhetische Rest heißt es bei ihm der Aufklärung nach ihrer politischen Niederlage. Eng verbunden ist dabei das Objekte, das in der Ehre des Rudels als Blut, Urin, Speichel, Geifer und in Form Quellen der Eingeweide auftritt. Damit diese Wertungsfrage, also bei Uta Degner, die auch schon erwähnt wurde, wird das ja diskutiert, also der Virtuose des Trash und diese Frage, ja, ist das jetzt gute Kunst oder schlechte Dinge oder etwas anderes? Aber die Frage lasse ich vielleicht heute hier außer Acht. Genau, also das Entscheidende ist, denke ich, die Ausnahme, ja, also gerade dann, wenn man den, also Dart stellt das ja selber auch immer wieder zur Disposition und macht da ja solche Interpretationsangebote seiner eigenen Texte, wie verhält sich jetzt sein eigenes Schreiben zu Trash oder zu Kitsch oder zu was auch immer, um dann festzustellen, ja, aber es gibt diese entscheidenden Abweichungen, es gibt quasi die Ausnahme und die Ausnahmen, das sind nicht nur, wie bereits Karl Schmitt wusste, immer interessanter als der Normalfall, sondern sie treiben im Kleinen die Distinktion wie im Großen kulturpoetisch voran. Ja, und auch auf der Erzählebene ist der schleichende Ausnahmezustand Thema, der Ehre des Rudels. Aus der Distanz von nunmehr fast 25 Jahren zeigt der Roman ein Panorama deutscher Realitäten der 1990er Jahre, das auch ein Abbild jener Technomediokratie, Zitat ist, und ihrer Aufmerksamkeitsökonomie, die im Rückblick mitunter nostalgisch bis bizarr anmutet. Worum geht es? Eine Stadt in Süddeutschland, Freiburg, die sich herausstellt, wird von verschiedenen zunächst unerklärlichen Phänomenen heimgesucht. Jugendliche Satanisten und Mordlust seine Hunde treiben ihr, wie soll es auch anders sein, verleugnetes, dann beschwichtigtes Unwesen. Ein faschistischer Lehrer rekrutiert seine Schüler und Schülerinnen für eine Pseudo-Hinduistische Zeit. Langsam zu hier, sagt eine Romanfigur, wie in einem der albernsten Bücher, die wir je verkauft haben. Die Figur arbeitet in einem Laden namens Fantastic Corner, um diese Lage zu beschreiben. Daneben stellt auf theoretischer Ebene sprachphilosophische Reflexionen, also auch mit Bezug auf das, was Philipp Theisern einführend gesagt hat, also hier bei der Ehre des Rudels spielen die Keimsilben, ja, also auch diese Morphismen eigentlich eine große Rolle und es fängt schon mit dem Wow, Wow, Wow des Hundes an, um quasi anzuzeigen, hier, das sind diese Urformen, aus denen alles Weitere sprachlich aggregiert und konstruiert wird. Mathematische Probleme, die Entstehung und Auswirkung von Religion und Religiosität, Konzeption von Macht und Ordnung, aber eben auch Literatur und Musik, all das sind die Archivbestände, mit denen dieser Roman arbeitet, von denen die beiden Letzteren omnipräsent sind. Über eine Vielzahl von Kapiteleinrahmenden Motti und Zitaten werden Darts Referenzen zum Teil als Vorbilder und Einflüsse offen ausgestellt. Stephen King, Dan Simmons, Michael Moorcock und Harlan Ellison. Die musikalischen Bezüge sind Pop, ja, aber sicher nicht alle. Sie bilden eine eigene Liste, einen Soundtrack zur Erzählung aus. Howling Wolf, David Bowie, Elvis, The Doors, Ewe Lewis, George Michael, Duran Duran und die Prinzen, aber eben auch Motorhead und Slayer. Allesamt sind sie populär. Aus der Reihe dieses Katalogs fällt vor allem eine Band heraus, die US-amerikanische Power-Metal-Band Chastain und die Sängerin Leather Leone, deren Album Ruler of the Wasteland von 1986 mehr ist als die anderen Verweise. Zum einen taucht es als Motiv auf. Die Figur Daniel sucht verzweifelt nach der LP und gerät darüber zunächst in einer WOM-Filiale, World of Music, dann in diesem Nerd-Fachgeschäft mit einem versnoppten Verkäufer aneinander. Zum anderen fungiert aber die Platte als Kommentar. Es geht dem Ruler of the Wasteland, besonders im Titelsong, um schale Ermächtigungsfantasien in einer kargen Landschaft, Macht und der Macht willen. Dieses Machtstreben korrespondiert mit den Motivationen der Hauptfiguren. Satanist Tom, der, Zitat, uneheliche Sohn von Heinrich Himmler und Helena Petrovna Blavatsky will lediglich über seine minderjährige Freunde Chantal bestimmen und jagt dem Ideal eines ominösen Bösen und Verbotenen hinterher, von dem er weder Begriff noch Theorie besitzt. Tom stirbt beim Autounfall, aber er ist nicht der Einzige, der Dispositionierte. Die Stadt wird auch nicht nur durch die wilden Hunde unsicher gemacht, sondern auch durch männliche Jugendliche, die, Zitat, rebellieren. Ihre Gewalt entlädt sich vor allem gegen Frauen und Wohnungslose. Diese fallen den, Zitat, Wehrwolf-Schwesen von jungen Männerbünden zum Opfer. Vergewaltigung, Mord und so weiter durch Zitrisch. Dieses motivische Geflecht von Misogynie, Gewalt und Machtstreben beschreibt auch den Hauptakteur des Romans, den Mathematiklehrer Christoph Reuland. Dieser erscheint als wissenschaftliches Genie und Charismatiker, der bis sein Umfeld unterwirft. Um ihn herum eine Gesellschaft des Schweigens, die, Zitat, jedes Problem anderer Leute für ein Problem anderer Leute hält. Einmischung findet nicht statt. So auch in diesem religiösen Kult Namu Shivaya Namaha Ahum, dessen erste fünf Silben ein zentrales Mantra des Hinduismus darstellen und Shiva verehren, durchzieht der Roman leitmotivisch. Sie stehen auch im Zentrum dieses religiösen Kults, den Reuland von der Schule ausgehend installiert. Wenn man diesen Ort der Schule auch hat, sind wir auch sofort natürlich wieder bei Buffy. Diese Parallele ist, denke ich, in sehr vielen Texten da immer wieder konstitutiv. Seine Sekte bezieht sich allerdings weniger auf den Hinduismus als primär die hinduistische Esiatologie, einer nie verschwindenden fixen Idee der extremen Rechten. QAnon aktuell bezieht sich ja auch sehr gerne auf diese Vorstellung eines letzten Zeitalters, das Kali-Yuga, das Zeitalter des Kali, Zeitalter des Streites, in dem nicht nur das Abendland, sondern die ganze Welt dem Untergang geweiht ist. Rollands Interpretation des Kali-Yuga steht den Thesen der Schriftstellerin Savitri Devinal, die in Hitler eine Inkarnation hinduistischer Gottheiten sah. Doch hier ist es Shiva, nicht Vishnu, der mit Hitler in Zusammenhang gebracht wird. Eine Verknüpfung, die, wie da hat im Nachwort bemerkt, auch der Anführer der japanischen Aum-Sekte, Shoko Asahara, der als letzter Paratext sogar abgebildet ist. Das hätte ich natürlich jetzt in der Präsentation besser machen können, als jetzt hier diese vermutlich nicht allzu gut sichtbare, letzte paratextuelle Angabe aus der Ehre des Rudels zu zeigen. Shoko Asahara, er reklamierte den Slogan Kill for the Love of Shiva für sich und wurde durch die Sarin-Anschläge auf die U-Bahn in Tokio im März 1995 weltbekannt. Charismatischer Führer, auch er ein falscher Prophet, wie man mit Leo Leventhal sagen könnte, aber eben auch Darts Sektenführer. Ja, und wenn man Leo Leventhal nochmal nachliest, also da sind auch einige Begriffe oder eher Bilder in diesen falschen Propheten zu finden, die unmittelbar auf diesen Roman übertragbar sind. Ja, also das Buch endet ja auch nicht mit einer Utopie, sondern mit einem Monolog quasi eines solchen charismatischen Führers, der genau dem eine Absage erteilt. Ich biete euch, also Zitat Löwenthal, ich biete euch nicht eine Utopie, sondern einen realistischen Kampf um den Knochen im Maul des anderen Hundes. Nicht Frieden, sondern ständiger Kampf ums Überleben, nicht Überfluss, aber den Löwenanteil. Ja, und alles, was ihr tun müsst, ist mir zu folgen. Ich werde euer Beschützer sein. In der Hölle meiner Erbarmungslosigkeit winkt euch ein trautes Heim. Genau das könnte von Christoph Reuland, diesem Mathematiklehrer, stammen. Es geht in der Ehre des Rudels um Formen der Verführbarkeit von Menschen durch Menschen, aber auch von Tieren durch Menschen und Instinkte durch beider Verführbarkeit durch Gottheiten. Dabei stehen Wissenschaft und Religion am Spannungsverhältnis, ebenso der wissenschaftliche Beweis gegen die Intuition, gegen die Illusion. Die freiwillige Selbsttäuschung, gegen den organisierten Betrug. Doch gehen sie nicht einseitig auf, denn es geht auch um die Verführungsgewalt eben der Wissenschaft. Also auch vielleicht nochmal in Bezug auf das, was ja eben schon gesagt wurde. Also die einseitige Auflösung solcher Spannungen passiert hier nicht, sondern der Möglichkeitsraum ist immer größer. Am Anfang von Reulands Sektenführerschaft steht das sogenannte Sigma-Fassikel, eine Theorie als ein didaktisches Schema, wie es heißt, das mit dem Faschismus zusammengeführt werden soll. Beide trügen, Zitat, die Erbschaft der alten Aria in sich, vor allem das Kastenwesen. Eine strikte hierarchische Sozialordnung ist es neben der tiefen Zeit, aus der sich neue Ansprüche zur Führung herleiten lassen. Diese Ordnung steht in Opposition zu einer, nicht nur in Opposition zu einer freiheitlich-demokratischen, die auf Ausgleich und Vermittlung angelegt ist, sondern auch zu der symmetrischen Ordnung, die ebenfalls immer wieder reflektiert wird. Vor diesem Hintergrund ist das Symbol Shiva hochrelevant, denn Shiva, so heißt es im Roman, fallisch. Shiva, Zerstörer der lebenden Symmetrien. Shiva ist hier das Symbol männlicher Herrschaft. Die Grundlage jeder faschistischen Gemeinschaft und Gesellschaft ist ein, Zitat, Schlüssel zu einer umfassenderen Lösung des Problems der Ordnung von Menschenmassen, Zitat Ende. In seinem Zeichen geht es darum, Massen mit Angst zu polarisieren, um eine gerichtete Masse mit gemeinsamen Ziel im Sinne des Faschismus zu erzeugen. Vor diesem Hintergrund ist die Diskurslinie des Romans zu begreifen, die Hierarchie und Symmetrie als konkurrierende Ordnungssysteme gegeneinander stellt. Die Überordnung eines Prinzips über das andere, beziehungsweise alle anderen gegenüber einer Ordnung, die auf Gleichheit und Gleichgewicht, Gleichwertigkeit ausgelegt ist. Christoph Reuland, der Hitler-Verehrer und Anführer, steht im Dienst hierarchischer Ordnungen, die er durch vielfach religionshistorische Rückbezüge zu rechtfertigen glaubt. Und der Roman macht das immer wieder auf, zum Beispiel das Verhältnis von Anne Frank und den Nazis, wird hier zur besonders harte Asymmetrie eingeführt, wobei stets dem Vertreter des männlichen Prinzips die Seite des gewaltsamen Unterdrückers zukommt. Mit dieser Erörterung von Hierarchie und Symmetrie verbindet sich auch ein Diskurs um Natur und Kultur, in Anführungszeichen, im Allgemeinen und die Frage, was jeweils wohin gehört, was, wodurch, wie determiniert wird und wo die Grenzen, aber auch die Grenzen der Freiheit, dann des Willens, des Individuums und so weiter verlaufen. Die Nazis sind dabei ein stetes Bezugsmoment, der ja bereits mit dem Wiedergänger Adolf Hitlers einsetzt und über die Erzählstimme so etwas wie scheinbare Überraschungen anklingen lässt, weil man dachte, vergessen zu können, was hinterlassen war, aber durch das wirkende Prinzip der Selbstähnlichkeit eben doch immer und immer wieder zum Vorschein kommen. Die Figur Daniel hingegen glaubt, also einer von diesen Nerds, der auch nach dieser Platte dort gesucht hat, glaubt, er wäre einer Zitat riesigen, nicht nur die Stadt, sondern längst wieder Deutschland, womöglich die halbe freie Welt umfassenden faschistischen Verschwörungen auf der Spur, Zitat Ende, womit er, wie der Erzähler zugibt, Zitat, sogar Recht hatte, nur dass er nicht gemerkt hat, dass diese Verschwörung bereits mindestens 5000 Jahre alt ist und auf den Namen Naturbegriff hört, Zitat Ende. Ja, Natur als ein zum Objekt gemachtes Anderes, das wahlweise unterworfen oder beherrscht wird, also man hört da Bruno Latour schon im Hintergrund, oder gegenüber einer allzu dominanten Kultur rehabilitiert werden soll. Ja, also Christoph Reuland, der sich quasi mit Freuds Unbehagen gegen die Kultur zur Wehr setzt. In der Ehre des Rudels changieren beide Verhältnisse und laufen immer wieder im Verhältnis von Herr und Hund zusammen. Der Hund, heißt es, ist der beste Freund des arischen Mannes. Reuland beherrscht die Hunde mit selbstgebauten Geräten, er kontrolliert gewissermaßen ihre Geister und lenkt seine Kaniden wie menschlichen Rudel, die in seinem Auftrag, Zitat, organisierte Mordtaten an sozialen Schädlingen vornehmen. Das Rudel gehört vielleicht zu den populärsten Gemeinschaftsvorstellungen der extremen Rechten. Ehre und Rudel von Wölfen ist hier nicht direkt die Rede, aber in dem Kontext naheliegend. Die scheinbaren Absurditäten des Romans rekurrieren wiederholt auf reale Geschehnisse, wie zum Beispiel auch auf den sogenannten Satansmord von Sonnershausen im Jahr 1993. Wehrwölfe und jungen Männerbünde, auch sie. Ihrer aller Ehre hieß unbedingte Treue im Roman allerdings nur, solange der Kult existiert und die Technik funktioniert. Reulands Faschismus ist zum Scheitern verurteilt und von einer tausendjährigen Dauer ebenso weit entfernt wie vom tatsächlich letzten Zeitein. Dennoch zeigen die Entstehung des Kults und diese marodierenden Hunde an Staats- und Institutionenversagen angesichts der außergewöhnlichen Ereignisse. Also hier ist man jetzt wieder bei Buffy und bei vielen anderen Erzählungen des Horrors. Also Staats- und Institutionenversagen ermöglicht diese ganzen Phänomene erst. Der Ausnahmezustand wird hier auch nicht offiziell erklärt. Die zahlreichen Störungen werden nicht als Zusammenhänge begriffen, sondern nur als Einzelfälle. Auch, weil relevante Funktionsträger der Stadtgesellschaft zu Reulands Kult gehören, besitzt er einen relativ lange gutgehenden Schutz, der aber zum Ende hin schwindet. Bis dahin hat er aber schon zahlreiche überwiegend weibliche Opfer gefordert. Zuletzt gibt es eine Großrazzia, wie es heißt, in der Scheune in der Reulands Sekte untergekommen ist. Diese, auch wenn sie nur andeutungsweise ohne Details im Roman geschildert wird, erinnert an die Belagerung des Mount Carmel, des Sitzes des Branch Davidian in Waco, Texas, die im Frühjahr 1993 über 51 Tage durch das FBI belagert wurde, ehe die Ranch in Flammen aufging und 76 Mitglieder, darunter auch der Anführer David Courish, starben. Auch Darts-Verteidiger stecken das Gebäude in Brand. Es gibt 22 Tote und 63 Verletzte. Wenn diese Szene auch dezent ausfällt, obwohl der Bodycount des Romans ansonsten relativ hoch ist, legt dies nahe, dass es nicht ausschließlich darum gehen soll, jede Szene als Anlass expliziter Gewalterstellung zu nutzen. Der Roman erweist hier seine archivarische Funktion, indem er auf zeithistorische Ereignisse und Zusammenhänge verweist, die jenseits der grellen Oberfläche liegen und diese in eine kohärente Struktur einbindet. Genau, also der zeitdiagnostische Charakter, der Satansmord, die Waco-Sekte, die Aum-Sekte, die hier so aggregiert werden zu seiner bestimmten faschistisch-charismatischen Form von Herrschaft, die immer und immer wiederkehrt. Also ähnlich wie die Keimsilben, potenziell immer wieder quasi aggregiert und zu neuer Wirklichkeit gebracht werden kann. Genau, die Ehre des Rudels liefert eine ganze Reihe von theoretischen Reflexionen, sowohl der Sprache, also der Begriff der Keimsilbe, der immer wieder auftaucht, um die Ursprünge, alles Seinden, selbst der Götter, aus diesen Silben in Form einer sprachlichen Identität aufzuzeigen. Auch die Verweise auf die Bibel und das Johannesevangelium tauchen hier auf und es wird eine Analogie vorgenommen. So wie die Welt sind auch die Figuren hier allesamt aus zeichenhaftem Material zusammengesetzt. Die Nähe und Arbitrarität von Zeichen, ihre materielle Verwandtschaft wird explizit zum Vorschein gebracht, wenn Seite 191 Gott, großgeschrieben G-O-D und Dog, D-O-G, die große Nähe von schöpferischem Wesen und domestizierter Kreatur von Führer und Geführten aufscheinen, um ihre Rollen zu tauschen, es eben dann nur eine kleine anagrammatische Operation braucht. Und der Text vollzieht die, denn in diesem Zusammenhang steht auch die überraschende Enttarnung des Erzählers, gewissermaßen der göttlichen Instanz des Textes im letzten Kapitel. Es handelt sich nämlich beim Erzähler, um den lediglich zu beginnen und kurz im vorletzten Kapitel auftauchenden Hund Toms. Dieser formiert, firmiert unter dem Namen Perdo Rabo, der auf den englischen Okkultisten Alistair Crowley verweist. Dieser wurde als Frater Perdo Rabo Mitglied in der okkultistischen Gesellschaft des Hermetic Order of the Golden Dawn. Crowley gebrauchte den Namen im Sinne von I shall endure to the end. Ich werde bis zum Ende ausharren, was der Hund als Romanfigur auch tut. Er wäre anders als Erzählerinstanz gar nicht denkbar gewesen. Dann aber hat er ausgedient und kann Daniel, der mittlerweile zum Zombie geworden ist, begleiten und in sein gewöhnliches Hundeleben zurückkehren. Keinem bleibt seine angestammte Rolle und niemandem sein Name. Diese sind in beständigem Wandel begriffen. Alles fließt. Nichts kommt jemals zum Stillstand. Von daher wird auch die Endzeiterwartung Lügen gestraft und in der Präsenz der immer wieder beschworenen Gottheiten ins Reale gewendet. Shiva erscheint wirklich. Er hat den kollektiven Wahn von Mensch und Tier zu verantworten. Doch er findet sich einem unerwarteten Widerstand gegenüber. In dem Roman ist es das Final Girl Chantal, die als Retterin mit Johanna von Orléans verglichen wird. Eine nur in Ansätzen Buffy-ähnliche Figur, aber von Valerie oder ähnlichen Figurationen weit entfernt ist, die dennoch dem Sektenführer Reuland Widerstand leistet, wie dem Gott Shiva, der im Konflikt mit seiner geliebten Pavati steht. Die, wie er sich beschwert, mich geflohen ist wie ein Teufel, die nicht einsehen wollte, dass ich ihr Herr bin. Shiva und Pavati, Sigma und Pi sind nicht gleiche unter Gleichen des Alphabets, sondern gegensätzliche Prinzipien, die im Krieg miteinander stehen. Am Ende wird diese Auseinandersetzung durch die Lösung des allen zugrunde liegenden kosmischen Konflikts entschieden. Dieser ist ebenfalls deutlich als männlich versus weiblich kodiert. Shiva, der Erzeuger, will auch Herrscher und Zerstörer sein, und zwar alleinig. Am Ende aber steht er gegen die gute Mutter Pavati, die, da er das Prinzip der Symmetrie, des Gleichgewichts der Kräfte nicht versteht, die ihn letztlich tötet, indem sie ihn kastriert. Das gesamte Schreckensszenario mit Sand der Jagen und Hunderudel fällt daraufhin zusammen. Die Ordnungsstörer sind gebannt. Ob die vorherige öffentliche Ordnung restituiert wird, bleibt offen. Die Option auf eine neue Ordnung ist aber vorhanden. Aus dem Archiv einer kurzen Phase zu Beginn der 1990er Jahre von Wendezeit, Sektenwahn und Naziterror, speist sich diese, ja, Novelle, wie auch Teile des weiteren Werks Dietmar Dart. Zugleich archiviertes Aspekte der nicht nur deutschen Geschichte, die in der Gegenwartsliteratur seitdem tendenziell unterrepräsentiert sind. Vielleicht liegt darin aber auch der ironische Twist der Zuschreibung Novelle, denn unerhörte Begebenheiten sind es ja allesamt nicht. Aber auch das Versprechen des Neuen bezieht sich allzu oft auf Früheres, auf Bekanntes. Sei es im Horrorgenre, im Pop oder Heavy Metal, in Religionsgemeinschaften oder faschistischen Bewegungen, die Oberflächen sind verschieden, die in zugrunde liegenden Formen und Muster sind es nicht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, Fragen und so weiter. Danke Nils, ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Eine Novelle, die man ganz selten irgendwie aufgearbeitet sieht, tatsächlich, die aber tatsächlich sehr lesenswert ist und im Blick auf das Thema, das du jetzt hier verhandelt hast, nämlich was wird eigentlich archiviert und was machen Archive einig oder beziehungsweise wie in welcher Weise machen Textarchive uns Formen, nicht Kulturformen zugänglich. Ich gebe erst mal das Wort in die Runde. Ja, Christian? Ja, also erst mal, um nochmal anzuschließen, danke für diesen Hinweis, erst mal auch danke für den Vortrag und auch mit dem Begriff der Haltung, Ernst Jünger. Also ich hatte das eben angeführt, weil wirklich mal im Raum stand, was am Literaturkommend recht was zu machen mit dem Begriff der Haltung und ich dann merkte bei einzelnen Autoren, Autoren, es gibt da Vorbehalte. Ja, und das kann natürlich über so eine Tradition wie etwa Jünger sich erklären, aber das nur als Handbemerkung zu dem davor. Also mich würde nochmal reizen, ob du jetzt nochmal etwas stärker vielleicht polarisieren könntest, den Archivbegriff wie Barstain einsetzt und das, was eigentlich und wie archiviert wird bei Data. Also wenn das noch einmal sozusagen noch schärfer konturieren könntest, also ich versuche es mal selber, wenn ich jetzt jetzt richtig erinnere, ist es bei Moritz Basler doch letztendlich immer auch die wahren Welt, ja, die archiviert wird, könnte man jetzt sagen, das Archiv bei Data ist eben eher ein zeitdiagnostisches Archiv, also der Roman Ehre des Gutes ist für mich sozusagen tatsächlich der Roman begleiten zu diesen sogenannten Baseballschlägerjahren, ja. Und was eben in dieses Archiv dann eingespeist wird, das sind dann eben sozusagen genau solche Reminiscenzen auf plötzlich wiederkehrende Denkformen, ja. Also Rudel, Führerkult wird behandelt, Größenbahn, Euthanasiedenken, Rassenideologie, also all dieses Setting wird ja wieder da aufgeboten und sozusagen eine Diskreditierung von seinem Naturbegriff zu denken, das ist sozusagen das, was ich da noch in Erinnerung habe. Also wie funktioniert vielleicht sozusagen zeitdiagnostisches Archiv und all das, was Dietmar Data reinwirft im Verhältnis zu dem, was Moritz Basler als Archiv für Popkulturelle Texte definiert? Ich glaube, das ist gar kein so großer Widerspruch, also den Data, ich würde sagen, ja auch reflexiv austrägt, sondern es ist die klare Entscheidung dafür, dass diesen Marken eigentlich keine gesonderte Bedeutung zukommen. Also ich habe das hier auf meiner Notizliste auch, also hier kommt Odol Mundwasser, da kommen Big Feuerzeuge, da kommt Aldi, da kommen auch immer und immer wieder Markennamen, auch äußerst populäre, die wir alle kennen und gebrauchen, zum Vorschein, aber die haben insofern keine große Qualität. Also die funktionieren jetzt nicht wie die Barberjacke bei Christian Kracht oder was auch immer, sondern das, was hier für diese Figuren, Distinktionen auf der Ebene ausmacht, das sind jetzt eben diese rar entlegenen Mit-80er-Metal-Platten, die, und da würde ich sagen, ja, diese Brechung vollziehen, weil es nicht mehr das Populäre ist, das, was alle kennen und alle nutzen, sondern ja schon was sehr esoterisches gewissermaßen ist. Aber das ist natürlich eine Absage an dieses Spiel der Oberflächen, wie man das bei Kracht und Stuttgart-Barre und so weiter, die alle zeitgleich mit ihren großen Debü-Romanen oder teils ihren Zweitwerken diese Popliteratur auch wiederum erst richtig populär machen. Also diese Vorläufer, die kennt dann ja schon fast niemand mehr und kannte auch damals nicht so richtig. Aber ich würde sagen, genau darauf bezieht sich Dart auch wiederum reflexiv. Das sind nicht die Entscheidenden. Also das, was jemand trägt, ist nicht das, was ihn ausmacht, wohl aber die Platte zu einem sehr, sehr emphatisches emotionales Verhältnis aufnimmt. Also da würde ich sagen, ist genau diese Modifikation nachvollziehbar, die der Text immer wieder ausstellt. Und das denke ich, wenn man die Dart-Romane durchgeht, das sind ja doch immer und immer wieder, gerade auch Metal-Bands, die genau diese feinen Unterschiede auch markieren. Also leider bin ich tot, da habe ich mal diesen Katalog rausgearbeitet. Also was da für eine feine, feine, also wirklich feine Unterschiede vorgenommen werden, die sehr, sehr weit entfernt sind von diesem Oberflächenspiel. Und natürlich sind diese ganzen Platten und Metal-T-Shirts genauso käuflich wie die Jacke oder der Pullover bei Christian Kraft. Aber sie setzen ja doch immer quasi eine Expertise raus und auch eine ganz andere Form von, ja, Verbundenheit und natürlich auch emotionaler Investition in bestimmte kulturelle Praktiken voraus. Und ich glaube, das ist die entscheidende, also der entscheidende Unterschied in dieser Hinsicht. Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen. Worum ging es da nochmal? Nee, also das hat schon mal erstmal, vielen Dank, nee, das hat das schon mal nochmal. Nee, ganz jünger war ja der erste Teil. Wenn ich das da noch einmal ganz kurz ansprechen darf, das wurde ja eben hier schon so angesprochen, ich hatte gezögert, mich zu melden. Ich glaube, der große Unterschied zwischen dem, was bei Dart dann aufscheint, was ich auch immer unter diesem Begriff des Möglichkeitssinns verorten würde, gegenüber dem, was Jünger mit den Stahlgewittern und dem Krieger veranschlagt, was man ja auch, glaube ich, nahtlos dann durch die gesamte NS-Literatur fortsetzen könnte, sind ganz konkrete Handlungsanweisungen. So und so müsst ihr sein, in der und der Situation und dem und jenem Ideal zu entsprechen. Und da gibt es eigentlich keine großen, keine Möglichkeiten, Spielräume, denn jede Abweichung bedeutet den Untergang. Als Krieger musst du so und so sein, ansonsten bist du des Todes. Punkt. Daran führt kein Weg vorbei. Und ich glaube, das ist genau dieser Determinismus, der mit diesem Haltungsbegriff einhergeht. Also den würde ich jetzt bei Dart in keiner Weise so bestätigt finden. Ich glaube, das wäre schon eine entscheidende Unterscheidung zwischen solchen Haltungsbegriffen. Und da hat man eher auch im Prinzip ja einfach, der Begriff Ethos wurde vorhin genannt, also es ist halt irgendwie ein plurales Ethos gegenüber einer einfachen, binären Entweder-Oder-Codierung. Ja, jetzt sind mehrere. Erstmal Carolin Amlinger. Ja, also ich habe den Eindruck, dass du eine ganz dringende Frage hast. Meine schließt sich nicht ganz unmittelbar daran an. Insofern, falls sich deine Frage unmittelbar anschließt, würde ich dir auch den Vortritt lassen. Lies es sich anschließen. Es ist so ein Addendum eher. Ich versuche es ganz kurz zu halten. Also das Interessante ist ja, dass die Ehre des Rudels eigentlich, und ich hatte mit Dietmar da tatsächlich auch schon Gespräche dazu, eigentlich so eine Welt beschreibt oder man könnte sagen, so ein Netz an Zeichen beschreibt, dass man, dass man bei Bataille im Faschismusbuch eigentlich findet, so als das Reich des Heterogenen. Also im Grunde, das sind, das ist quasi, dass die Sphäre, in der all die Geschasten, nicht diejenigen, die letztendlich aus einer homogenisierten, ja, das heißt, in wahren Austausch verwickelten Gesellschaften ausgeschlossen oder abgesondert sind, vagabundieren, die dementsprechend auch noch ganz andere Denkmuster entwickeln, nämlich, dass es Sachen gibt, die total inkommensurabel sind, nicht, dass es Gegensetzung gibt von Herrschen und Gehorchen, nicht, von Führen und Folgen, dass es ganz klar ist, dass es diese Regeln gibt und dass das, dass es wichtig ist, dass man die Formen und Symbole, die sich in diesem Reich entwickeln, lernt und sie auch besetzen kann, nicht, das ist, was man bei Bataille hat. Dietmar da findet dieses Buch ganz schlecht und ich nicht. Und ich habe das Gefühl, eigentlich würde ich gerne die Ehre des Rudels mit Bataille erklären, aber wenn ich es jetzt mal nicht machen würde, ist es ja tatsächlich so, dass man insbesondere die Metal-Bezüge, aber auch bei der Ehre des Rudels natürlich den Faschismus-Diskurs zumindest so verstehen kann. Das sind, im Unterschied zu dem, was man, so in dem, was man Popliteratur nennt, im Gefahren, dass es verkleidete Popliteratur ist, bei Kraft würde ich nämlich genau das sagen, dass es so ein Mantel ist und nicht eigentlich der Kern, wo es darum geht, es wird letztendlich eine Identität vorgespielt durch Wahlverhalten im Konsum. Handelt es sich ja bei diesem Expertisenwissen im Okkultbereich, im Metal-Bereich, das ist dann so, da bleibt das schon so ein bisschen reinkommt, später. Ja, eigentlich, man könnte sagen, es ist um so ein tribalistisches Wissen, nicht? Also es ist immer, es ist nicht nur ich bin das, sondern ich bin das, weil ich Teil einer Gemeinschaft bin, die aber wieder ganz eindeutig abgegrenzt ist. Und das heißt Gemeinschaft, die sich einen Ausdruck geben kann. Und ich glaube, da sind wir an einem Kern des Zeichenverständnisses bei Dart, weil, da zitiere ich jetzt aus einem Mailwechsel, es doch so ist, dass bei Benjamin gibt es diese Zurückweisung des Faschismus mit dem Satz, der Faschismus verhilft den Massen zum Ausdruck, aber nicht zu ihrem Recht. Und die Überlegung wäre aber, vielleicht ist es auch wichtig, dass es eine Kunst gibt, die den Massen ihr Recht auf Ausdruck gibt. Und dass sich die Vorformen dieses Versuchs, den Massen ein Recht auf Ausdruck zu geben, eben genau in diesen Bereichen abspielen, die ich nach Partei eben eigentlich diesem Bereich als heterogen zuordnen lassen müsste, die aber momentan, also das unterzieht man momentan auch, aber die, wie das in der Ära des Rudels auftaucht, auch von Gruppen genutzt werden, die natürlich eindeutig faschistisch sind, aber auch eben von einer Ästhetik beherbergen, die auch befreiend sein kann, oder die im Grunde, man könnte sagen, Ausbruch gewährleistet aus im Grunde Konsumgesellschaft. Also das wäre so mein Addendum dazu. Aber jetzt würde ich gerne Karoli hören. Ja, ich wollte noch mal auf den Begriff der Haltung eingehen. Und ich glaube, dass durchaus auch in Darts Archiven eine gewisse Form der Haltung virulent wird. Er geht ja auch in mehreren Texten immer wieder als Intertext auf Lenin, aber auch Hax ein, dass nämlich sozusagen die ästhetischen Werte, die die bürgerliche Gesellschaft produziert hat, dass man diese sich aneignen soll und nicht so eine Art poetische Maschinenstürmerei betreiben sollte. Insofern ist sozusagen auch schon im Archiv und in der Auswahl des Archivs eine Form von, wenn man so will, auch politischer Haltung eingeschrieben, aber nicht in einer Form, wie jünger dies dachte. Nils, du hast das ja gerade eben ausgeführt, sondern Darts schreibt immer, dass man sich dieses aneignen sollte, um dieses weiter zu prozessieren. Also das hatten wir ja auch schon öfter, dass sozusagen das im Sinne einer Rezeptionsästhetik, Franziska, du hast das ja sehr stark gemacht, dass sozusagen der Leser oder die Leserin selbst tätig werden soll und sich dieses aneignen soll, auch im Sinne einer neuen Möglichkeit. Das wollte ich nur noch einmal kurz einwerfen, dass es einfach in vielen der jüngeren Romane Darts auch immer wieder präsent ist. Also der soziale Akt auch des Schreibens als auch der Rezeption. Dazu noch. Nils, willst du noch was sagen dazu? Also das war, also erstmal vielen Dank für die Hinweise, also gerade auch der auf Partei. Tue ich mich ad hoc so ein bisschen schwer mit, im Hinblick auf die Ehre des Rudels, weil es eigentlich die, also der Ausgangspunkt sind ja nicht die ausgeschlossenen, sondern dieser Lehrer, das ist ja eigentlich der bestens integrierte, das ist ja wirklich so die Kernfigur dieses Ganzen. Also auf den trifft er, glaube ich, vieles gar nicht so sehr zu. Und diese tatsächlich jetzt da irgendwie am Rande vegetierenden Nerds, die sich da um ihren Fantastic-Caller-Laden da herum versammeln, das sind ja gerade keine Faschisten. Also das sind ja doch diejenigen, die dem ja auch wie auch immer Widerstand leisten oder eben dann einfach zum Opfer und dann zu Zombies werden. Aber ich werde auf jeden Fall dieser Spur nochmal nachgehen und vielleicht noch einen Punkt, also weil das ja auch schon mehrmals angesprochen wurde, also genau diese Rezeptionsebene. Und das fand ich besonders interessant, eigentlich auch was Dietmar da in den salzweißen Augen beschrieben hat, also dass dieser Rezeptionsmodus im Hinblick auf solche, solche jetzt unterhaltenen Formate auf Trash oder Trivial-Literatur ja immer schon quasi das verunmöglicht, was man bei der hohen Kunst und hohen Literatur quasi immer schon mitbringen muss. Also der Respekt vor dem Werk und dann natürlich diesen hermeneutischen Spürsinn, da allem Möglichen nachzugehen und jedem Homer-Zitat und jedem Verweis auf die mythologische Figuren und so weiter im Sinne einer aktiven Sinn-Konstitution nachzugehen, dass aber genau dieses Verfahren, wie Carolin eben gesagt hat, bei Dart ja eigentlich auch getriggert wird. Also diese Romane bleiben, würde ich sagen, immer ein Stück blasser oder ein Stück heterogener, wenn man nicht weiß, wie diese ganzen Dinge klingen oder tatsächlich aussehen, die dort beschrieben werden. Also im Prinzip wird auch hier so ein hermeneutischer Spürsinn angeregt, dass man eben googelt, wie sieht jetzt eigentlich dieses Plattencover aus, wie klingt diese Band und was ist in dem und dem Songtext eigentlich besungen, um genau da dann auch dieser Spur zu folgen. Nur sind eben jetzt nicht dann Goethe und Bach, sondern Michael Mulcock und Chastain, denen man hier unmittelbar auf die Spur gesetzt wird. Ja, Franziska? Ich würde gerne im Anschluss genau zu dem letzten Punkt nochmal was sagen. Also die jetzt schon mehrfach erwähnte Uta Degner hat in ihrem Aufsatz «Virtuose des Trash» ja genau das rausgestellt. Sie sagt ja, im Grunde wird da eine Nobilitierung der sogenannten niederen Formen unternommen durch Strategien, also durch Anwendung von Strategien, die man sonst im Umgang mit der hohen Kunst hat oder nieder, wie man das jetzt auch immer sieht. Und ich frage mich tatsächlich immer ein bisschen, ich gebe das offen zu, mit Heavy Metal kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Also es gibt bei mir natürlich auch immer Passagen von Texten von Dart, wo ich weiß, oh Mist, hier bin ich draußen. Und ich würde auch bei Dart sagen, natürlich sind die Texte immer auch so ein bisschen so angelegt, dass man sagt, jetzt zeigen wir euch mal, was es noch für andere Kulturen gibt, Unterhaltungskulturen und natürlich funktionieren die aber auch, und das schreibt er ja auch in diversen Zeitungsaufsätzen, natürlich funktionieren die im gewissen Sinne tatsächlich genauso wie diesen, oh Gott, ich habe den Bach oder den Ephigenien Bezug erkannt. Wir kennen das sicherlich in der einen oder anderen Form alle, wenn man irgendwie eine Serie guckt und dann irgendwie überlegt, wie ist das jetzt verknüpft und was sind da irgendwie für Anspielungen drin. Das sind schon ähnliche Funktionsmuster, würde ich sagen. Und auch dieses, was er ja auch sagt, diese emotionale Involviertheit, was er auch Fanrieten nennt, da würde ich sagen, das ist tatsächlich eine Leistung zu sagen, es gibt ganz viele andere Bereiche außer Bach und Goethe, wo man das machen kann. Aber ich frage mich wirklich, sind die Funktionsmechanismen unbedingt so andere? Und ich hätte nochmal eine Frage, die ein ganz anderes Gebiet berührt, weil ich glaube, Herr Hippe hat das gesagt, dass das Stichwort Baseballjäger Jahre fiel. Ich gebe auch dazu, Ehre des Rudels bin ich nicht ganz vertraut mit. Wann ist das erschienen und ließe sich dieses Buch wirklich sozusagen als ein, es spielt ja ein Freiburg, sozusagen, wenn man so will, ein westdeutsches Pendant zu diesen Baseballschläger-Themen, Jahren, Büchern lesen, wie wir sie jetzt in der Regel sehr viel realistischeren Formen von Präkes etc. vorliegen haben? 95, ne? 96 geschrieben, 96 erschienen, ja. Also echt früh dann dafür, ne? Also... Wobei, aber genau jetzt, also das, was jetzt in Bezug auf dieses Hashtags mit den Baseballschlägerjahren beschrieben wurde, das ja hier gar nicht so greifbar wird, ne? Also die vor allen Dingen dann in... Ja, wohl, das ist ja nicht hier vor allem ausgelaufen. Also die Brandanschläge jetzt Mölln-Soling spielen ja jetzt insofern keine Rolle oder auch Rostock-Lichtenhagen oder überhaupt so diese klassischen Straßenszenen. Also die sind hier, glaube ich, weniger ausgebreitet als beispielsweise jetzt in... Für immer den Honig. Also ich glaube, da ist das ja sehr viel stärker verortet, da in der brandenburgischen Provinz und so weiter. Ich glaube, ich habe den Begriff auch mal im Zusammenhang mit Darf genau darauf verwendet. Aber der weitere Kontext natürlich, also dieser, wie auch immer, faschistischen Mobilmachungsformen, nur hier noch sehr viel stärker. Und da würde ich auch sagen, das ist eine starke archivarische Leistung dieses Roman, weil das, glaube ich, im kollektiven Bewusstsein doch ganz schön in den Hintergrund getreten ist, wie Sekten fanatisch eigentlich diese 90er Jahre gewesen sind. Also wenn man sich an Talkshows oder an Vorabendserien erinnert, die haben alle ihren Satanismus oder sonst wie Endzeitsektenfall gehabt, was hier ja sehr, sehr stark auch aggregiert ist, so über verschiedene Verweise. Also da ist eben so, dass das Faschistische dann eher eine, würde ich sagen, religiös kodierte Organisationsform gewesen. Aber natürlich spielt es vor dem Hintergrund dieser Baseballschlägerjahre, die insofern doch bei Dart auch immer wieder so ein Bausteinchen sind, der in mehreren Romanen dann durchscheinen würde ich sagen. Stefan Höfner noch? Ja, vielleicht noch ein kurzer Kommentar dazu. Das Interessante ist aber, und das ist vielleicht damals nur in dieser Genreumgebung des Hochers möglich gewesen, dass diese Zeitstimmung dort überhaupt eingefangen wird, weil nämlich diese Attacken von Rostock, Mölln, Solingen in der Gegenwartsliteratur der 90er selber, jedenfalls so in der Höhenkamm-Literatur, kaum eine Rolle gespielt haben. Eigentlich hat das Feuilleton, besonders so Mitte der 90er, haben alle auf den riesengroßen Einheitsroman gewartet und dann auf Gras eingedroschen, als er mit Ein weites Feld genau das Gegenteil davon geliefert hat. Und alle haben gewartet, wann schreibt denn jetzt eigentlich einer einen Roman über dieses glückliche Zusammengehen zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland? Oder es gab eben Popromane. Aber diese Konflikte, die konnten vielleicht einfach in dieser Höhenkamm-Literatur nicht stattfinden, sondern nur in dem, was im Fall Darts damals an sich noch, würde ich sagen, subkulturell abgespielt hat. Finde ich einen guten Hinweis. Finde ich einen guten Hinweis. Also ich würde auch den Kontext beleuchten. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Text ist, der tatsächlich das quasi so als, man könnte sagen, so ein Sozialroman aufdeckt. Sondern das ist tatsächlich, Nils hat so den Hinweis gemacht schon, doch ein Text ist der, ich glaube Faschismus tatsächlich, also du hast Spielart gesagt, glaube ich, Nils, als eine Spielart so einer, man könnte sagen, so einer transzendenzsüchtigen Zeit. Das heißt, die eigentlich nicht daran glaubt, aber immer Exponenten braucht, die letztendlich sowas wie, ja, ich würde schon sagen, so ein Konzept von Heiligkeit wieder einführt. Natürlich auch so zum Teil lächerlich gemacht, aber wichtig als Inszenierung im Diskurs verbleibend braucht. Und ich glaube, da kommt das alles zusammen. Deswegen finde ich auch, Nils, du hast vorhin gesagt, naja, die, die mit diesem Laden an der Ecke, das sind ja nicht, das sind ja gerade nicht die Faschisten. Ich glaube, das Interessante ist ja, deswegen bin ich da sehr stark bei der Partei, dass es nicht darum geht, gehört man dazu, sondern was für ein Reiz, was für ein Sog wirkt, das hat das eigentlich das Ganze. Und der Faschismus ist nur eine Institution, die dieses Reich bewohnt. Und als souverän bespielen will, während es ganz viele andere Formen nicht gibt, die auch dieses Reich bewohnen. Und ich bin immer noch geneigt, das so zu lesen, auch wenn das nicht so gern gesehen wird. Ich habe noch eine letzte Replik auf Stefan Höppner. Also das ist ja ein sehr guter Hinweis. Vor dem Hintergrund wäre das dann auch genau ja nicht der novelistische Charakter, nämlich das Erzählen von bis dahin literarisch unerhörten Begebenheiten, nämlich hier von Sekten, Terror und Satanisten und so weiter. Ja, genau. Wie ja auch gesagt wurde, die in der seriösen Literatur, die auf ganz andere Dinge gewartet hat, einfach nicht denkbar gewesen sind und auch meines Wissens wenig fabriziert worden sind. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als jetzt vor ein paar Jahren diese Anthologie, an der dann ja auch Manja Pregels beteiligt gewesen ist, Kaltland erschienen ist, wo es dann wirklich ja meinen Güte, das ist jetzt schon 20 Jahre her, aber niemand hat da jemals drüber geschrieben, was hier eigentlich in diesem Land los gewesen ist. Und genau, wenn man dann zurückschaut, dann gibt es da die, die, die Kracht, Stukat Bares und Günter Grass. Und na ja, der große Versöhner sollte dann Uwe Tellkamp mit dem Turm dann irgendwann werden. Und also da hat niemand mehr an diese, diese ganzen, ja eigentlich diese, diese flächendeckenden Aktionen gedacht. Und na ja, dann ist das in so einem entlegenen Roman. Und das würde ich genau daran auch wiederum die, die archivarische Funktion sehen. Also dass hier doch sehr scharfsichtig schon 95 eigentlich so verschiedene Zusammenhänge aufgezeigt worden sind, die immer und immer wieder solche ja eruptiven, sei es jetzt faschistischen Bewegungsgründungen oder Gewaltäußerungen ja möglich gemacht haben. Und das hier auch wiederum ein gutes Süddeutschland. Das ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt mit der Reflexion der Wende, die ja hier auch immer und immer wieder so anklingt. Also der, relativ früh in dem Roman heißt es ja auch, also wie, wie wollen eigentlich die Westdeutschen oder wie wollen eigentlich die Deutschen den Osten verstehen, wenn sie nicht mal Süddeutschland verstehen? Um dann genau diese Vorgänge hier da im Breisgau vorzuführen. Aber genau diese kritischen Repliken auf diese quasi Unmöglichkeit oder Schwierigkeit der Wiedervereinigung, die sind hier natürlich auch mit drin. Da habe ich jetzt gar nicht groß drüber nachgedacht oder das nicht in den Text mit aufgenommen. Aber auch genau diese kritische Perspektivierung der Wiedervereinigung, das kann ich auf jeden Fall noch mit ausbauen. Ja, vielen Dank für die ganzen Nachfragen, Anmerkungen und so weiter. Doch sehr, sehr sachdienlich. Danke. Gut. Nochmal Christian? Also apropos Wenderomanen, also Dietmar Darts Wenderoman würde ich behaupten ist Cordula Kiltig. Also wo wie in keinem anderen Text ja dann erstmal ja rezipiert ist sozusagen der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und das ist sozusagen das Thema des Romans. Und darauf müssen die Figuren reagieren. Und übrigens da auch ein Wenderoman, der wiederum auch dadurch Faschopersonal aufbietet. Wolfgang, eine der Figuren, wird meiner Meinung nach von Rechten zusammengeschlagen. Ja, und dieses Motiv, also dieser Faschosszene, und das schließt natürlich immer wieder auch an Erfahrungen dann der frühen 90er Jahre in Westdeutschland und Dietmar Darts an, wo sozusagen diese Bewegungen einmal wieder pulsierten und findet sich dann ja auch noch in späteren Texten, wenn es dann nach Berlin geht und Titel habe ich jetzt vergessen, aber sozusagen wo immer wieder auch solche Gruppen zusammenkommen und als Prügeltruppen erscheinen. Also nicht nur für immer in Brunig, sondern eben auch später noch. Es ist immer wieder Personal. Ja, wenn Höppner meldet sich, ich würde sagen, das ist dann die letzte Wortmeldung. Wir sind nämlich schon gut drüber. Ja, auch nur ganz kurz. Aber dann haben wir sozusagen, wenn wir tatsächlich die Irre des Rudels derart politisch lesen, haben wir tatsächlich auch eine Spaltung innerhalb der Popliteratur, wenn wir da zur Popliteratur dazuzählen, die mir jedenfalls vorher nicht so klar war. Denn in der inzwischen schon kanonischen Popliteratur der 90er Jahre kommt die Wende, kommt der Osten nicht vor und außer vielleicht als Karikatur in Generation Golf, wenn wir diesem Text dazuzählen wollen. Und insofern, aber es spricht für das, was ich vorhin gesagt habe, dass das eben nur abseits des damaligen etablierten Departurbetriebs stattfinden kann, zu dem da als Außenseiter ja mittlerweile aber doch fest dazugehört. Mehr würde ich dazu gar nicht sagen. Dann merken wir uns das mal. Wir haben ja nachher noch zwei Vorträge und können das vielleicht irgendwie doch noch gut anschließen. Ich würde sagen, wir machen eine Stunde Pause jetzt bis Viertel nach drei, ja, kochen uns was zu essen oder was weiß ich und sind um Viertel nach drei wieder hier und dann kommt Carolin Amlinger. Bis nachher. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Gott sind wir gut, total pünktlich. So, jetzt warten wir noch auf Stefan und Christian. Da ist Christian. Jetzt fehlt noch Stefan und Franziska fehlen noch. Martina Gerhardt ist auch präsent. Ich versuche die ganze, das Bild zu erkennen, was da hinten dran ist. Naja. Okay. Gut, jetzt ist Viertel nach und ich glaube, Stefan wird gleich zu uns stoßen. Ich darf als nächste Beiträgerin ganz herzlich und gar nicht weit von mir entfernt, nämlich in der nächsten Stadt in Basel. Du bist in Basel, Karolin nehme ich an gerade. Ja. Genau, Karolin Amlinger begrüßen. Karolin Amlinger ist am SNF-Projekt, SNF muss ich für die Nichtschweizerinnen und Schweizer erklären, Schweizerischen Nationalfondsprojekt, Halbwahrheiten, Wahrheit, Fiktion und Konspiration im postfaktischen Zeitalter angestellt, oder? Und leitet dort ein Projekt Poetiken des Populismus, Literatur und gesellschaftliche Wahrheit in postfaktischen Zeiten, also hochaktuell. Sie hat studiert Philosophie, Germanistik und Soziologie an der Universität Trier und war wissenschaftliche Mitarbeiterin in Trier und an der TU Darmstadt. Promoviert hat sie zu Schreiben, eine Soziologie-literarische Arbeit, stimmt das? An der TU Darmstadt und am Institut für Sozialforschung in Frankfurt und hat auch eine Monografie vorgelegt mit dem Titel, hochspannend und sicher für unsere Angelegenheit gar nicht so unbekannt, Die verkehrte Wahrheit zum Verhältnis von Ideologien und Wahrheit, schon 2014 erschienen. Genau. Und heute wird sie zu uns sprechen über real existierenden Dartismus, Bruchstücke zur politischen Ästhetik, Dietmar Darts. Danke, Karolin, dass du dabei bist und wir freuen uns auf den Vortrag. Vielen Dank für die Einladung. So, ich hoffe, ihr seht alle die Präsentation. Ja, gut. Genau, ich spreche heute über real existierenden Dartismus. Warum einem Raumschiff einer abtrünnigen Kommunistin hinterherjagen, wenn die Welt, in der man lebt, politische Entwürfe, wie man anders leben könnte, in den Mülleimer der Geschichte geworfen wurden. In Dietmar Darts aktuellem Roman, Neptunation, aus dem ich im Folgenden noch häufiger zitieren werde, antwortet Cordula spät, Wir brauchen das, was die haben. Technik, Wissen, wir brauchen es hier auf der Erde. Eine Crew aus ganz unterschiedlichen Menschen macht sich hier auf den Weg, das sozialistische Erbe oder eben das, was im All daraus geworden ist, aufzuspüren. Statismus ist also, wenn durchgeknallte Kommunistinnen ins All geschossen werden, um das zu machen, was theoretisch machbar wäre, aber aus unterschiedlichen Gründen nicht gemacht wird? Wenn die Antwort so einfach wäre, könnten wir an dieser Stelle die ganze Arbeit mit der Interpretation sein lassen. Uns Literaturwissenschaftlerinnen ist die permanente Deuterei ohnehin eine Berufskrankheit, wie der Linguist an Bord des Raumschiffs am Ende des Romans zugeben muss. Doch wie dem zunächst unentscheidenden Geisteswissenschaftler Christian Winsek im Handlungsverlauf des Romans eine entscheidende Rolle zukommen soll, kann auch unser Interpretationsangebot im besten Fall eine epistemische Funktion innehaben. Es kann die narrativen Vorschriften offenlegen, auf welche Art und Weise die Inferenz fiktionale Eigenwelten die empirische Realität absorbiert und kann so eben auch einen Zugang zu ontologischen Denkanstrengungen öffnen, wie also Imagination, Sein und gesellschaftliches Sein in einem Zusammenhang zu denken sind. Das Problem, dem wir uns im Folgenden aus ganz unterschiedlichen Perspektiven annähern wollen, ist also, wie Kunst oder wie Dart formulieren würde, Weltwollen, Wissenschaft oder Weltdenken und Politik oder Weltmachen bei Dart in einen poetologischen Gesamtzusammenhang überführt werden. Dazu stelle ich im Folgenden zwei Fragen. Die können vielleicht nicht immer zufriedenstellend beantwortet werden, aber oft sind es ja gerade die Fragen, die uns eine neue Sicht auf die Dinge ermöglichen. Und das ist erstens, wie ist das Fantastische politisch zu denken und zweitens, wie ist das Politische fantastisch denkbar. Im ersten Fall geht es also allgemein um Dart's politische Ontologie des Unwirklichen und im zweiten um seine fiktionalen Bearbeitungen des Politischen im Modus der Unwirklichkeit. Kommen wir zum ersten Punkt, das fantastische politisch Denken. Cordula Späth, schon wieder Cordula, diskutiert mit den Besatzungsmitgliedern der Raumschiff-Avangarde in Neptunation über das Verhältnis von Wissen und Nichtwissen. Zitat Und wenn wir etwas nicht denken können, brauchen wir halt Mathe oder Philosophie oder Kunst, die uns dazu verhelfen, das doch denken zu können. Dann müssten wir das Hirn umrüsten, wie wir die Brillen und Mikros nehmen, um die anderen Organe um- und aufzurüsten. Cordula, die seit Cordula Kiltich, ihr habt den Roman ja schon mehrmals erwähnt, eine metafiktionale Nervensäge in Darts Werken ist und auch noch viel mehr, wie wir später sehen werden, erläutert den fiktionalen Figuren ihre epistemische Funktion. Fiktionen sind Wunschmaschinen, doch ganz anders als Deleuze und Guattari sie im Anti-Oedipus dachten. Die Figuren in Darts Roman meinen in der Regel, was sie sind. Franziska, du hast das ja sehr gut heute Morgen schon erläutert. Erst die Lektüre macht sie zu Maschinen, mithilfe derer die Leserin soziale Imaginationen entwickeln kann. Der Maschinenbegriff, der spätestens seit Maschinenwinter in Darts Poetik präsent ist, soll eben das ausdrücken. Er schreibt in Niegeschichte, Zitat, Apparate oder Maschinen sind etwas, das menschliches Hattungsvermögen unterstützen, erweitern und ersetzen kann. Und die Fantastik als Erzählform ist eben ein solch maschinelles Antriebssystem der Imaginationskraft. In der Erzählforschung nach Todorov ist die Bedingung des Fantastischen in einem Text erfüllt, solange das Prinzip der Unschlüssigkeit greift, ob, Zitat jetzt Todorov, die evozierten Ereignisse einer natürlichen oder übernatürlichen Erklärung bedürfen. Erlebt die Leserin eine epistemische Abweichung von der Ordnung der Realität, bei der Text eben ein Wissen evoziert, das man noch gar nicht wissen, weil nicht erleben kann, ist die Minimalanforderung des Fantastischen erfüllt. Die erzählte Fantastik bleibt aber nicht bei der Formulierung, das geschieht nirgends, stehen, wie Barbara Kirchner und da dem Implex betonen, sondern der Satz wird in den Modus einer Möglichkeitserzählung überführt. Das wird geschehen. Entscheidend ist also nicht der Modus des Allsab, sondern das, was im Satz danach folgt. Indem das Irreale den Vergleich zwischen dem Wirklichen, dem Denkbaren und Machbaren ermöglicht, stellt es also die Kategorien des Realen auf die Probe. Diese Derealisierungserfahrung ist der ontologische Kern des fantastischen Erzählens. Denn das Unmögliche sagt sich nicht vom Realen los. Es ist als seine imaginäre Störung, könnte man sagen, an es gebunden. Und darin liegt das politische Erkenntnispotenzial der Fantastik begründet. Kommen wir nun also auf das politische Ontologie zu sprechen. Am Ende von Neptunation findet der Linguist Christian Binsek, von dem eben schon die Rede war, sich in einem ganz anderen Roman wieder als dem, in dem er sich eigentlich geglaubt hat. Der metafiktionale Clou Cordula Spätz war es, zu verhindern, dass, Zitat, es eine einzelne Geschichte wird, sondern, dass alle Geschichten wissen, es gibt nicht nur sie als Wirklichkeit, sondern zu jeder Wirklichkeit gehören ihre Möglichkeiten. Jede Wirklichkeit ist die Einheit dieser beiden. Ihr gelingt dies, indem sie sich, Achtung, Spoiler, erzählweltlicher Zeitschreifen bedient, die sie bernsteinig tauft und so den zwingenden Ablauf der Erzählung durch Zeitsprünge unterbricht. Der Linguist ist sichtlich verwirrt. Wie kann man das, was man noch nie zuvor gedacht, erlebt oder gesehen hat, an das bisher Gedachte, Erlebte oder Gesehene zurückbinden? Der kommunistische Philosoph Hans-Heinz Holz, der den Genossen unter euch vertraut, den Kolleginnen unter euch wahrscheinlich eher unbekannt sein wird, versuchte, die Identität des Seins in seinem Anderssein zu denken. Kurz er pochte auf den transzendentalen Charakter der Konstitution von Erkenntnis. Den vulgären Materialisten, den bei solchen metaphysisch anmutenden Formulierungen die Haare zu Berge standen, antwortete er, dass nur so, nur durch den Einbezug der Momente, die jenseits der sinnlichen Erfahrung liegen, eine realistische Ontologie möglich sei. Denn ein Realismus zu Holz, der sich auf das Sichtbare beschränkt, muss blind bleiben. Er muss auch dessen dynamische Prätenz, also sein Werden und Anderswerden, mit einbeziehen, also gerade das, was nicht sichtbar ist. Und anhand dieser Idee lässt sich nun auch Darts politische Ästhetik auszustavieren. In der unwirklichen Kunst- und Literatur wirken eigene Wahrheitsproduktionsweisen, wie Dart in je Geschichte schreibt. Diese setzen das Werk als tatsächliches und treten dadurch um den Bedingungen ihrer Möglichkeiten in Kommunikation. Das betrifft zunächst das Gewebe der internen Relationen eines Textes, kurz seine inferenzielle Kohärenz. In der Idee eines unwirklichen Textes ist, wie Kirchner und Dart im Implex betonen, ein, Zitat, Ensemble abstrakter Möglichkeitsbedingungen für das Auftreten von variablen Einzelereignissen aufgehoben. An der Idee entscheidet sich also, was in der Erzählung möglich werden kann. Ob Philippa die mutige junge Raumfahrtsgenossin Christian Winsigs im Neptunation überlebt, obwohl ihr im erbitterten Kampf doch das ganze Gesicht weggeballert wurde, entscheidet sich eben am imaginären Weltentwurf des fantastischen Textes. In den Kopfgeschossen heißt es im Roman, heißt noch lange nicht, Todgeschossen. Die metafiktionale Cordula Spät war es, die hinter der scheinbar zwangsläufigen Narration ihre dynamische Gestalt erkannte und die sich die gesetzten Möglichkeitsbedingungen des Textes aneignete, um das Raumschiff mit einer Botschaft vom Neptun zur Erde zurückzuschicken. Zwar ist im abenteuerlichen Handlungsverlauf keine Zeit für ausführliche Erläuterungen zu Ontologie und Metaphysik, wie sie sagt, aber die eine Botschaft, die Cordula an uns Erdbewohner außerhalb der symbolischen Zeichenwelt richtet, lautet, seht her, das Unwirkliche funktioniert wie das Wirkliche. Wir können die Geschichte selbst bestimmen, wenn wir nur ihren dynamischen Charakter erkennen. Eine Ontologie des Erzählens, sagen Dart und Kirchener im Implex, muss eine Ereignisontologie sein und eine politische Ontologie muss eine Ontologie der Potenzialität oder, wenn man aufs Ganze gehen will, eine Ontologie der Revolution sein. Damit verlassen wir die Sphäre der inferenziellen Stimmigkeit, an der sich die Wahrheit einer Erzählung misst und die häufig als Kohärenztheorie der Wahrheit bezeichnet wird und kommen zum ontologischen Schwergewicht, der Frage nach dem referenziellen Objektbezug, also der Korrespondenztheorie der Wahrheit. Ich behaupte, dass Darts Fantastik wesentlich mimetisch verfährt. Wenn ich an dieser Stelle das Schreckgespenst postmoderner Literaturtheorien aufrufe oder noch schlimmer, sein marxistisches Pendant, die Wiederspiegelung, meine ich damit, dass die imaginäre Eigenweltlichkeit unwirkliche Erzählungen in ein spezifisches, eben ästhetisches Reflexionsverhältnis zu ihrer Objektreferenz tritt. Nur so kann man das Fantastische erzählen überhaupt als ein spezifisches Kunst- und Erkenntnisverfahren denken, wie Darts in Mie-Geschichte in einer Würdigung von Holz betont. Fantastik ist eine Reflexion der Realität über die Realität, sagt Darko Suvin in seiner Poetik der Science-Fiction. Gerade das Novum fantastischer Texte, also die erzählerische Abweichung von Wirklichkeitsnormen, verhandeln in ihrer Abweichung die ontologische Verhältnisbestimmung zwischen unwirklicher Zeichenwelt und außersprachlichen Begebenheiten. Indem also die unwirkliche Erzählwelt ein ästhetisches Gegen- oder besser Andersbild zur wirklichen Welt kreiert, werden durch sie die dynamischen Strukturen der außersprachlichen Realität erfahrbar. Präziser formuliert, in den internen Relationen des unmöglichen Kunstwerks scheinen die Relationen der Wirklichkeit in ihrer abstrakten Form auf. Die Abbildung von Wirklichkeit ist, so Holz, Erzeugung eines Zeichens für dieses Wirkliche. Das so gedachte Spiegelverhältnis ist, wie Holz betont, insofern kein einfaches Abbild, sondern eine Bilderzeugungsstruktur, das heißt ein produktiver Akt. Darts fantastische Erzählungen absorbieren die Siege und Niederlagen der realen politischen Kämpfe, indem sie eine imaginäre Welt mit eigenen Möglichkeitsbedingungen überführt werden und in der Leserin das Verschütterte sozial-imaginäre Wünsche, Hoffnungen und so weiter aufrufen. Im Unwirklichen wird also die Wirklichkeit in ihrer Dynamik erfahren. So wie die Anäugnung der äußeren Realität die Bildung einer menschengemachten sozialen Welt einschließt, die uns als gegenständliche Welt mit eigenen Gesetzen gegenüber tritt, entwickeln seine Erzählungen also eine Realität eigener Art, durch welche die äußere Wirklichkeit als sozial gestaltete und auch gestaltbare erfahren wird. Ein Darts Romanbuch hat also die ungeheuerliche Theorie einer politischen Ontologie, die von der kosmonautischen Kommunistin Alexandra Burkhardt wie folgt formuliert wird. Die dynamische Triangulation von Subjektiv, Objektiv, Intersubjektiv im kosmischen Maßstab. Fassen wir vorab zusammen. Der kosmische Spiegel wird zu einer strukturellen Analogie, wie man mit Holz sagen kann, mithilfe derer sich das Weltverhältnis von Subjekt, Objekt und Gesellschaft aufschließt. Nun aber genug der Abstrahierung, denn die Wahrheit ist, wie Lenin wusste, immer konkret. Kommen wir also zum zweiten Punkt, das politisch fantastische. Auf die Frage, wie Datismus zu definieren sei, würde ich antworten, Datismus ist Schönenchen, Jusquodula spät. Schönenchen, das sind die atemberaubenden weiblichen Superheldinnen Figuren in Darts Roman, die den Mut besitzen, mit Messern zu werfen, wie Valerie Thiel in Firma in Honig oder eben gegen Messermonster zu kämpfen, wie Philippa Scholz in Neptunation. Also jemand, den man bei einer Revolution ganz sicher an seiner Seite wissen möchte. Es sind ganz normale Mädchen und eben doch nicht. Durch einen fantastischen Kniff in Neptunation wird Philippa beispielsweise vom Dicht gelesen, entwickeln sie außerordentliche Fähigkeiten und kriegen im Handlungsverlauf mit ihrer poetischen Prädestination. Damit sie nicht zu entfesselten, individualistischen Übermenschen rekredieren, wie so mancher Superheld im Marvel-Universum, stellt Dat sie unter Aufsicht von Kordula spät, die den unbändigen Voluntarismus der Schönenchen, ihrem unbedingten Wollen nach dem schönen Leben, in politische Bahnen überführt. Wer ist nun aber diese Frau, die Zitat Neptunation, in wechselnden Verkleidungen seit Jahrzehnten so aussieht, als wäre sie 30 Jahre alt. Wer also ist Kordula spät? Ein erster Hinweis ist eine Abkürzung, die sie sich in den Nacken tätowiert hat. Kiss. Nein, gemeint ist hier nicht die Band für in die Jahre gekommene Lederwestenträger, sondern ein Zitat Maxim Engels, ideal, wonach die Wirklichkeit sich zu richten haben wird. Der Kommunismus. Kordula sagt zu Philippa, nur dafür mache ich den ganzen Scheiß, mit Hirn, Knochenbrechen, organisieren, forschen, Kunst und allem, damit es mal so kommt. Ihr Ziel, die klassenlose Gesellschaft, soll konstruktiv sein, also aufbauen, statt kaputt zu machen, irenisch, das heißt ohne Gewalt, herrschen, synthetisch denken, also Widersprüche zulassen und sie zu einer neuen Einheit führen und solidarisch sein, das heißt kein unsoziales Arschloch, das andere ausbeutet und unterdrückt. Kordula beantwortet die Frage nach ihrer erzählweltlichen Identität, also mehr oder weniger, schon selbst. Sie ist eine Art Metapartei im leninschen Sinn, mit der Ausnahme freilich, dass die Partei in der Figur Kordula Spätz nicht wie in der Realität graue Haare bekommen hat. Ihr Ziel ist der Aufbau einer kampffähigen Organisation für eine bessere, weil sozialistische Gesellschaft, auch wenn diese Organisation zur Verwirklichung des Ziels bisweilen auf interstellare Reisen geschickt werden muss, um die irdischen Beschränktheiten, die, Zitat Kordula, Konfusion und Denkvollheit der dort Lebenden hinter sich lassen zu können. Kordula, die Meisterin der sozialen Kombinatorik, organisiert also auch in trostlosen Zeiten unerbitterlich das menschliche Potenzial, das man marxistisch als revolutionäre Vorruhe zeichnen würde. Denn dass die klugen Köpfe wie die starken Heldinnen in Darts-Romanen nicht ihren unmittelbaren Interessen überlassen werden können, erklärt Kordula der Crew, die sie für ihre, man ist fast geneigt zu sagen, kosmische Mission der Arbeiterklasse gewinnen will, in Neptunation folgendermaßen, Zitat, Sie haben nicht viel zu verlieren, aber viel zu gewinnen. Das ist die Grundvoraussetzung. Der Rest ist Training, Vorbereitung in jedem Sinne, Ausbau der schon vorhandenen hohen Qualifikationen. Die kosmische Mission, das wird in Kordulas Auswahl der Besatzung deutlich, an Bord sind neben dem Linguisten und der Superheldin mehrere internationale Superhörne, kann nicht von der irdischen Arbeiterklasse selbst geleitet werden, sondern sie bedarf eines Trägers, der durch Diskussion und Diskussion und abermals Diskussion sich dieser seiner Mission bewusst wird. Die Besatzung des Raumschiffs mit dem Namen Potcain Fries, welche das sozialistische Erbe auf dem Neptun retten soll, kann als jene Arangard gelesen werden, die, wie Lenin in Was tun formuliert, das sozialistische Bewusstsein in den Klassenkampf des Proletariats von außen hineinträgt. Im Klassenkampf im Dunkeln reformuliert Dart die Losung Lenins folgendermaßen und formuliert zugleichzeitig implizit den eigenen parteilichen Standpunkt seiner Autorschaft. Also auch hier wird die Frage der Haltung nochmal ganz virulent. Zitat Dart, Wer nicht derjenigen Klasse dienen will, die Kapital besitzt, muss die eigenen Kenntnisse und Fertigkeiten in den Emanzipationskampf derjenigen investieren, die von großen sozialistischen Plänen zunächst mal aus berechtigtem Alltagsinteresse an erträglichem Leben nicht allzu viel wissen will. Dass der leninistische Führungsanspruch der Partei, der von Linken wie Rechten unterschiedlichster Provenienz gern als autoritärer Elitismus gedeutet wird, meist kein Privileg, sondern eine Anstrengung, ja ein großes Opfer ist, zeigen die unzähligen militärischen, politischen und intellektuellen Kämpfe, die die Besatzungsmitglieder auf dem Weg zum Neptun zu führen haben. Die interstellare Expedition zum Neptun reflektiert darum auch die wechselseitige Vermittlung von politischer Praxis und theoretischer Positionierung. Ohne revolutionäre Theorie kann es auch keine revolutionäre Bewegung geben, lautet eine prominente Formulierung Lenin. Die Intertexte, die Dard in seinen Werken aufruft, sind also nicht bloß verstaubte Archive des Wissens, das hatten wir ja bereits bei Niels mit Foucault gesprochen, also ein reines Bibliotheksphänomen, sondern sie verhandeln die schwierige Gratwanderung zwischen Parteilichkeit und Unabhängigkeit im Denken. All den theoretischen Diskussionen der Besatzung an Bord um die Wahrheit in den Tatsachen, wie der chinesische Wissenschaftler Ai Guusun unter Berufung auf Mao formuliert, ist die Frage eingeschrieben, wie Wissenschaft, wenn sie ihre Wahrheitskriterien nicht preisgeben will, unter den Index sozialistischer Parteilichkeit gestellt werden kann. Die erbitterten Debatten, die in Neptunation um Wahrheit Natur und Naturgesetze geführt werden, evozieren eins. Unabhängigkeit kann in der Wissenschaft nur gewahrt werden, wenn sie sich nicht abhängig macht von Partialinteressen, wie er Guusun weiter ausführt. Zitat, das ist der Westen, der daran verzweifelt, dass seine Gesellschaftsordnung ihn daran hindert, die einmal erlangte Stufe der Rationalität seines Wissens und Könnens auch wirklich im Interesse seiner Menschen anzuwenden. Unabhängigkeit im Denken garantiert hier paradoxerweise gerade die Mission im Dienst der sozialistischer Parteilichkeit. Das Denklaboratorium im All, das Cordula Spät der Besatzung bereitstellt. Parteilich ist Wissenschaft in diesem Sinne dann, wenn sie, wie Garz-Politik im Allgemeinen, Wirklichkeit als Reflexionsverhältnis beschreibt, eben in seinen dynamischen und widerstreitenden Elementen. Was für Denkmaschinen gilt, lässt sich auch auf die Maschinen überhaupt übertragen. Also die Produktivkräfte, mit Hilfe derer die gesellschaftliche Produktion organisiert wird. Die Crew besteht nicht wegen einer naturwissenschaftlichen Schwule Darts vorrangig aus Wissenschaftlern. Wissen und Technik beschleunigen nicht nur, wie Marx und Engels in der deutschen Ideologie betonen, die quantitative Ausdehnung der bisher schon bekannten Produktivkräfte, sondern sie organisieren das Verhältnis der Individuen zueinander. Wie der soziale Verkehr in der sozialistischen Gesellschaft geplant wird, hängt also wesentlich ab von den Mitteln, die der Gesellschaft zu diesem Zweck zur Verfügung stehen. Doch was tun mit den schon vorhandenen Mitteln, die im Dienst der Ausbeutung und Unterdrückung stehen? Cordula erklärt in Neptunation dem Cyborg Thaisa, dass man dem Kapital nicht einfach das Werkzeug entreißen könne, weil, Zitat, Mittel nie gleichgültig sind gegen die Zwecke, für die sie eingesetzt werden und Zwecke nie unabhängig von den Mitteln wirklich vorkommen. Das All erweist sich also als ein nützliches Labor, befreit es doch von dem beschränkten Werkzeug, das auf der Erde vorfindbar ist. Wie diese Erzeugung aussehen kann, wird in der Erzählung mit der kosmischen Zivilisation der Dysunyki verhandelt, die im Asteroidengürtel aus einem zurückgelassenen sowjetischen Raumschiff entstanden ist. Die Gesellschaft der Dysunyki besteht aus Menschen, aus Robotern und aus kybernetisch modifizierten Cyborgs, die sie Kinder nennen. Die Kinder, viel Stauer als Roboter und Menschen, transportieren eine Idee der Freiheit, die auch gesellschaftlicher Planung gründet. Thaisa, eines der Kinder, versteht den Atem der Menschen nicht, die sie gegenüber einer Politik äußern, die, Zitat Thaisa, menschliche Populationen insgesamt Gegenstand von Planung wurden. Das historisch belastete Erde gilt für die Bewohner des Alls nicht. Insofern sind die Cyborgs keine symbolische Analogie für Eugenik und Menschenzüchtung, sondern sie verwirklichen das ontologische Prinzip des Implex, nämlich Menschen sind aus anderen Menschen zusammengesetzt, indem sie sich selbst nach Belieben aus biologischem und technischem Material konstruieren. Cyborgs sind unsere Ontologie, schreibt die poststrukturalistische Feministin Donna Haraway, Sie sind ein verdichtetes Bild der imaginären Möglichkeit von sozialen Transformationen, da sie oppositionelle Grenzen von organischem technischen oder menschlichen nichtmenschlichen transzendieren. Während Haraway aber dem Hybriden schon in seiner Form ein transformatives Potenzial zuschreibt, betont Dard, dass Freiheit nicht zwangsläufig dann entsteht, wenn Grenzen vermischen, sondern dann, wenn sie sozial organisiert sind. Abschließend möchte ich noch auf Mittel ganz anderer Art zu sprechen kommen, die zur Erzeugung einer sozialistischen Gesellschaft nötig werden. Denn so hart der Kampf um das sozialistische Projekt der Neptunation ist, so wichtig ist es, die militärischen Mittel zu bestimmen, mit denen der Kampf geführt wird. Cordula hat in den zahlreichen Romanen Darts schon genügend Kriege gegen allerlei natürliche und übernatürliche Bösartigkeiten geführt, um Lenins Auffassung zu teilen, dass, Zitat, die Stimmung allein nicht genügt, um die Massen im großen revolutionären Kampf zu führen. Um Cordulas Problem zu lösen, dass sie nichts Geringeres ist als ein Menschheitsproblem, wie sie sagt, agiert sie letztlich militärisch. Zumindest so, wie Dart das militärische Entklassenkampf im Dunkeln denkt. Zunächst das objektive Kräfteverhältnis messen im Hinblick auf die Absichten, die man hat. Um daraus schließlich eine politische Strategie und Taktik zu entwickeln. Oder in den Worten der Metapartei Cordulas das Spiel Verstehen dann drüber hinaus gelangen, das Unrecht oder die unnötige Beschränkung studieren und dann überwinden. Ihre interstellare Expedition, die Jahrzehnte, Jahrhunderte dauern soll, ist beschwerlich wie der irdische Weg zum Sozialismus. Das sozialistische Experiment im All trägt Spuren der Expulsion durch äußere Feinde, auch im Roman sind es natürlich die Amerikaner, wie Implosion durch selbstgemachte politische Feindschaften. Eine übermenschliche Trotzki-Figur, die erdeutscht wird, darf auch hier nicht fehlen. Ohne die Argumente näher ausführen zu können, die Neptunation, die Niederlagen und Siegel des kosmischen Sozialismus begründen, liegt uns die fantastische Trickmaschine der Erzählung, die zeichenweltlichen Zeitreisen, eines nah. Der Sozialismus ist nicht gescheitert, weil die Idee des ist, sondern weil Voraussetzungen fehlten, die man herstellen kann. Eine Ewigkeit lang probierte die Besatzung das sozialistische Projekt der Neptunation zu retten. Sie machten Fehler, scheiterten, probierten es erneut, machten wieder Fehler, um es auf ein Neues zu probieren. Die Bernsteinik, Cordula Spätz, ermöglichte es, die Konfiguration von Ereignissen als Ganzes sichtbar zu machen, also eingedenk der Historizität und Potenzialität zu handeln. Es besteht die prinzipielle Möglichkeit, es mit Aussicht auf besserem Erfolg noch einmal zu versuchen, schreibt Dart im Klassenkampf im Dunkeln. In dieser Hinsicht, das bleibt abschließend zumindest zu hoffen, ist Darts fantastisch realistisch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Caroline, ganz herzlichen Dank. Schwieriges Thema, komplexes Thema, aber sehr, sehr gut gemeistert, muss ich dann doch sagen. Norma hat es, nee, Stefan hat es, nee, Stefan klatscht, genau. Es gibt diese Tools, mit denen man reagieren kann. Stefan klatscht. Willst du nur klatschen oder willst du auch was dazu sagen? Stefan? Nein, das war nicht als Frage gemeint, das war wirklich nur als Beifall. Ja, dem schließen wir uns alle an. Aber Franziska hat sich gemeldet gerade. Moment, du bist on mute. So, jetzt, ja, erst mal auch vielen Dank, ich habe viel gelernt und trotzdem habe ich ein gewisses Unbehagen bei diesen dartschen Konzepten und zwar aus dem Grund, nehmen wir mal an, da wäre eine bösartige Rezensentin, dann könnte man ja tatsächlich fragen, ist dieses wir legen den Sozialismus und den Kommunismus irgendwie ins All und machen dort mal unbeeinträchtigt von allen historischen Erfahrungen alles neu. Das kann man als mutig, als neu, als originell beschreiben. Man könnte natürlich aber auch sagen, ja, es ist ein gewisser Flucht vor den Erfahrungen, die wir nun mal real mit Kommunismus und Sozialismus gemacht haben. Und auch diese, ich weiß nicht, diese Direktive zu sagen, Spiel, wie war es, Spiel erleben, verstehen, ändern, wir machen das irgendwie Trial und Error und korrigieren die Fehler, die gemacht worden sind. Und ich will jetzt nicht in so ein Moral-Dings kommen, aber das waren ja jetzt nicht rein theoretische Fehler, sondern das waren Diktaturen, die da geschaffen wurden. Und ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle LeserInnen der deutschen Texte das ganz so als rein intellektuelle Spielerei mit Wirklichkeitsanspruch zu sehen und sagen, ach, lassen wir mal die Historie historisch beiseite. Gerade für jemanden, der sagt, ich habe den Anspruch, dass Fiction eine Art von Science ist, die nun mal auf Empirie beruht. Also, ich kenne tatsächlich diese theoretischen Sachen nicht so gut. Das ist eine offene Frage. Ich sehe nur sozusagen, das sind Einfallstore für Sachen, die tatsächlich schwierig sind. Das Interessante ist, dass seine politischen Schriften wie auch seine theoretischen Schriften als Intertexte, teils auch als explizite Zitate in den Romanen präsent sind. Also, Cordula Späth in Neptunation oder auch in anderen Romanen sagt, schreibt Dart dann als Dart in den politischen Schriften teilweise. Und insofern ist es natürlich eine sehr schwierige Gratwanderung, weil es eben auch fiktionale Texte sind. Und dort hat die Niederlagen des Sozialismus und die Fehler des Sozialismus in fiktionaler Form nochmals anders bearbeitet als in den politischen Schriften, weil einfach die Fiktion nochmals viel stärker die Möglichkeit bietet, das Ganze eben in verschiedenen Variationen darzustellen. Also das, was er in Neptunation gemacht hat mit diesen Zeitschleifen, mit den Erzählweltlichen, ist sicherlich, dass das sozusagen immer wieder Fehler gemacht wurden, diese erneuert wurden und sich die Geschichte immer und immer wiederholt, bis am Ende dann auch so etwas entsteht, wie eine Stefan, du meintest ja auch schon mal Idylle, dass genau, das hilft vielleicht dann, dass das schwierige belastete Thema dann nochmals in dieser Form zu bearbeiten und sich nicht so politisch verdächtig zu machen. Während ja, es ist dann sehr schwierig, dann von dem eigenen, also von dem parteilichen Standpunkt Darts als Autor abzusehen und den Texten dann auch diese ästhetische Eigenwerklichkeit, die du ja auch sehr stark gemacht hast, Franziska, dann zuzugestehen, also zumal ja eben auch bei, jetzt bei Venus siegt ja auch oder auch bei Pulsarnacht, da treten ja dann auch die realen Figuren, wie Stalin, Trotzki und Lenin treten dort ja auch auf. Und das, genau, und das ist natürlich dann, ja, es ist die Frage, ob es dann eben eine strukturelle Analogie ist, wie Holz das gesagt hat, sozusagen, dass das einfach ein Andersbild ist, dass es in dieser Form nochmal anders bearbeitet werden kann oder eine, ja, letztlich dann doch Doppelung der Realität. Vielen Dank. Nils, wolltest du was sagen, das sah so aus? Du wolltest es nicht. Ja, aber jetzt Stefan. Stefan, ich glaube, ich meine, ich bin wirklich kein Anhänger von biografistischen Theorien, aber wenn ich mir sowohl das politische, die politischen Schriften von Daat als auch die fiktionalen Sachen ansehe, glaube ich, dass da doch eine starke, dass man in beiden Textsorten sehr stark eine gewisse biografische Schriftung ist nun mal keine, die tatsächlich diese Erfahrung mitbringt, wie es ist, in einem, wie auch immer, geglückten oder missglückten sozialistischen Land gelebt zu haben, sondern die von jemandem, der in einer saturierten Gegend Westdeutschland aufgewachsen ist, damit auch teilweise sehr negative Erfahrungen gemacht hat. Darüber äußert er sich auch immer wieder klar und sozusagen für diese Art des Aufwachsens ein, war, da denke ich, einfach der Marxismus biografisch gesehen Möglichkeit gegen die Zumutung dieses Aufwachsens, das ja nicht von größter materieller Armut geprägt war, einfach eine Lösung und insofern denke ich, fehlt, oder was heißt fehlt, aber findet in den Büchern jedenfalls keine detaillierte Auseinandersetzung mit diesen historischen Erfahrungen des Sozialismus statt, es läuft eigentlich immer über eine abstrakte Ebene sozusagen, er äußert, oder über eine künstlerische Ebene, er äußert sich über Hux, er äußert sich über Ulbrichts Wirtschaftspolitik, aber nicht über die biografische Erfahrungen von Menschen in Ostdeutschland, das ist einfach nicht das Thema der Texte, wie auch immer man dazu stehen mag. Also ich, wenn ich mich ganz kurz, okay, dann erstmal Christian. Also es gibt ja schon auch den Versuch der Auseinandersetzung jetzt sozusagen nicht mit konkreten Erfahrungen, eben Ostdeutschland etc. oder Leben im Ostblock, aber sozusagen mit dann den größeren geschichtlichen Kontexten, also Venus siegt, ist ja genau der Versuch eben einer Aufarbeitung Stalinismus wiederum sozusagen transponiert in eine Zukunftskulisse, aber letztendlich ein Geschichtsroman. Das macht aber nochmal sozusagen dieses Spannungsfeld interessant und das, was auch Franziska anfangs ja schon betont hatte, es gibt sozusagen oder was auch schon in anderen Umkehrsgang es gibt auch Inkonsequenzen. Wir haben sozusagen zum einen eben Metapher und einen Assoziationsreichtum mithin zu einer Gefahr der Beliebigkeit. Auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder eher Form der Allegorik, ob es nun die Zombies sind in Honig oder eben das Personal in Venus siegt und also ich denke schon es macht und es ist produktiv Neptunation oder Neptunation schon auch wiederum vor dem Hintergrund eines Aushandelns eines sozialistischen Projektes zu lesen. Ist da tatsächlich glaube ich auch die richtige Spur die den Roman in vielerlei Hinsicht da sehr fruchtbar macht. Das sozusagen zudem ich will noch einen Gedanken mit gerne in die Diskussion streuen und zwar weil die Begriffe auf eine der Folien auftauchten und zwar Wirklichkeit und Wahrheit. Das sind ja Begriffe die an anderer Stelle auch für die Mandaten eine Rolle spielen und ich frage mich auch da ob es sozusagen auch Inkonsequenzen gibt. Ist das eigentlich immer kategorisch streng getrennt? Ich erinnere mich an solche Sätze auch wie das halt etwas nicht wahr ist nur weil es wirklich ist etc. aber aber vielleicht gibt es auch da sozusagen wechselnde Gebrauchsformen. Also das wäre sozusagen auch noch mal eine Frage an Carolin hinsichtlich dieser kategorischen Trennung zwischen Wirklichkeit und Wahrheit und das ist vielleicht nämlich auch noch mal ein Modus sozusagen dieses Projekt Sozialismus zu verhandeln. Ja und du hattest ja auch angeführt die Frage von eben da Wirklichkeit und Idee. Ja vielen Dank für die Anregung auch von Stefan. Ich glaube dass Wirklichkeit und Wahrheit tatsächlich bei DART getrennt voneinander gedacht werden müssen und zwar beschränkt sich Wahrheit bei ihm auch wenn man noch mal in die Geschichte reinschaut eben nicht auf den Bereich des Realen wenn man so möchte sondern beinhaltet eben die Potenzialität des Wirklichen immer mit sozusagen es ist immer die Einheit des Wirklichen und Möglichen das für ihn die Wahrheit dann ausmacht und in dem Sinne auch die Wahrheit dann einer bestimmten Gesellschaftsformation wie in diesem Fall der Sozialismus also die Wahrheit des Sozialismus ist eben nicht ich glaube das versucht er durch die auch durch den die Erzählform der Science Fiction klarzustellen ist nicht der historische Sozialismus sondern das was in der Potenzialität möglich ist also sozusagen einerseits das historische Moment der Blick in die Vergangenheit das betont er immer wieder aber auch der Blick auf das noch nicht vorhandene aber Mögliche und für ihn ist vielleicht darum wird der Sozialismus oft ins All verlegt weil da eben auch das was sinnlich nicht erlebbar und erfahrbar ist aber erzählbar werden kann und das kann so das ist glaube ich dann der Kniff der dann über den realen Sozialismus hinaus weist Ich würde mich da anschließen und noch einen Gedanken reinbringen weil ich denke das ist das zentrale Thema hier nämlich es geht es geht ja nicht nur darum im Grunde wie ist Sozialismus letztendlich denkbar hier und wie im Grunde wie können wir ihn alternativ so konstruieren ja also wie also auf welchen Wegen können wir ihn so konstruieren die Grundlagen schaffen dass er letztendlich realisierbar würde sondern ich glaube ganz große Teile auch gerade zum Beispiel beim Schnitt durch die Sonne dieses Werkes beruhen darauf dass man sagt okay es gibt wir leben ja wir leben ja nicht im Sozialismus sondern wir haben eine kapitalistische Gegenwart und das ist die Wirklichkeit das ist erstmal die Wirklichkeit von der wir ausgehen müssen und diese Wirklichkeit suggeriert uns dass sie die Wahrheit sei indem sie eben die Möglichkeit von der Wirklichkeit abtrennt und sagt die Möglichkeit ist das was eben danach kommt die liegt nicht im Moment sie liegt später ja 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 die in der Zukunft irgendwie das heißt wir sind im Grunde nicht Herren dieser Möglichkeiten im Kapitalismus sondern uns wird gesagt es wird alles besser es wird schneller nicht es wird mehr es ist für alle gesorgt aber letztendlich die Suggestion ist die dass wir nicht Herren oder ja Herrinnen dieser Gegenwart sind ja das Kapitalistische ist im Grunde die Möglichkeit ist getrennt von der Wirklichkeit das ist das Ideologem das dahinter ist was man bei Dart findet ist das Zusammenziehen von Wirklichkeit und Möglichkeit in einem Moment das ist was Carolin auch gezeigt hat das heißt wenn wir hier also das Potenzial zu erkennen die Potenzialität eines Momentes zu erkennen und das Potenzial geht in alle möglichen Richtungen heißt eben uns auch im Grunde wieder der Gegenwart zu bemächtigen und das ist natürlich genau das wo man sagen kann das ist eigentlich so ja auch wieder relativ gut klassisch historischer Materialismus das heißt die Mittel sind da dieses System schafft die Mittel um sich quasi zu überwinden es hält uns nur quasi davon ab diese Mittel zu ergreifen indem es die Möglichkeit nach hinten verschiebt die Möglichkeit im Moment zu sehen und sagen hey wir haben jetzt die Technik nicht und wir hätten jetzt die Mittel und wir hätten jetzt im Grunde das Know-how um letztendlich die Konzentration der Produktionsmittel auf einige wenige zu beenden das ist etwas wozu wir natürlich tatsächlich dann den Zugriff auf die Gegenwart brauchen und diese Potentialität entdecken müssen und Kunst ist im Grunde selbst schon ein Produktionsmittel das wir an die Hand bekommen um wiederum diese Potenzen zu erkennen also das ist glaube ich was ganz entscheidendes Kunstliteratur ist nicht nur Mittel zum Zweck Ästhetik ist nicht nur Mittel zum Zweck jetzt wissen wir jetzt können wir eben handeln sondern Kunstliteratur sind selbst schon Produktionsmittel also wir haben das ist das was wir schon an der Hand gegeben haben um zu erkennen und eben nichts Neutrales was eben nur abbildet sondern selbst schon Produktion ich finde Karolin hat das ganz sehr schön deutlich gemacht auch mit diesem Holzrekurs und es geht glaube ich tatsächlich darum in der Gegenwart die Potentialität permanent sichtbar zu machen die in alle möglichen Richtungen gehen kann aber die uns eben den Zugriff auf die Gegenwart wiederum ermöglicht und letztendlich dann das Wahre und das Wahre ist eben nichts was gerichtet ist sondern was erst mal auch ungerichtet ist was potenziell offen ist nicht nur zu erkennen sondern auch im Bereich des Wahren zu handeln genau das wäre so meine two cents dazu aber ich fand es jetzt wirklich auch sehr erhellend muss ich wirklich sagen vielen vielen Dank da ist stefan stefan glaube ich vielleicht noch eine letzte eine fußnote zu dem was ich vorhin sagte es gibt natürlich deutsche demokratische rechnung aber da geht es mir muss ich ehrlich sagen ähnlich wie franziska ich habe viele bücher von da gelesen aber eben noch nicht alle aber das kann man ja nachholen aber das wäre zum beispiel thematisch tatsächlich eine direkte auseinandersetzung ich habe das gelesen und ich hätte da tatsächlich ein ähnliches problem da geht es unter anderem auch um also um ökonomische fragen also hätte die ddr sozusagen also hätte man das irgendwie anders machen können und ich bin auch da und das ist natürlich an figuren also an figuren klar gemacht aber es geht auch da doch um ich würde sagen tatsächlich auch um theoretische fragen also das was was du caroline also finde ich auch ich habe total viel gelernt herausgestellt ich frage mich eben wirklich ein bisschen das ist eine frage die und ich vielleicht auch eine kann man das machen ohne auf historisch biografische einzel erfahrung von leuten schauen die in solchen systemen mal gelebt haben und da wird es glaube ich also zumindest kontrovers sagen wir es mal so ja also deutsche demokratische rechnung ist ja eine ganz andere erzählform seine übertragung des sozialistischen realismus ins 21. Jahrhundert und er lässt ja hier durchaus auch die ostdeutsche figuren sprechen nur aber eben diejenigen die von der wahrheit des sozialismus überzeugt waren und da geht es auch wie du meintest weniger um die um eine perspektive der betroffenheit sondern auch wieder um die um möglichen um die niederlagen also das ist eine ganz andere perspektive stefan ich fand dein hinweis da auch sehr erhellend die vielleicht eine westdeutsche perspektive dass man sozusagen sich von außen anschaut warum ist dieses dieses experiment denn eigentlich gescheitert und das ist sozusagen das verhandelt dann ja der deutsche demokratische rechnung sehr detailliert indem es sich dann mit Ulbrichts neuen ökonomischen system der planung und leitung auseinandersetzt kommt aber auch das kommt auch immer wieder in den science fiction romanen dann vor genau dass sie sich so ein bisschen auch in der Ulbricht-Figur dann abarbeitet ja gut dann Carolin ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag wie gesagt wie gelernt und jetzt machen wir nochmal zehn Minuten Pause viertel nach vier treffen wir uns zum letzten Beitrag hier wieder von Norma Schneider bis dann bis dann Vielen Dank. 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 So. Sie ist eine freie Lektorin, Ja, und sie kennt das Werk Dietmar Daz sehr gut und ich freue mich sehr, Sie jetzt zum letzten Vortrag zu bitten. Der heißt sowas wie die Hoffnung, Kunst und Gesellschaft in Dietmar Daz, Feldeweye. Ja, Felde, wie er sagt. Mama, wunderbar, dass du da bist. Wir freuen uns. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich habe das mit diesem Kopfhörer noch nie gemacht. Super. Genau, also wie Philipp gerade schon gesagt hat, ich bin jetzt anders als die anderen, die heute gesprochen haben, nicht selbst jetzt im akademischen Betrieb noch tätig und bin auch keine Germanistin, sondern komme aus der Philosophie und deswegen hat mein Text auch ein bisschen andere, also mein Vortrag auch ein bisschen anderen Schwerpunkt als bisher. Aber ich glaube, dass er trotzdem ganz gut anschließen kann, gerade an den Vortrag eben von Carolin. Und da es eben auch darum geht, wie können wir zu einer befreiten, besseren Gesellschaft, zum Sozialismus kommen. Und dann auch, was Philipp noch gesagt hat in der Diskussion, dass ja eigentlich die Kunst selbst auch ein Produktionsmittel ist für den Weg dorthin. Und genau das sind eigentlich die Themen, mit denen ich mich jetzt im Vortrag zu Feldeweye beschäftige. Und genau das sind eben auch die zwei großen Themen des Romans. Einmal, wie können wir eine Gesellschaft schaffen, in der wir gut leben können? Und wie kann uns die Kunst dabei helfen? Und da jetzt auch schon mehrfach gesagt wurde, wir haben nicht alle Bücher von Dietmar Dard gelesen, möchte ich ganz kurz noch was zum Setting, zum Inhalt des Romans sagen. Er spielt, wie viele andere von Dietmar Dards Roman, eben viele Jahre, viele hundert Jahre in der Zukunft. Und die Menschheit ist schon lange von der Wiege, wie die Erde in dieser Zukunft genannt wird, aufgebrochen, hat sich im Weltraum ausgebreitet. Und auch auf dem kleinen Planeten Feldeweye haben sich Menschen niedergelassen. Und dieser Planet befindet sich eigentlich nicht gerade im Zentrum des galaktischen Weltgeschehens und spielt dennoch eine besondere Rolle. Und diesen Planeten Feldeweye bewohnen die Menschen gemeinsam mit einer Fülle von anderen Spezies. Da gibt es zum Beispiel die Rengi, eine hochintelligente Spezies von Muschelwesen. Die haben einen Hang zur jahrelangen Kontemplation, ziehen sich für Jahre zurück zum Nachdenken. Dann gibt es die Storaria, das sind sehr große Lebewesen, die verschiedenste Formen annehmen können. Und das sind auch nur wenige Beispiele. Und alle diese Wesen haben eben sehr verschiedene Zugänge zur Welt und sehr unterschiedliche Interessen. Das Zusammenleben auf Feldeweye klappt trotzdem ganz gut. Aber im Laufe der Geschichte bricht ein Krieg zwischen eigentlich verschiedenen Gruppen innerhalb der Menschheit aus und es gibt viel Gewalt, viele Tote, Zerstörung. Und es kommt auch zu Machtkämpfen, Putschen, Repressionen, Diktatur. Und auch schon bevor dieser Krieg ausbricht, ist nicht alles in Ordnung. Auf Feldeweye, es gibt viele Probleme, die wir auch aus der heutigen Gesellschaft bereits kennen, in ihrer eigenen spezifischen Form. Da gibt es Umweltprobleme, es gibt Ausbeutung. Und es herrscht ein starker Sexismus, der dem heutigen Sexismus in vielen ähnelt, nur dass er quasi genau umgekehrt funktioniert. Nämlich werden dort Männer als minderwertig wahrgenommen, nach dem Aussehen bewertet, haben keine Chance, leitende Aufgaben zu übernehmen, bekommen Schminktipps, um den Mädchen zu gefallen und Frauen verlieren den Respekt vor Männern, die leicht zu haben sind. Und durch diese sehr schöne, einfache Umkehrung, die diese ganze Absurdität des Sexismus eigentlich auf dem Präsentierteller zeigt, das hat mir immer sehr gut gefallen. Wichtig ist zu sagen, in diesem Roman gibt es eine Entwicklung von mindestens mehreren Jahrzehnten ab und finden viele Prozesse und Veränderungen statt. Und die kann ich jetzt hier nur verkürzt anschneiden, und das heißt, was ich erzähle, das findet dann auch an verschiedenen Stufen dieser Entwicklung statt. Zum Beispiel wird dann eben dieser Sexismus später dann auch sehr stark infrage gestellt und auch sogar die Zweigeschlechtlichkeit aufgelöst und die Vorstellung davon, was ein Mann oder eine Frau zu sein haben, sind dann überhaupt nicht mehr relevant. Genau. Feldeweil dient trotz allen den Problemen, die ich schon genannt habe, trotzdem innerhalb der Menschheit oder in der Galaxie als eine Art Projektionsfläche für die Hoffnung auf ein besseres Leben und immer wieder, zumindest regional und temporär, wird ein solches besseres Leben auch auf diesem Planeten ermöglicht. Und am Beginn des Romans gibt es zwei Auswanderer, die aus einer ziemlich weit entfernten Ecke der Galaxie sich auf den Weg nach Feldeweil machen, um für sich eben genauso ein besseres Leben aufzubauen. Und einer dieser Auswanderer beschreibt den Planeten quasi als Utopie im klassischen Sinne als Nicht-Ort und auch eben als ein ziemlich perfekter Ort oder einer, der es werden kann. Er sagt nämlich, Feldeweil, das ist wirklich nirgends, das ist gar kein Ort eigentlich. Das ist eine Geschichte für Kinder mit großen Augen, denen man beibringt, ohne Schnittstellen Bilder zu machen, ohne Sünnes zu träumen, ohne raumdeuter Musik zu spielen. Feldeweil, das ist noch gar keine Welt, daraus muss man erst eine machen. Und genau das können wir tun, zusammen. Und dieser Sünnes, der da erwähnt ist, das ist eine Art virtuelle Welt, die aber wohl etwas komplexer funktioniert als die virtuellen Welten, wie wir uns vorstellen können. Man kann darin, um ein Beispiel zu nennen, Städte aus Musik bauen und sich in diesen Städten verlieren. Naja, noch ist Feldeweil keine utopische Gesellschaft, aber wenn sich irgendwo einer entwickeln kann, dann vielleicht am ehesten an diesem Ort. Und der Grund, warum Feldeweil etwas Besonderes ist und als ein Raum für Möglichkeiten wahrgenommen wird, ist, dass es der einzige Ort ist, an dem es noch Kunstwerke gibt. Kunst gilt in der Zukunft, die in diesem Roman beschrieben wird, als überwunden. Aber auf Feldeweil kehrt die Kunst zurück. Und der Name des Planeten bedeutet übersetzt Heimat oder sicherer Ort für die letzten Künste. Und diese Künste erscheinen in Form von Geschenken einer hochintelligenten Spezies, der Menesca, auf diesem Planeten. Also die bringen Kunstwerke aus der Vergangenheit, wie Gemälde, Filme, Musik, bringen die nach Feldeweil, wo sie dann gefunden werden. Und an der Frage, wie mit diesen Kunstwerken, die dort plötzlich erscheinen, umgegangen wird und was sich dann aus diesem Umgang damit entwickelt, daraus entspinnt sich der Roman. Noch zwei Worte zu diesem Setting, bevor ich diese Entwicklung mehr beleuchte. Genau, also wie immer, weil guter Science Fiction ermöglicht das Setting natürlich andere Gesellschaftsformen und Lebensformen zu erproben und das alternativlos scheinende als eine von vielen Möglichkeiten zu sehen. Und in diesem Roman wird man eben mit einer Welt voller Dinge, die wir nicht sofort verstehen, konfrontiert, weil es dort vieles anders ist. So weit, so gewöhnlich. Aber dazu kommt als Besonderes noch hinzu, dass gerade in Bezug auf die Kunst da eine andere Möglichkeit haben. Nämlich, Kunst haben wir eigentlich tot erklärt. Also wir glauben, es verstanden zu haben, was es soll mit der Kunst. Und über Klassiker der Kunst nachzudenken und sie zu erfahren, ist nicht gerade einfach, wenn sie tausendfach auf Postkarten und Jutebeutel gedruckt wurde. Und in diesem Roman kommt die Kunst immer in ein Setting, wo das nicht so ist, wo man wenig Ahnung davon hat, was das sein soll und wo man die Gemälde dann zum ersten Mal sieht. Und das, was da für uns selbstverständlich ist, erfahren die Figuren des Romans jetzt etwas Neues, auf das sie sich dann erst einen Reim machen müssen. Und daran liegt die Möglichkeit, eine andere Perspektive auf Kunst zu eröffnen und anders über sie nachzudenken, etwas Neues über sie zu lernen und sich eben vielleicht auch zu fragen, wie finde ich als Leserin eigentlich die Rolle, die die Kunst in unserer Gesellschaft spielt. Und das ist genau eben auch die Frage, die die Protagonistinnen des Romans sich dann stellen. Und bevor ich jetzt auf diese Fragen, die sich die Protagonistinnen stellen, eingehe, möchte ich auf eine eingehen, die ich mir gleichgestellt habe bei der Lektüre. Und zwar, warum soll es denn jetzt eigentlich keine Kunst mehr geben? Also warum ist das jetzt was Neues, was wieder hervorgekramt werden muss? Wieso gibt es keine Kunst mehr? Und dieses Motiv am Ende der Kunst ist ja in der modernen Geistesgeschichte ein recht häufiges, schon ziemlich abgedroschenes. Es gibt von Eva Gollen ein Buch mit dem Titel Das Ende der Kunst und dem Untertitel nennt sie es Ein Gerücht nach Hegel. Und bei Hegel haben Gerüchte weise, das Denken und die Reflexion, die klassischen Formen der Kunst abgelöst. Ganz so eindeutig findet man das jetzt auch nicht bei Hegel. Aber dieses Gerücht, einfach diese Figur Ende der Kunst als relativ platte These hat sich eben in vielen Formen weitergetragen. Und dabei wird entweder der Verlust oder der drohende Verlust der Kunst diagnostiziert. Also etwa beim Anblick von neuen Formen der Kunst gesagt, das ist doch jetzt keine Kunst mehr und kulturpessimistisch ein Verfall beklagt. Oder es wird gesagt, durch Postmoderne oder dadurch, dass wir jetzt sagen, Alltagsgegenstände, das kann auch Kunst sein, ist jetzt die Kunst auch an ihr Ende geraten. Oder durch Wadenförmigkeit, durch Kulturindustrie ist die Kunst bedroht. Wie es ja auch in der kritischen Theorie formuliert wurde, was in der Dialektik der Aufklärung heißt, also wenn da von der gesellschaftlichen Liquidation der Kunst die Rede ist. Also Kunst fällt quasi dem Kapitalismus zum Opfer. Oder eine andere Variante wäre, Kunst wird als irrelevant erachtet. Das brauchen wir nicht, weil die politische Praxis zählt. Damit können wir Gesellschaft verändern, wie es in Positionen, die es in der Neuen Linken auch verbreitet war. Und all diese Dinge kommen tatsächlich auch im Roman vor, aber die sind alle nicht der Grund, warum es keine Kunst mehr geben soll, sondern das sind Formen, wie mit Kunst umgegangen wird und Veränderungen an der Kunst selbst. Und im Roman ist eben nicht von einem Verlust, von einer Wegrationalisierung, einem Ausverkauf oder von Unterdrückung der Kunst die Rede, sondern der Grund, dass es lange keine Kunst mehr gegeben hat, ist, dass die Kunst verwirklicht worden sei. Und das halt eben nicht mehr vorhanden ist. Und dieser Gedanke des Endes der Kunst als ihre Verwirklichung ist einer, der auch in der kritischen Theorie eine Rolle spielt. In dem Sinne, dass wenn Kunst eine Form ist, mit dem Leben in der kapitalistischen Gesellschaft umzugehen und genau diese Gesellschaft zu reflektieren, das Leiden an ihr auszudrücken und gleichzeitig auch gedanklich über diese Gesellschaft hinaus zu gehen und auf etwas möglich anderes, Utopisches zu verweisen, wäre Kunst in einer Gesellschaft, die ja bereits dann dieses Utopische eingelöst, ist eigentlich nicht mehr nötig und vielleicht auch gar nicht mehr möglich. Und zum Beispiel Marcuse spricht auch ganz explizit in diesem Sinne vom Ende der Kunst durch ihre Verwirklichung in einer besseren Gesellschaft. Und im Roman gibt es ein passendes Zitat dazu, also da wird Piet Mondrian zitiert über die Verwirklichung der Kunst und da klingt eigentlich ganz ähnliches drin an, wenn er sagt, in der Zukunft wird die Verwirklichung des reinen Gestaltungsausdrucks in der greifbaren Realität unserer Umwelt das Kunstwerk ersetzen. Dann werden wir keine Bilder und Skulpturen mehr nötig haben, weil wir in der verwirklichten Kunst leben. Kunst wird verschwinden in dem Maße, wie das Leben selbst an Gleichgewicht gewinnt. Und allerdings wurde im Roman dann dieses Wort Gleichgewicht klammheimlich mit dem Wort Gleichheit ersetzt. Also Kunst verwirklicht sich in einer Gesellschaft der Gleichheit. Eine solche Gesellschaft war ja aber noch nicht vorhanden. Trotzdem gibt es keine Kunst, also trotzdem gilt die Kunst als verwirklicht. Und das hat mit einem wichtigen Ereignis in der Geschichte der Menschheit zu tun, der Hitschra, das ist arabische Wort für Auswanderung. Und man erfährt nicht so viel darüber, was da passiert ist, aber es geht wohl eben um die Ausbreitung der menschlichen Zivilisation jenseits der Erde auf anderen Planeten und auch um weitere technische und gentechnische Entwicklungen. Und es heißt, dass die Menschen nach diesem Ereignis mit der Technik übers Wirkliche hinaus ins Mögliche gegriffen haben. Und seitdem gilt Kunst als verwirklicht, weil das Mögliche ja eigentlich das mit jeder Kunst ist. Und wenn das nun mit jeder Technik wird, braucht es keine Kunst mehr. Aber das ist eben eigentlich ein ziemlich großes Missverständnis, wo ich sagen würde, da ist wahrscheinlich ein Mangel an dialektischem Denken schuld bei den Leuten, die eben diese These vertreten im Roman. Denn wenn etwas in eine andere Form annimmt, sich weiterentwickelt, sich verändert, heißt es ja nicht, dass es weg ist, sondern aufgehoben, wenn man jetzt wieder zu Hegel zurückkommt und bei ihm, was man dann nämlich wirklich findet bei Hegel zum Ende der Kunst, ist, dass sie über sich selbst hinausgegangen sei, was ganz gut dazu passt, was ja nicht heißt, dass sie weg wäre. Genau, und nach dieser Hitschra wurden nämlich zwar keine Bilder mehr gemalt und ins Museum gehängt, aber dafür zum Beispiel intelligente Krankheiten gezüchtet, die physisch harmlos sind, aber bestimmte Formen des Empfindens ermöglichen. Es wurden virtuelle Welten geschaffen und Gebäude aus Klang komponiert und auch der Mensch selbst ist quasi zum Kunstwerk geworden, indem er sein Aussehen, sein Geschlecht und seine Fähigkeiten verändern kann oder indem zum Beispiel auch aus mehreren Menschen ein bewusstes Lebewesen gemacht werden kann, eine Person und mehrere zugleich, die dann über das hinausgehen können, was üblicherweise als menschlich gilt. Gleichzeitig gibt es im Roman auch einen Hinweis auf eine wichtige Differenzierung. So heißt es an einer Stelle, man hielt sich im Thomasstreifen, das ist eine Region auf diesem Planeten, Felde-Vaille, dort hielt man sich viel darauf zugute, dass hier so überwunden die Künste sonst in der Galaxis waren, gesungen wurde. Niemand außer uns hat Musik, die nicht zum Bauen benutzt wird. Und diesen Unterschied, Kunst ihrer Definition nach keinen Zweck verfolgt, einfach schön ist und solche, die ein Nutzen hat, womit dann eben zum Beispiel etwas gebaut wird, diesen Unterschied sollte man nicht übergehen, was allerdings nicht heißt, dass das eine Kunst wäre und das andere nicht. Die Behauptung, dass die Kunst etwas Vergangenes ist, stimmt also nicht, sie ist in der Welt von Felde-Vaille nur nicht mehr das, was wir heute unter Kunst verstehen. Und nun kommt aber eben genau in diese Welt, die sich als kunstlos glaubt, unsere alte Kunst und löst eine größere gesellschaftliche Auseinandersetzung aus mit der Frage, wozu das Ganze und was mit dem Kram eigentlich anstellen. Und ja, das, was dann passiert, findet man eigentlich schon bei Walter Benjamin im Kunstwerkaufsatz, wo er dann ja auch mit Bezug auf Precht sagt, es gibt eigentlich drei Stufen der Kunstrezeption. Kunst wird vom Kultobjekt zum Ausstellungsobjekt zur Ware, wobei das jetzt nicht unbedingt drei aufeinanderfolgende, voneinander getrennte Stufen sind. Aber all das findet man dann auch im Umgang mit der Kunst auf Feldevaille. An einer Stelle finden dann Menschen ein Kunstwerk, die überhaupt nicht wissen, was das ist. Und da entwickelt sich dann ein Kult und ein Aberklaube drumherum. Sie zimmern einen kleinen Schrein für das Kunstwerk. Und relativ schnell kommt es auch zu in der Institutionalisierung der Kunst. Es werden Museen eingerichtet. Es entsteht eine offizielle Institution, die sich mit der Katalogisierung und der Deutung der Kunst beschäftigt, die sogenannte Auswertung. Und etwas später wird Kunst zum Sammelobjekt und auch zur Ware und zur Reklame. Aber es passiert eben auch mehr als das. Es entwickelt sich eine Bewegung, die sich die Ästheten nennt. Sie wollen die Kunst besser verstehen und sie rekonstruieren zu diesem Zweck alte Kunstwerke und ihre Herstellungsweise und gehen dann auch vermehrt dazu über, sich selbst in der Schaffung neuer Kunst zu versuchen, die aber anfangs noch sehr an den alten Vorbildern orientiert ist. Und von den offiziellen Regierungsstellen reagiert man da erst mal mit Misstrauen drauf. Es kommt zu Repression, aber auch zu Vereinnahmung. Und auch diese neue Kunst wird dann mit der Zeit institutionalisiert. Und das schönste Beispiel, wie ich finde, dafür ist ein Preis, der von der Regierung verliehen wird. Und das Thema dieses Preises, das Preis wird verliehen für rebellische Opposition und Erneuerung der Formen der Abwehr, der Fahrtheit des städtischen Lebens. Aber wirkliche Rebellion wünscht sich diese Regierung natürlich nicht. Und weshalb bald offiziell von dieser Auswertung Kunst zu bloßen Gebrauchskunst erklärt wird, zu Dekoration, Zerstreuung und Ablenkung von der wirklichen Welt. Kathrin Ristau ist die zentrale Figur des Romans und sie gehört zu denjenigen, die das anders sehen. Sie hat in ihrer Jugend diese Kunstgeschenke der Menesca an den entlegenen Orten auf dem Planeten aufgestöbert. Und später geht es ihr aber vielmehr darum, diese zu verstehen. Und sie veröffentlicht ein Essay, das ziemlich große Wellen schlägt. Und es behandelt die Frage, was für eine Zivilisation machen die Künste aus Feldeweihe? Und für sie sind eben die Künste etwas Gesellschaftliches. Sie sagt, es ist wichtig, nicht nur zu fragen, was die Kunst war, sondern was sie jetzt aktuell für diese Gesellschaft sein kann. Sie fordert eine allgemeine Zugänglichkeit, eine Demokratisierung der Kunst, weil sie alle etwas angeht. Und vielleicht am wichtigsten, sie sieht Kunst als etwas, das helfen kann, Krisen zu überwinden. Und sie schreibt in diesem Essay, wir brauchen mehr als das begriffliche und politische, wir brauchen mehr als begriffliche und politische Antworten auf die Frage der gegenwärtigen Lage. Wir brauchen im ältesten Sinn dieser Worte ästhetisches Werkzeug. Um Katrin bildet sich eine neue Bewegung, die sich gegen die Form der Institutionalisierung von Kunst wendet, die sich selbst Rückzugsorte schafft und in denen ein Leben miteinander und füreinander, ein solidarisches Leben möglich ist. Und dieses Leben, so heißt es, hätte man mit keiner Gesellschaftslehre vorformulieren können und es hat sich doch nicht einfach so ergeben. Es war etwas, das fast war wie die Künste, nur näher an den Leuten und in ihnen, heißt es im Roman. Und Kunst wird im Umfeld von diesen Leuten etwas, was man nicht bloß rezipiert oder produziert, sondern auch lebt. Und die gelungenen Beziehungen, die frei von Besitzdenken oder Scham sind, die in dieser Gruppe möglich sind, werden eben ermöglicht durch ein Umfeld, in dem ich nicht Konkurrenz, sondern Kunst im Mittelpunkt steht. Und Marcuse schreibt Versuche über die Befreiung, über den Weg zu einer freien Gesellschaft, Zitat, die Umgestaltung ist nur als die Weise denkbar, in der freie Menschen oder vielmehr Menschen, die praktisch dabei sind, sich selbst zu befreien, ihr Leben solidarisch gestalten und eine Welt aufbauen, in welcher der Kampf ums Dasein seine hässlichen und aggressiven Züge verliert. Das Schöne wäre eine wesentliche Qualität ihrer Freiheit. Also die Kunst als Bild und als Mittel für das Leben in einer freieren Gesellschaft. Aber eben diese Freiheit ist auf Feldeweye nur im Kleinen und nur auf Zeit verwirklicht. Und die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und der Krieg gehen weiter, den man sich nicht auf Dauer entziehen kann. Und unterdessen wird Katrin zur Projektionsfläche für ganze Denkschulen, die sich darum streiten, wer sie denn nun am richtigsten verstanden hat. Und genauso wenig wie Marx war, erkennt sich Katrin dann in den Theorien und Praktiken ihrer Anhängerinnen wieder. Und gemeinsam ist diesen Anhängerinnen, dass sie Kunst als soziale Praxis verstehen und das in einer eher guten und einer weniger guten Variante. So gibt es einen Flügel, der utopische Wohnprojekte baut und einen anderen, der Performance-Kunst produziert, die aber voller Gewalt ist und sich gegen alles Positive richtet. Und der Anführer dieses nihilistischen Flügels, den man wohl einen Faschisten nennen könnte, erweist sich als sehr geschickt in Sachen Propaganda und Agitation und er schafft es dann aber sogar, anders als die etwas sympathischere Form der Kunst, politische Veränderungen tatsächlich herbeizuführen und mit einer Performance einen Herrscher zu stürzen. Das letzte Wort behält er dennoch nicht. Der Krieg auf Felde Valle geht zu Ende und auf dem Planeten gibt es die Möglichkeit eines Neuanfangs, aber unter Umständen, die relativ komplex sind und ihr Ziel zu erläutern den Rahmen sprengen würde. Aber einige der Leute, die Katrin nahestehen, beginnen wieder gemeinsam etwas aufzubauen. Sie selbst hat sich allerdings aus der Praxis vorerst zurückgezogen. Also sie nimmt nicht mehr diese Rolle einer wichtigen Figur der Bewegung ein. Doch Versuche ein besseres Leben aufzubauen, die von einer einzigen Person abhängen, wären wohl ohnehin zum Scheitern verurteilt, würde ich sagen. Und dass sie und ihr Umgang mit Kunst etwas Wichtiges angestoßen haben, ist aber unbestreitbar. Also dieser Roman Feldewaie behandelt die Frage danach, was Kunst ist und wozu sie führen kann, als einen permanenten Aushandlungsprozess und er gibt keine Antwort darauf. Oder vielleicht besser viele Antworten. so zeigt Feldewaie Kunst als Ermöglicherin von Möglichkeiten und vielleicht ist gerade die Uneinigkeit darüber, was Kunst sein soll und was sie kann, was sie so relevant für die gesellschaftlichen Veränderungen macht. Genau und diese Figur Kunst als Ermöglicherinnen der Möglichkeiten betrachte ich gleich noch genauer. Sekunde. Genau, dazu habe ich mir jetzt nochmal abschließend die Gründe angeschaut, warum die Menschen auf Feldewaie Kunst machen und was die Kunst dann ermöglicht in diesen Fällen. Und der erste Grund ist tatsächlich, weil man etwas damit erreichen will, etwas bezwecken will, zum Beispiel verstehen, warum die viel schlaueren Menesca den Menschen nur die alte Kunst schicken, ob man damit was anfangen kann, ob man etwas daraus lernen kann oder um politisch was zu bewirken, Unrecht anzuprangern, eine Seite zu unterstützen, um Geld zu verdienen, um berühmt zu werden, seine Gefühle auszudrücken. Und genau, für diese Leute ist Kunst in der einen oder anderen Form ein Instrument, um das zu ermöglichen, was sie erreichen wollen. Aber das ist eigentlich schon die am wenigsten interessante Variante. Der zweite Grund, warum die Leute Kunst machen auf Feldewey, ist, weil es einfach passiert ist. Der Roman berichtet von Arbeiterinnen, die die Museen intakt halten und sich von Berufswegen deshalb viel mit der Kunst beschäftigen und mit der Musik, aus der die Gebäude komponiert sind. Und sie denken darüber nach, wie sie ihre Arbeit besser machen können und werden dabei quasi aus Versehen schöpferisch. Sie komponieren dann selbst und schaffen etwas, das mehr ist als ihre Arbeit. Und Kunst ermöglicht es also, die Zwecke zu transzendieren über das, was man intendiert hat, hinauszugehen. Und der dritte Grund Kunst zu machen ist, weil man es kann, weil es Spaß macht und weil man Lust drauf hat und weil es bereichernd ist. Und Kunst in dieser Form ist dann ein Ausprobieren und das ermöglicht, zu etwas zu kommen, zu dem man gar nicht kommen wollte vielleicht, von dem man gar nicht wusste, dass man dahin kommen kann, dass es möglich ist. Und genau diese Erprobung von etwas, das man nicht planen kann, ist wohl die Voraussetzung dafür, Freiheit zu schaffen und während es möglich ist, einen Herrscher mit Waffengewalt zu stürzen und man sich vielleicht auch irgendwie die Produktionsmittel aneignen kann oder sich zumindest einen Freiraum erkämpfen kann, durch praktische Mittel ist das, was danach kommt, ja das viel Schwierigere. Also ein besseres Leben aufzubauen, während einen die Strukturen des Schlechteren geprägt haben. Eigentlich wäre für eine neue, bessere Gesellschaft ein neuer Mensch nötig, wie auch schon Marx wusste und in Felde Valle findet sich eben die Hoffnung, dass die Kunst uns dabei helfen kann, über uns selbst hinaus zu gehen und damit auch zu anderen Menschen zu werden, die vielleicht fähiger sind zur Freiheit und hinausgehen kann man mit der Kunst auch über die Sprache, über das begriffliche Denken. Mehrfach ist im Roman die Rede von den Schwierigkeiten, eine gemeinsame Sprache zu finden zwischen Wesen, die unterschiedliche Denkweisen haben und es ist bezeichnend, dass es gerade der zeitweise über Felde Valle herrschende Tyrann und Diktator Toril ist, der leugnet, dass es irgendetwas gibt, was man nicht übersetzen oder oder menschliche Begriffe bringen kann. Nach Adorno und Horkheim ist die begriffliche Schematisierung der Welt zwar nötig, um Denken und begreifen zu können und gleichzeitig liegt in ihr aber auch der Beginn von Herrschaft, weil die Welt nun mal viel komplexer ist als das, was wir mit unseren Begriffen fassen können und so vieles unterdrückt werden muss und das, was sich der Kategorisierung entzieht, ist somit auch eine Form des Einspruchs gegen die Herrschaft und solchen Einspruch kann dieser Tyrann Toriel eben nicht ertragen, es macht ihn wütend, dass es Dinge gibt, die er nicht versteht und beherrschen kann und einordnen kann, vor allem die Absichten dieser schlauen Spezies der Mineska, die eben eine Spezies sind, die keine Sprache hat, weil sie darüber bereits hinaus sind und die Kunst ist eben bei Adorno ist die Kunst ja auch eine Möglichkeit dem, was sich nicht in Begriffe fassen lässt, gerecht zu werden und es, so könnte man vielleicht auch sagen, zu übersetzen und damit ist Kunst vielleicht am ehesten, was zu einer gemeinsamen Sprache zwischen Menschen und Wesen, die kein begriffliches Denken haben, fühlen kann und gleichzeitig auch eine Möglichkeit für die Menschen selbst komplexere offene Form des Denkens zu entwickeln und ich denke, wenn man Kunst vorgemacht wird, als etwas sieht, das auf die Möglichkeiten verweist und Veränderung möglich macht, dann ist es eigentlich auch die Frage nach dem Ende der Kunst in einer besseren Gesellschaft hinfällig, denn eine Gesellschaft, in der es keine Möglichkeiten mehr gibt, in der man nichts mehr ausprobieren und nichts mehr über sich selbst hinausgehen kann, würde ich jetzt eher als dystopisch denn als utopisch bezeichnen, aber so genau können wir das ja auch nicht wissen. Zum Schluss jetzt nochmal zum Titel meines Vortrags sowas wie die Hoffnung, die sich ja an einigen Stellen im Roman formuliert, da gibt es ein Zitat, das lautet das Besondere ist stärker als das Allgemeine, aber nur dann, wenn es wirklich besonders ist. Und dieser Satz ist eben, wie vieles in dem Buch ein Ausdruck der Hoffnung, etwas bewirken und verändern zu können, auch wenn die Chancen dafür nicht gerade groß sind. Und eben an der Stelle, wo es heißt, also wo das Zitat sowas wie die Hoffnung her stammt, geht es darum, dass das, was nur in einer kleinen Ecke eines kleinen Planeten geschieht, nicht wirkungslos sein muss, da ja schließlich, so sagt die Figur, alles mit einem zusammenhängt. Und das bedeutet zwar, dass man sich den allgemeinen Entwicklungen nicht entziehen kann, dass man auch Teil davon ist, aber gleichzeitig auch, dass das kleine abweichende Besondere, die Kunst, das bessere Leben, irgendwo auf einem unbedeutenden Planeten auch Teil des großen Ganzen ist und auf das Einwirken kann und Veränderungen bewirken kann. Und eine der Figuren sagt, wenn ich kühn bin, stelle ich mir vor, es könnte von hier und von jetzt, von Feldeweye her, eine weitere Menschheit ausgehen, die mehr kann, mehr wünscht, mehr träumt als alle vorher. Und da die Kunst im Roman buchstäblich Zeit und Raum überwindet, denkt man, warum sollte sie nicht auch das möglich machen? Danke. Ja, liebe Norma, herzlichen Dank. Stefan klatscht wieder, sehr gut. Ich klatsche auch, Dankeschön. Ich glaube, das ist eine, Franziska klatscht auch, ich glaube, Norma, das ist ja tatsächlich, wir würden wahrscheinlich alle übereinkommen, das ist einer der komplexesten Texte, wo es das Werk an komplexen Texten nicht mangelt. Weil er natürlich uns permanent verführt und das Gefühl gibt, zu wissen, dass wir jetzt endlich angekommen sind bei einem richtigen Kunstherstettnis, dann ist es doch immer wieder falsch. Ich gebe erstmal die Diskussion in die Runde wieder. Wer möchte was sagen dazu? Wer hat einen Impuls? Wir können einen Moment noch warten. Traut sich niemand erstmal, glaube ich. Ah, natürlich, wenn man das sagt, meldet sich immer jemand. Christian traut sich. Na gut, ich mache mal den Anfang. Was mich an dem Roman, der tatsächlich ja ein Roman in Form eines Kunstdiskurses überrascht hat, also unter all diesen Kunstkonzepten, die ausgefaltet werden, lassen sich ja zwei doch ziemlich diametral entgegensetzen, nämlich eben Kunst als soziale Praxis, wie es verhandelt wird, als eher bis zum politischen Aktivismus und eben die andere Seite, die reine ästhetische Autonomie. Und ich frage mich, ob der Roman nicht doch letztendlich, auch wenn er sozusagen beides gelten lässt und insgesamt ein ganz großes Loblied auf die Kunst formuliert, eben als Gegensatz zum technisch- administrativ, planenden, wirtschaftlich-technisch- nützlichen und so weiter, obwohl er sozusagen insgesamt ein großes Loblied auf jegliche Kunst darstellt, vor allen Dingen doch ein versuchte sozusagen diese reine ästhetische Autonomie nochmal zu legitimieren. Und das, weil es sozusagen ein doch sehr starkes Manifest, der letztendlich beinhaltet für eben jene Form von Mehrdeutigkeit und Vieldeutigkeit. Also das ist an einer Stelle so auch formuliert und es kommt auch zum Tragen darin, dass Dati eine eigene Sprache auch mit erfindet. Es gibt immer wieder Passagenweise, also Textpassagen, die sich jeglicher Form des begreifenden Lesens entziehen und nur noch sinnlich wahrzunehmen sind. Also auch da sozusagen ganz stark dieses Moment der Sinnlichkeit als ein und Bedeutungsfreiheit als ein autonomes Moment hervorgehoben wird. Und also das ist schon interessant, also auch gerade in dem Verhältnis zu eben den anderen Beispielen, die wir verhandelt haben, wo ja durchaus auch die Romane eben pragmatischer sind als Denkmaschinen für gewisse theoretische Komplexe etc., Aushandlungen von Sozialismus und so weiter. Hier eben ein sehr breit aufgefächertes, sehr weit geöffnetes Kunstverständnis eben der frei flutierenden Zeichen, ja, und der nur noch eben sinnlich affizierbaren Kunst. Und jetzt als abschließender Gedanke, vielleicht ist es so eine Art Komplementärtext, denn etwa zeitgleich erschien Klassenkampf im Dunklen und sozusagen dieser Roman mit diesem Kunstbild lässt sich mit Klassenkampf im Dunklen eben unglaublich schwer in Einklang bringen und das macht natürlich auch nochmal den besonderen Reiz aus. Ja, also in dieser Parallelität von Veröffentlichungen, die natürlich auch eine zufällige sein kann, aber spielt eben genau mit diesem unberechenbaren Moment und diese Unberechenbarkeit, die immer wieder sozusagen gegen den Status Quo und gegen die Langeweile gerichtet ist, das ist sozusagen ja dann nochmal überhaupt ein zentral auch Begriff für Dietmar Darts Ästhetik. Ja, ich fand das eben auch genau deshalb sehr spannend, weil es dieser Moment, den ja Caroline auch genannt hat, mit, dass das ja auch militärisch sein muss, dass es Kampf sein muss, um zu der besseren Gesellschaft zu kommen, dass das in diesem Roman eigentlich keine Rolle spielt, sondern dass wirklich sich eben auf die Kunst konzentriert wird und auch nicht gesagt wird, die Kunst muss mittel, Kunst muss politisch sein, Kunst muss eine soziale Praxis sein, sondern ganz bewusst, denke ich, auch dieses andere Moment noch mit dabei hat. und vielleicht zeigt ja auch gerade diese Veröffentlichung, diese parallele Veröffentlichung von sehr unterschiedlichen Texten, dass es eben ganz so einfach nicht ist und dass es ohne, dass es nur mit Klassenkampf und ohne die Kunst vielleicht nicht so gut funktioniert, weiterzukommen und dass es eben komplexer ist, als man es jetzt mit der Lektüre eines Buches nur hätte. Also ich glaube, also ich danke neben Norma für den Vortrag, auch jetzt Christian nochmal für den Hinweis auf Klassenkampf im Dunkeln. Mein Eindruck ist, also ich würde das auch immer gerne zusammenlesen, beide Texte und es ist unheimlich schwierig, die zusammenzulesen. Ich glaube ja, dass Felder so ein bisschen, wie soll man sagen, also Felder ist für mich so ein bisschen die, es ist auch eine Performance, auch wenn diese Performance in diesen Seiten 800 Seiten quasi knapp lang ist und ich glaube, Felder soll als Text auch das verkörpern, was Kunst im Text eigentlich verkörpern soll. Das heißt, es soll, also es geht einem etwas, was man bei Dart ganz, man könnte sagen, selten sieht, weil er dann, weil er nicht einfach auf diese, auf so diese dekonstruktiven Taschenspielertricks raus will und auch da nicht. Nämlich, es geht tatsächlich um so ein Paradoxon, dieses fünfte Kapitel oder dieser fünfte Teil bei Felder heißt, wie übersetzt man, was keine Sprache ist. Und man kann natürlich dann eben Folgendes sagen, man übersetzt etwas, was keine Sprache ist, dadurch, dass man eine Sprache, also du hast es angesprochen, Norma, eine Sprache schreibt, die keine Sprache ist. Ja, also wo man sagen kann, wir erkennen, es soll eine Sprache sein, aber wir haben keinen Referenzwett dazu. Das heißt, wir können es quasi nicht, wir können es nicht semantisieren. Und das finde ich ist sehr stark in diesem Text und wir können das übertragen als Prinzip einig, dass es was Kunst sein soll. Kunst muss immer das sein, was stört. Also das, von dem wir getrieben werden, eine Definition zu finden, eine Integrationsmöglichkeit zu finden, irgendwie in unser Leben, dass Kunst soll immer etwas sein, von dem wir glauben, es werde missbraucht, es muss darum gekämpft werden. Kunst kann also etwas sein, Kunst ist nie genug definiert. Also wir können es als eine soziale Praxis, Christian hat darauf hingewiesen, entworfen sehen und das Gefühl haben, es ist doch eigentlich so richtig, das ist doch genau das, was wir eigentlich wollten. Ich komme gleich auf meine Einleitung zurück von heute Morgen, ich glaube, da schließt sich so ein bisschen was. Also Kunst kann soziale Praxis sein, Kunst kann etwas Elitäres sein, Kunst kann etwas sein, was man betreibt nach Regeln, die man von jemandem gelernt hat, der behauptet, wenn man es so macht, sei es etwas Besonderes. Es kann immer das Besondere zum Allgemeinen sein, sobald es als Besonderes etabliert ist, ist es eben schon kein Besonderes mehr. Es muss also immer das sein, was man gerade verfehlt, indem man glaubt, zu wissen, dass es das ist. Und ich finde, bei Felder finde ich das so extrem, also man hat immer das Gefühl, jetzt ist man auf der richtigen Spur. Und das ist ja, weil das eben auch bei vielen der letzten Texte so galaktisch aufgefaltet wird, das Gefühl hat, okay, es geht wieder um ein Projekt, wir stellen jetzt hier das Bewusstsein her. In Pulsarnacht ist es eigentlich etwas, wo man sagen kann, da hat es einen Namen, da gibt es den Schalter irgendwann, das ist die Pulsarnacht. Hier hat man das Gefühl, nee, man kommt eigentlich nie an. Man kommt eigentlich nie an, also die Katrin gut, man glaubt, sie hat es, sobald die Katrin, man könnte heute sagen, Follower hat, ist es eigentlich aber schon wieder kaputt. Und ich glaube, dass Kunst tatsächlich in das System dazu integriert werden muss, dass es ganz wichtig ist, dass es Kunst gibt, weil Kunst dasjenige ist, was den Motor am Laufen hält. Weil es das ist, was eigentlich verwirklicht werden soll, aber wie eine kantische Idee eben nie zum Ende kommen kann. Also das, sondern quasi immer stören muss. Und dieser Störmoment ist das Entscheidende, denke ich. Um den Bogen ein bisschen machen zur Einleitung, ohne jetzt gleich hier zu schließen, sondern ich sehe es schon so, dass man bei Fällen doch auch das Gefühl hat, jetzt ist eigentlich der Moment erreicht, in dem, ja, man könnte sagen, die Morphismen es geschafft haben, Einheiten zu erzeugen. nicht, also im Grunde die Übertragung von Ideen, nicht, also von einem Konzeptobjekt auf, ja, Konzeptperson, also du hast ja auch erwähnt, dass man als Kunst zum Beispiel sein kann, sich aus mehreren Personen zusammenzusetzen und solche Geschichten, das hat man da ja alles eigentlich drin, also das würde man sagen, das ist ein Experiment mit der Kategorienlehre, so ein bisschen. Man denkt eigentlich, jetzt ist es verwirklicht, wir sind da in einem Moment, wo dann schon ganz viel verwirklicht ist, wo man könnte sagen, die Morphismen und so weit sind, dass der Abstand zwischen den Kategorien auf Null gebracht wird zum Teil, also Kunst heißt Wohnen, ja, es gibt keinen Abstand mehr zwischen ästhetischen und Gebrauchsobjekten und so weiter, aber man merkt dann doch, nee, es braucht, es braucht immer diesen Abstand und es braucht immer weiter Vermittlung und es braucht eben immer weiter Übersetzungstätigkeit, also zwischen Sprache, Nichtsprache, es braucht das immer weiter, wenn es Kunst geben soll. Und sobald es das nicht mehr gibt, ist es, hört Kunst auf zu existieren in unserer Vorstellung. Dementsprechend glaube ich, dass das tatsächlich im System, das wir heute besprochen haben, etwas sein muss, also Kunst etwas sein muss, das zwischen den Kategorien bleibt. Und deswegen muss es im Grunde so einen Gap geben immer. Und deswegen ist es auch dann nie zu vollenden, also definitorisch nie zu vollenden. So, jetzt habe ich lang geredet, jetzt mache ich die Klammer zu und jetzt gebe ich das Ganze wieder zurück an euch. Franziska habe ich jetzt hier. Ja, also auch erst noch mal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe noch mal eine Frage oder auch, wir haben jetzt sehr viel über wirklich DART in der Phase, wo es wirklich, wo man sagen würde, ausgeprägte Science Fiction ist gesprochen. Ich würde, glaube ich, auch noch ein bisschen dafür votieren, sich auch die Entwicklung der Gedanken mal anzuschauen. Ich weiß nicht, also wie gesagt, wir haben nicht alle alles gelesen. Ich gebe zu, eins meiner wirklich Lieblingsbücher von DART ist dieses Buch Sie schläft. Ich weiß nicht, ob das viele kennen, wo es auch um Kunst geht. Das ist auch, ich würde wahrscheinlich sagen, geht eher in die Richtung des Unwirklichen. Was aber tatsächlich, interessanterweise, ist ein früherer Text, irgendwie Kunst auch tatsächlich als was raumhaft Autonomes inszeniert, was die Wirklichkeit erst schafft, aber was noch nicht so ganz diesen ausgeprägten politischen Impetus hat, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Was aber wirklich, also ich fand das ein sehr faszinierendes Buch, weil es auch, man würde DART, wenn man in diesen Kategorien noch denken will, ja doch immer erst in diese Kategorie des Poeta Doctus stecken und in sie schläft, würde ich sagen, ist es irgendwie eine sehr, auch eine sehr schön poetisch ins Bild gesetzte, ja, Verteidigung des Poeta Wartes, der eben versucht, zum Ausdruck zu bringen, was da eben die, gegeben die Figur träumt. Vielleicht wäre es interessant, ohne dass ich sagen kann, was da raus käme, weil es auch eine Weile her ist, dass ich es gelesen habe, sich den Text mal zusammen mit Felder Weyer anzuschauen und zu gucken, sind die Kunstkonzepte da, hat sich was geändert oder wird es weitergedacht oder so? Also es ist eine offene Frage, was ich mir vorstellen könnte, was total spannend wäre. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das leider nicht gelesen, deswegen kann ich nichts dazu sagen, aber das werde ich dann jetzt nachholen. Ja, ist doch super. Das ist doch super, mit Blick auf, was wir noch vorhaben mit diesen Beiträgen. Gibt es noch Meldungen? Ja, da ist Stefan. Ja, ich meine, wir haben jetzt innerhalb diese fünf Vorträge sehr viele wichtige Komplexe im Dazwerk umrissen, aber ich finde, was auffällt, wenn man halt wirklich tatsächlich viele Bücher aus diesen 25 Jahren liest, ist, dass sie eben immer dann doch wieder um ähnliche thematische Komplexe kreisen und man aber auch eine Fortbewegung dieser Gedanken sieht. Also sozusagen so etwas wie Nie-Geschichte kommt ja zurück auf theoretische Schriften wie den Implex. Es kommt zurück auf Schriften, wie sie ist wach. Und dazwischen liegen eben ganz viele Texte, die diese unwirklichen Künste tatsächlich, in denen er sie praktiziert hat, als Schriftsteller und sozusagen diese Erfahrung auch wieder in die theoretischen Schriften einfließen. Ich würde so gesehen Franziskas Pédoier unterstützen, klar, verschiedene Texte auch aus unterschiedlichen Phasen zusammenzusehen. Genauso könnte man Sie schläft mit den gleichzeitig erschienen sämtlichen Gedichten, über die du ja vorhin gesprochen hast, zusammenzusehen. Ich würde sagen, das ist Teil einer Tetralogie. Nee, warte mal, vier. Okay, aber okay, diese beiden Texten werden eben durch viele thematische Klammern zusammengehalten und sie werden auch zusammengehalten, weil es eben zwei Texte sind, in denen diese Figur Dietmar da hat auftaucht. Aber gut, das heißt, wir könnten sehr, sehr viele Querverbindungen ziehen, vielleicht auch, wenn man unsere Gehirne zusammenschließen könnte und sehen könnte, also sozusagen diese Ressourcen poolen könnte von Texten, die wir gelesen und nicht gelesen haben. Und insofern ist klar, dass wir innerhalb dieses Formats natürlich immer nur auf kleine Ausschnitte aus dem Werk zusammen zugreifen können, aber man sieht doch, dass sich die Komplexe innerhalb dieser Werke, die Fragen, um die es zentral geht, ganz stark wiederholen, auch wenn sie sich entwickeln. Genau, sehe ich. Nils? Genau, vielleicht nochmal dazu. Also, ich weiß nicht, ob das schon mal offiziell irgendwo so niedergelegt wurde, aber irgendwie so im Zwiegespräch habe ich das schon häufiger von Dietmar gehört, also das Werk, so in Analogien zu denken. Also Luhmann, soziale Systeme nennt er denn ja immer wieder, wo er meinte, ja, es gibt so das Grundlagenwerk und alles andere sind dann nur noch Ableitungen der ursprünglichen Gedanken. Oder irgendwie Stephen King, The Dark Tower hat er da irgendwie auch mal erwähnt. Genauso stellt er sich sein eigenes Werk auch vor, nur auf diese Frage, ja, was sind denn eigentlich jetzt seine sozialen Systeme? Wo wird jetzt so quasi die Supertheorie entfaltet und welche Grade der Ableitung gibt es dazu? Also darüber hat er sich dann nicht geäußert, aber natürlich sollte man das glaube ich auch nicht verkennen, also dass da ja auch eine gewisse Werkstrategie einfach mit dazugehört. Also wie erschreibe ich mich selber jetzt als politischer Science-Fiction, wie auch immer Autor in verschiedenen Kreisen und wie ziehe ich da meine, ja, meine Werkstrukturen auf? Also wo vielleicht auch andererseits Ernst Jünger dann auch wieder eine interessante Figur wäre, aber den will ich jetzt hier nicht schon wieder ausführen. Aber da gäbe es vielleicht so die eine oder andere Parallele auch, aber das offen gefragt ist, also jetzt auch im Rückgriff nochmal auf den Vortrag von Norma, also dieses Verhältnis von Kunst und Gesellschaft, das ist ja auch, ihr habt jetzt ein, zwei Sachen angesprochen, aber wenn man diese Perspektive oder dieses Gespann aufmacht, also da könnte man natürlich auch einen Großteil der Texte, wie auch immer, der theoretischen und wie auch der Erzählenden untersubsumieren. Nehmen wir auf, oder? Würde ich behaupten. Gibt es noch Meldungen jetzt hierzu? Jetzt sind wir nämlich schon mitten in die Diskussion mit dem, was machen wir? Das ist gar keine Diskussion eigentlich, ist ganz klar, was wir machen. Also, ich lade alle herzlich ein, um es so zu sagen, Christian ist schon informiert, wir wollen ja einen Band machen eigentlich, den wollten wir eigentlich jetzt schon, der hätte im Grunde jetzt schon in Arbeit sein müssen, da wir das Symposium verschieben mussten, ist er noch nicht in Arbeit. Wir wollen eigentlich aus, jetzt haben wir das alles live on YouTube, egal, wir wollen eigentlich, das machen wir, ist egal, also wir machen, wir wollen einen Band aus diesem, ich glaube, ich verabschiede uns erst mal von YouTube und dann besprechen wir die Interna, so wenn es um Geld geht und so Fragen, das muss man nicht der Welt heraus erzählen. Also, liebe Zuschauer in den Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, wir verabschieden uns hier und reden ohne euch weiter. Danke fürs Dabeisein. Christian, wir, glaube ich, vorher noch was sagen. Christian, sag was. Ja, noch einen wichtigen Hinweis, also erst mal, das gehört der Vormhalber, dazu noch mal ganz herzlichen Dank an euch alle, an alle Beteiligten, an alle Beitragenden. Wir hatten ganz spannende Beiträge, tolle Diskussionen. Danke auch noch mal an Hans-Christian von Herrmann und die TU Berlin, die die ganze Geschichte von Anfang an mit unterstützt haben. An Barbara Kirchner, die ja auch noch mal erwähnt sein soll und wichtig war, um Anfangs Impulse zu sammeln und auch alles zusammenzuführen. Sie hatte eine wichtige Vermittlerrolle. Dann ganz großer Dank an dich, Philipp Heißson, also du hast uns hier hervorragend, durch den Nachmittag geführt und an die Uni Zürich als Partner der Tagung und des Symposiums. Der Tag ist noch nicht zu Ende und darauf wollte ich hinweisen. Genau. Im Namen des Literaturforums im Brechthaus möchte ich ganz herzlich also noch anpreisen das Gespräch heute Abend. Dietmar Dath und Andreas Plathaus, es geht eben um einen Rückblick auf 40 oder sind es eigentlich noch mehr Bücher. Das Ganze wird zu verfolgen sein auf dem YouTube-Channel des Literaturforums im Brechthaus und vielleicht klären sich da ja auch noch mal einzelne Fragen, denn Ihre Aufgabe ist es zumindest, einzelne Werkkomplexe und einzelne Titel und Bücher mal zu sortieren. Und dann bin ich gespannt, ob tatsächlich diese größere Formation oder Konfiguration sichtbar wird, von der Dietmar ab und zu mal erzählt und dann wieder sagt, dass jetzt ja alles langsam auserzählt sei und der ganz neu einsteigen müsste und so weiter. Aber diese letztendlichen Verästelungen liegen, glaube ich, keinem von uns wirklich evident vor Augen. Also es gibt nichts Besseres, was man heute Abend machen kann und sich vornehmen kann, als dieses Gespräch zu verfolgen, verfolgen, was aufgezeichnet wurde. Es kann nicht live oder nicht vor Ort auch stattfinden im Brechthaus. Also da sehen wir uns dann hoffentlich alle einander. Sagst du noch eine Uhrzeit? 20 Uhr. 20 Uhr, okay. Alles klar. 20 Uhr, schaltet ein. Wir schalten uns jetzt aus und sprechen ohne euch weiter. Wir wünschen alle einen wunderbaren Tag und Abend.